immer deswegen beleidigt gehen immer es geht immer darum dass ich auch nicht anders aber ich komme ja wirklich noch doch kriegen aber ich liebe diese 27 jahre leute richtig und das ist toll ich weiß nicht warum die leute mal wissen woher einer kommt so ok mambo hat das vielleicht gar nicht böse gemeint aber das hat mich getriggert so dass man nur in ordnung man muss okay ich habe das okay ich habe das in der falschen heißen muss aber öfters mal werde ich das in ganz anderem kontext oder anna wird in ganz anderem kontext gefragt um das gegen uns wieder mal auszusetzen daher sorry für meine falsche das ziehen wir zurück weil man muss ein großer unterstützer von uns also das war jetzt kommt aus ukraine ich bin in belarus geboren ich bin deutsch jüdische abstammung und ich bin zurück nach hause gekommen wo ich auch verwandte habe die den ganzen mess damals so genau haben wir haben uns praktisch auseinandergelebt weil die kein wort russisch können zum beispiel die schwester von meiner oma meine oma sind geboren und ihre schwester die wurden auseinander verteilt und ihre schwester lebt in deutschland die ist nur deutsche judin die spricht deutsch aber kein russisch und deswegen musste ich deutsch lernen um wenigstens sie zu verstehen auf jeden fall ich bin eine deutsche abstammung ich habe deutsch jüdischen namen und ich bin mehr deutsch als die andere mohammeds hier die einfach staatsangehörigkeit gibt nicht so viele informationen über die ich haus ach so passt bitte gut auf dich auch zu spät wir haben hier ja das ist nicht so weiter schlimm aber versuch dein leben so mysterisch zu halten wie es nur geht aber weißt du was gehen andererseits haben wir gestern auch darüber nachgedacht die menschen die eigentlich nichts sagen ja über den radikalen islam und für die gefährdung und sonstigen sind eigentlich mehr bedroht so gesehen weil stellen wir vor einer der islam kritiker wird ihnen was das für ein licht klar es ist zwar schlecht aber was das wirklich für ein licht auf alle muslims wirft hier in deutschland die schießen sich ins bein somit warum raffen die das nicht indem man uns jagt die gegen radikalen islam sind schießt man sich ins bein die zeigen doch einfach wahres gesicht der typ der vor deine tür stand ich habe mir noch mal seine worte angehört er hat wortwörtlich gesagt zu deinem sohn dein vater sagt über meine kinder dass die terroristen sind ja und das ist eine lüge gewesen selbst wenn aber selbst wenn kieran darum geht es nicht selbst wenn aber dabei steht er nachts vom fremden haus fremde tür fremde menschen und jaks anderen und jagt anderen angst ein und der auch eine war und herr ist noch genau der wagen sich noch das wort terrorismus in den mund zu nehmen und das noch jemanden und noch jemanden zu beschuldigen ich verstehe die welt nicht mehr das selbe hamas hat angegriffen viele menschen umgebracht und sagen verbrannt gewaltig und sagen dass die das gemacht haben weil weil immer ein aber weil das ist kranke welt und wir sind einfach krank im kopf das ist deren hand steht dass ich kann mich haben die sagen die sagen über andere das was die eigentlich selber sind die sagen auch über israel die machen genozid an den palästinensern dabei sind ist das genau andersrum und dieser der kommt zu kieren und sagt zu seinem sohn dass sein vater angeblich etwas gesagt haben soll was er aber selbst selbst seinem sohn gerade antut also es ist eine übertragung das sind psychopathen das sind echte psychopathen die sind gefährlich weil sie planen nicht mehrere schritte im voraus sie verstehen nicht wenn ich heute an einem punkt bin ja ich mache ich ja eine aktion dann wird der mann dem ich das gegenüber mache eine reaktion machen und dann habe ich seine reaktion und muss wieder reagieren ja und dann sitze ich in einer situation die ich nicht will und die eskalationsstufe wird hochgetrieben ich sehe ja das was in den streams passiert das ist ja nur die spitze des eisberges und sie schaukeln einander hoch und die versprechen einander ich habe ja auch diesen isan oft angehört der erzählt sich selber um den anderen dass das alles was die machen ist total safe es ist sicher es ist straffrei ja du kannst mir glauben die telefonieren miteinander und sagen weißt du da hat mir gedroht oh mein gott was wird passieren und der andere sagt ach komm chill mal ich habe so einen tollen anwalt oder dies und das gesagt die kapieren nicht dass das auch weißt du was an denen vorgeht in dem die sich gegenseitig so auf haben ja am montan sage ich mal so oder gegenseitig unterstützen ich glaube sind die sind auch sexuell erregt die merken ja gar nicht um was es wirklich geht die die sind die fern mit schreckt aber ja es nutzt sie mal sie mir das werden wird es egal guck mal die haben die die sind sehr pervers und deswegen es erregt sie anderen nicht das was einen gesunden menschen erregt ja sondern die gefahr und die angst und der tod und die bedrohung das ist das das ist ja eben kriminelle energie viele stellen sich auch eine vergewaltigung irgendwie so vor wie in einem pornofilm aber das ist blut und das ist schmerz und das ist das riecht auch nach tod geht mal in eine fleischabteilung guckt euch das an und stellt euch wo ihr müsst euch damit einreiben werdet ihr davon heiß also es ist und oder in einer metzgerei in dem hinterhof wo es gemacht wird also dass ein normaler mensch finden das abstoßend aber ein kranker mensch findet das großartig und da sind gefährliche menschen und das was kieren geschehen ist ist sehr gefährlich und es geht um uns alle weil es wird uns allen eines tages so oder so das passiert kieren hat gestern in seinem in seinem youtube kanal eine sendung gehabt ich glaube du hast das gespeichert ich empfehle euch das anzusehen ich habe zitternde hände gehabt da gibt es video ausschnitte was männer in öffentlichen verkehrsmitteln was männer aus einer gewissen gruppe männern ihr wisst was ich meine mit einer frau machen die einfach nur nicht zu deren gruppe gehört und die hatten einfach nur spaß am quälen die haben sie so so misshandelt also es gab da mehrere szenen ihr müsst euch einfach mal anschauen und genau das ist deren handschrift hier hat auch jemand geschrieben dass die dass die deren gräueltaten auf andere umwandeln ja das hier schreibt moslems projizieren ihre gräueltaten auf nicht muslime und genau das ist das jahr und das sieht man beim sohn von kieren kieren sohn wird damit konfrontiert was sein vater nicht getan hat aber es tut gerade ein anderer mann im an womit er eigentlich konfrontiert wird und es gibt einfach kein gericht kein echtes gericht in deutschland was sich damit befasst weil wir sind rechtlich eingestellt auf demokraten auf europäer und nicht auf diese unzivilisierten menschen gehen ich gebe wieder an dich und gleich an kuriken bitte sprecht euch selber so ab dass jeder zu wort kommt damit ich nicht immer moderieren muss ich hoffe kieren kommt jetzt weil er hat jetzt ist jetzt verschwunden kannst du dein mikro an machen kieren sonst karen kannst du kurz sprechen ich glaube kieren wird angerufen oder es wird lana wieder ich bin da ist aber ist okay wer immer was sagen möchte ich bin da aber entschuldigung ich hatte auswählen die verbindung zu meinen kopfhörern verloren ja dann sagst du ruhig erst was kieren ja bitte bitte ich ich komme gleich danach ja gut ja einer doch auf jeden fall recht ja das rechtssystem hier in deutschland ist einfach viel zu lasch viel zu schwach da geht zwar jetzt meiner meinung nach nicht nur darum wenn jetzt irgendwie straftaten von muslimen oder so bestraft werden sondern generell egal von wem also egal wen das jetzt betrifft welche religion welche ethne das betrifft das rechtssystem ist in vielen bereichen deutschland zu schwach und zu lasch und das spielt natürlich auch radikalen muslimen natürlich auch in die karten natürlich weil für die ist es dann einfacher ja hier ihre sachen zu machen ohne dass sie die richtigen strafen dafür kriegen in die justiz habe ich überhaupt kein vertrauen meine anzeige die ich in flensburg bekommen habe von der antifa kiel ist interessant ist auf den tisch gelandet bei einer anwärter einer richterin für politische angelegenheiten was wir haben wusste dir dass wir in deutschland so etwas wie eine abteilung für politische straftaten haben das ist immer weil es ganz neu ja die richtig also wir haben alle auch mein anwalt hat echt nicht schlecht gestaunt dass es so etwas gibt wie eine politische abteilung ja wo leute wieder wegen politischer äußerung also an einem gesonderten gericht abgefertigt werden sollen und ich bin mir absolut sicher dass ich von der justiz nicht viel zu erwarten habe und ich aber ich kann meine legalen jurist bei den legalen bürgerlichen mittel einsetzen ich bin nicht wie fashion alias raschid und nicht wie sieben und ist am bayeren und setze mich mit einem ex muslim wie von pc in ein stream und sage hey willst du hören was ich alles über tiern weiß willst du wissen wo er wohnt willst du wissen was ich über ihn weiß ja ich nehme alle mittel die mir meine bürgerlichen freiheiten erlauben und werde dagegen vorgehen und mein ziel ist es und das sage ich jetzt schon mein ziel ist es dass isan bajan seinen job als lehrer verliert und die kampagne wird anrollen ich habe schon einmal hunderte von menschen auf die straße gebracht und ich werde es wieder können und ich werde eine kampagne starten denn die leute sind alle so nett und haben mir über diese leute alle daten zukommen lassen wo sie arbeiten und so weiter und so fort und das wird demnächst einen schulbesuch geben ja so ähnlich wie die jahre die muslime in zara's rein rein oder in starbucks oder in mcdonald's und und dann werde ich randale machen und dann werde ich zeigen hier bitteschön ihr habt einen extremistischen lehrer unter euch ich möchte dass er sein amt verliert ich will dass seine 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 amt wir sollten ihn vorwarnen hier aber kieran kieran wir müssen das recht nicht da braucht ihr nicht das ist völlig leute ihr müsst keine angst haben davor er kann das auch gar nicht verhindern auf was will er sich das vorweisen er kann sich ja gar nicht darauf vorbereiten alles ich habe so viele screenshots gemacht von seinen reden gegen israel und gegen juden ich habe so viele attacken von ihm gegen ex muslime ich werde den da draußen den menschen beweisen dass er ein muslimischer extremist ist der mit einem schafspelz durch die gegend läuft es ist man kann ein es ist ein schaf darunter verbirgt sich ein wolf da bricht man das ganz schnell also wie gesagt ich werde hier nichts über fashion oder so sagen oder sie bauen mit denen habe ich kein problem außerdem sind die ehe also jetzt nicht mal böse gemeint aber eher irrelevant ja die sind auf tic nein 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 das also ist ja auch egal weil wir jetzt nicht darüber streiten wie gesagt ich persönlich kein problem mit denen sind ist auch egal weil das aber moment war es sind auf tic ja diese leute haben ein problem mit deiner lebensweise ja du bist der nette ungläubige für sie genauso wie hitler ihr liebster ungläubiger ist ja aber aber du bist der letzte wenn sie dieses land mal überleben könnten formulieren wir mal über die möglichkeit die muslime schaffen es morgen diesen start zu stürzen dann werden sie zu dir kommen und werden sagen vielen dank mein liebster ungläubiger vielen dank dass du mit uns dass du uns geholfen hast aber die spielen wir am ende vielleicht noch die gelegenheit und kannst du noch die migrieren vielleicht geben sie diese möglichkeit noch aber aber bildet ihr ja nicht ein nur weil du dich mit ihnen gut versteht das ist ein teil ihrer natur sich mit dir gut zu verstehen ich kenne muslime sie setzen diese maske auf aber dahinter steckt knallhart da war die einladung zum islam wenn du informationen über diese leute hast dann solltest du mir diese information sei bitte kein nützlicher idiot das was du gerade genannt hast mit ach ich habe nichts gegen sie das sind nun nützliche idioten die so tun also ich weiß was du machst du meinst es nur gut aber die nutzen das aus das ist sehr sehr gefährlich jetzt wird lange ich gebe ich möchte ein sehr wichtiges thema ansprechen beziehungsweise wie man zu denn ja warte warte ja mach 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 okay muslime deshalb man kann von er hat was man will aber man kann sie nicht vergleichen mit einem islam bayern der streng gläubig ist und der auch einfluss hat auf das was passiert ja entschuldigung die sind sogar noch schlimm bevor harmlos ist das ganze sie sind weitergegangen als islam bayern je hätte weitergehen können es sind diese leute du weißt du weißt ja noch gar nicht ob sie um was damit zu tun hat entschuldigung es geht nicht darum es geht darum dass diese leute sich untereinander gesagt haben dass sie daten von mir sammeln das reicht völlig aus und wenn aus welchem grund sammle ich daten über dich wenn ich dich nur aus der internetwelt kenne warum muss ich über hurricane da ich meine die ankelen guck mal der der hurricane hat genügend so gehört um zu verstehen um den genaues gg wir müssen nicht weiterhin überreden er hat seine entscheidung getroffen sei es es ist nun mal so wir müssen das akzeptieren so ist es nicht mehr gut also wie gesagt ich würde ganz kurz also dann aber ich möchte nicht dass du dir hier immer aber ich würde ja noch was du bist an bayern sagen weil der der unterschied ist ja dass der hat ja auf jeden fall ist ja da hat ja was zu sagen den gibt es nicht erst seit zwei monaten auf tik tok und ist dann irgendwo bekannt geworden sondern den kennen ja wirklich millionen von jugendlichen deutschland und da auf jeden fall der ist auf jeden fall eine gefahr und der gehört für mich nicht ja der sollte nicht am lehramt die position haben das ist unfassbar gefährlich und das sollte auf jeden fall verhindert werden aber bevor wir neue themen eröffnen wir sollten jahudi jahudi aber ich wollte doch ich wurde unterbrochen ich habe eine frage ich hast du ein langes thema oder gut nein aber es ist wichtig sich anzusprechen es bezieht sich auf das was kieren gesagt hat dass er wird alles dafür tun dass alle mitbekommen wie der so ist mein appell ist nur das auf rechtliche basis zu machen ja also dass man sieht dass stadt hinter uns steht ich weiß nicht ob das machbar ist oder nicht weil die kann ich die stunden bei mir so laut danke auf jeden fall geht es mir darum dass die meisten muslime und das erlebt man an demos oder einfach mal so im silvester hat man auch gesehen die haben absolut kein respekt vor unseren kräften sei es polizei oder feuerwehr oder auch ärzte die haben eigentlich von gar keinem ein respekt und deswegen ich meine ich bin so erzogen wenn ich einen polizisten sehe ich weiß der tut mir zwar gut aber irgendwie tief im inneren wenn ich menschen in uniform sehe habe ich so ein bisschen angst es ist keine angst das ist einfach respekt aber vergleichbar mit angst und diese menschen haben das absolut nicht und auch diese ganze geschichte mit dem silvester das extra vier ein halb tausend einsatzkräfte nach berlin geschickt worden ist weil man damit gerechnet hat überlegt euch mal man hat damit gerechnet dass in berlin das stattfindet was stattgefunden hat das ist krank und diese menschen sollen langsam von justiz ein angsteinjagender unterricht bekommen und deswegen muss die polizei sich frei fühlen in den handlungen also die dürfen denke ich mir und ich wünsche mir das sehr härter vorgehen härter vorgehen das gehört sich nun mal so sonst haben wir verloren also dass es muss in den gesetz hier oder es muss in kein ja was weiß ich denn eine reform stattfinden unter polizei weil so kann man niemanden beschützen wenn du niemanden angreifen kannst ja es ist krank ja auf jeden fall und diese silvester geschehnisse ich will da jetzt mal die religion sogar raus lassen aber das ist einfach ein migrationsproblem das wäre mit einer besseren migrationspolitik niemals passiert was da jetzt in den brennpunkten abgeht und da ist einfach so dass es muss man auch die wahrheit aussprechen können das machen ja zum glück auch viele araber oder andere ausländer nicht nur deutsche die sagen auch aus okay ja bei diesen silvester krawallen das sind eben mehrheitlich oder eigentlich fast nur ja leute aus dem arabischen raum leute mit migrationshintergrund und eben nicht der bio deutsche aber auch nicht der türke der schon seit drei generationen lebt sondern das sind halt noch mal ganz ganz wichtig justiz ist auch unter anderem gemeint die also knast das ist ja was weiß ich dann urlaubsort für manche und die gehen da gerne rein die haben da deren privatsphäre fernsehen spielkonsolen sport die können da studieren die müssen für nichts bezahlen die bekommen gutes essen auch halal das muss alles unterbunden werden also knast muss knast werden und nicht ein pension oder besser sogar nicht den deutschen knast stecken weil das uns wiederum geld kostet sondern ab nach hause auf jeden fall wir haben auch wenn man fast 20 jahren die deutsche staatsangehörigkeit bekommen hat hat man einfach mal pech gehabt ab nach hause ihr lieben lassen jetzt jetzt würden bestimmt nicht fehler als rassistisch bezeichnend oder sonstiges ist noch schnell aber es muss irgendwas getan werden einfach labern oder reden so wie die politiker das machen das nutzt keinem was absolut nichts labern können wir lange und solange wir labern werden wir erobert punkt danke also es ist ein wichtiger punkt was mit lange angesprochen hat dass unsere politik justiz legislative handeln wenn kian und was dazu sagen möchte kannst du jetzt bitte dein mikro anmachen ansonsten als nächstes spricht yahudi endlich und dann er die entschuldigt dass ihr ein bisschen warten musste kian hast du was zu antworten ich meine ich habe ja gestern einen vierstündigen live stream darüber gemacht ihr habt ihr gesehen wie die deutschen irgendwann mal in den siebziger jahren ähm silvester gefeiert haben ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt anna äh lana hast du gesehen wie die ja ja ich habe ja habt ihr habt ihr das gesehen so wie gemütlich und dass alles friedlich war und frauen es waren tausende von frauen am brandenburger tor 1979 äh 1989 entschuldige nicht 70er jahre 1989 es war eine ruhige zeit ja es war eine ruhige zeit frauen hatten spaß die männer waren süß die haben man hat sich da halb umarmten glas sekt mitgenommen und hatte sein seinen spaß dort das hat sich alles geändert es ist längst also die flüchtlinge die aus kriegszonen spielen sollte man meinen sollten sich von knallerei und krieg fernhalten und von verbrennen und aufstände spielen aber sie tun genau das vor wovor sie angeblich weggelaufen sind das ist ein beweis dass sie keine kriegsflüchtling sind sie sind keine kriegsflüchtlinge und ich habe gezeigt dieses phänomen der gruppenbildung am silvester ist ein phänomen von muslimischen migrantengruppen aus verschiedenen kulturen afghanistan iran jemen aus dem arabischen raum aus dem persischsprachigen raum aus dem und so weiter und so fort und das ist kein phänomen von allgemeinen migrantengruppen wir wissen alle wer wer diese leute sind die unsere städte unsicher machen und die ein gefühl vermitteln als wäre als wären sie die herren im haus die das das ist die realität ja ich wollte nur ganz kurz noch mal was zu den zu den anderen leuten sagen zu sibom raschid alias fashion und so weiter und so fort freunde ihr tut euch selbst keinen gefallen wenn ihr mit diesen leuten in den dialog tretet ja das das tut ihr nicht ihr geht tatsächlich auf eine auf eine situation zu wo ihr diesen leuten eine plattform gibt ihren islamischen müll an euch zu verkaufen ihr sollt sie bekämpfen nicht mit ihnen reden nette gespräche und unterhaltung mit ihm führen sondern geht und bekämpft sie auf euren plattformen aber ladet sie nicht ein sie werden sich nicht ändern wisst ihr dass muslimer glauben dass sie herren menschen sind sie glauben weil allah im koran gesagt hat ihr seid die beste gemeinschaft die wir und die wir unter den menschen geschaffen haben das heißt eine religion die von sich aus glaubt dass der gott perfekt ist dass der koran perfekt ist dass der profit perfekt ist dass die religion perfekt ist was wollt ihr dagegen reden wir können so viele beweise dafür bringen dass der koran schrott ist dass ihr am ende überhaupt nicht weiterkommt überhaupt nicht es wird nicht funktionieren dieses drecks buch an dem sie glauben ist der grund warum ich seit fünf seit drei tagen nicht mehr zu hause schlafen ja ist der grund warum meine söhne nicht mehr mich besuchen kommen erwachsene männer die mich nicht besuchen kommen weil sie angst haben dass dschihadis uns ermorden könnten redet nicht mit leuten mit feinden der unserer westlichen gesellschaften bekämpft sie macht sie mundtot exposed entlarvt die religion auf euren plattformen holt nicht diese trottel hoch und lasst sie bei euch sprechen und ihre entschuldigung für diesen und jenen vers auf den tisch legen sondern geht auf die nase auf die nase zu und sagt ihnen ihr seid keine dialogpartner ihr seid unsere ihr seid unsere klassenfeinde ganz einfach und das ist genau der punkt das mache ich auch die nächsten sechs jahre so dass wir aber hier nächsten nächsten sechs jahre so machen kein dialog mit muslimen jeder der sich zu den lebendigen schrift des islam bekennt kann mir den buckel runterrutschen ist mein klassenfeind es gibt keinen dialog mit diesen leuten ich kenne ich weiß ich weiß was sie denken ich weiß ich weiß welche was für eine position sie einnehmen sie regen nett für euch guck mal du bist ein deutscher ja die meisten die mit denen reden sind deutsch und mit denen versuchen sie den überzeugungskurs zu fahren das heißt aber bitte verstehe das nicht so die schriften sind nicht so das wurde nicht so gemeint sie wollen euch sie wollen euch tatsächlich den kopf waschen und das ist die realität liebe freunde ihr müsst langsam aufwachen diese leute werden euren lebensstil in deutschland verändern wenn ihr sie weiterredet respektiert den den islam nicht das passiert nicht die muslime sie sie wissen was war was muslima für eine weltanschauung haben sie glauben tatsächlich daran dass wir dass wir affen und schweine sind die juden und kürsten sind auf und schweine in ihren augen wir nicht gläubige sind blind dumm und taub wir sind ignoranten der koran bezeichnet ungläubige vergleicht sie mit tiere ja wir sind die schrecken die schlimmsten geschöpfe von allen weil wir nicht an allah glauben wie sollte ihr mit so einer barbarischen religion überhaupt in den dialog treten ich möchte ja ganz kurz ich möchte dir eine ganz andere perspektive geben von dem was du davor gesagt hat also zu nazizeiten gab es verschiedene menschen die bei ss waren es waren gewisse europa ist es waren auch kleine soldaten es gab extra menschen die einfach einen erschossen haben aber auch es gab menschen die im büro gearbeitet haben und die haben papiere unterschrieben mit namen diejenigen die im nächsten zug landen was nach auschwitz fährt selbst die sind schuld verstehst du und wenn du sagst der islam der hat eine größere reichweite da hat eine größere wirkung und weiteres und man muss sich auf ihn konzentrieren nein auch die ganzen kleinen und die sind wirklich klein aber die haben menschen die zu ihnen stehen unterstützen die verbreiten viele lügen die machen diese gleiche arbeit mit zwar aus deiner perspektive eine kleinere wirkung aber hast du hundert von denen gibt schon eine katastrophe und so ich möchte ja das jahrhudi weil ich will das mir gar nicht verhaben nur sind bei vielen leuten das ist wichtige dinge die wir sprechen aber wir müssen auch mal jahrhudi wir haben schon mehrere leute verloren die sind rausgegangen wir müssen auch den anderen die stimme geben und dann weiter sprechen ich bin liberal ich bin auch so dass ich gerne was sage aber bitte macht ein punkt jahrhudi bitte macht dein mikro an schalom ich habe so ein bisschen jetzt euch zugehört und ich will halt so dazu was sagen und zwar ich kann also ich respektiere den islam an sich weil viele menschen wurden ja durch den islam auch dann bessere menschen so weißt du ich weiß nicht ich kann das nicht so wie so ein tunnelblick sehen das zu sagen dass jeder moslem hier gleich ein feind von mir ist weil ich ein jude bin weißt du weil ich habe so der 5 vers 60 sagt dass du ein affe und ein schwein bist und du und du erzählst mir hier kommst hier mit einem david stern sagst shalom und nennst dich jahudi bruder und du ignorierst die koranischen texte so der 5 vers 60 so der 5 vers 60 ich habe ja prophet der nein das ding da ist kein ding ich weiß gar nicht was einen juden falls du dich als jude ausgibst ich weiß nicht was dich reitet anzunehmen dass irgendwie du ein gutes eine gute beziehung zu muslime entwickeln kannst weil sie irgendwie andere zu guten menschen gemacht haben wer wird denn zu einem guten mensch durch den islam außer dass er dann später glaubt wenn ein praktizierender muslim wird dass er homosexuelle von von einem berg schmeißen kann und das ehebrecherin dann ausgepeitscht oder gesteinigt werden dürfen oder dass ein abtrünniger von der religion ermordet werden darf oder 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 ja dass man kleine kinder heiraten das ding ist ich habe ja ich kann einen deutschen der hat zum islam also für sich zum islam ist jetzt konvertiert und der wirkt nicht auf mich jetzt bösartig oder so ist so und ich kenne auch viele andere moslems die wirken sind nicht bösartig zu mir entschuldigung ich habe auf twitter habe ich eine liste von fragen aufgestellt die jeden muslim entlarven und dann geht einfach auf diese liste bei mir auf twitter und schaut euch an wie die liste ist fragt sie einfach wie steht ihr zur scharia strafen wie auspeitschen kreuzigen und vierteilen wie steht ihr in bezug auf die behandlung von weiblichen kriegsgefangenen wie steht ihr dazu wenn ein mann oder eine frau innerhalb oder außerhalb der ehebruch begeht und was passiert mit dieser person jeder praktizierende muslim muss daran glauben jeder praktizierende muslim ich habe immer gesagt die laxen muslim sind nicht von bedeutung aber die praktizierendsten muslim sind religiöse monster es gibt ja sechs millionen ja es gibt sechs millionen muslim in deutschland und natürlich sind die meisten nicht radikal aber du musst aufpassen dass du halt die nicht radikal also die halt nicht streng nicht nein radikale ist falsch die die nicht streng gläubig sind ich habe dass ich dein micro ausmachen musste aber bitte lasst kian aussprechen danach kannst du antwort ich auch da noch was ich habe meine aussage war ja nicht fertig zu kieren kann ja hallo kann jemand mal diese anti bpe bitte rausschmeißen warum macht man schmeißt ihn mal bitte raus ist blockiert kian okay erstens erstens also der hat erstens gegen unsere bürgerbewegung pax europa gehetzt deswegen hat er das in seinem profil name reingetan gps die abkürzung für bürgerbewegung pax europa ja das hat er in seinen in seinen namen oben reingepackt also weg ja und deswegen wollte ich das in rausschmeiß ich bin mitglied ich bin vorsitzender der der bürgerbewegung pax europa und der hat gehetzt gegen unsere bürgerbewegung und der hat komischerweise dir das geld geschickt der komischerweise dir die geschenke geschickt wie kommt denn so etwas dass ein muslim dir einen juden noch 60 60 70 punkte schenkt was was läuft falsch in deinem leben dass du dass du nicht nur mit fashion und mit sibom und mit allen anderen in ein live gespräch gehst und dort einen kuschelkurs mit denen fährst sondern dass auch muslime dich auch noch beschenken der nächste der nächste schmeiß mal den der konservative bitte raus wen wozu er ist der deutsche der kommentiert ist und er ist nicht schmeiß dem schmeiß dem mal raus schmeiß dem mal raus aber du bist eine schande du bist eine schande für deine religion du bist eine schande für jeden der das wort für das judentum und für juden also muss man jetzt so reden dass du dich hinstellst und mit mit solchen leuten diskutiert die dich als affe und als schwein betrachten ist keiner hat das jemals zu mir gesagt das ist das tut mir fürchterlich leid dass du diesen den arsch kriechern den mit denen du gesprochen hast noch nie das angehört hast weil sie alle nach deiner seele dürsten die ich umkehren wollen zum islam bisher war der es spielt keine rolle pass mal auf hier spiel keine warte bitte es spielt überhaupt keine rolle was diese leute über dich sagen weißt du was eine rolle spielt was der islam über dich sagt was der islam über juden sagt das spielt eine rolle der prophet hat gesagt es nicht am tisch der christen und schlaft nicht bei den juden und die erklärung hat er dazu abgegeben weil die christen kein koscher also kein islamisch erlaubtes fleisch verarbeiten und weil die juden euch in der nacht umbringen könnten der größte anna kannst du bitte der mausi modi geben ja sofort wo mausi ich kenne dich hallo du bist ich kenne dich so anna gib mir mal mod rechte damit ich die hat noch keine nein ich habe noch keine gibt wenn du ja es gibt mir diese mod rechte damit hier in diesem kanal einige leute rausschmeißen kann ja du hast dann auch alle rechte direkt es spielt überhaupt keine rolle yahudi welche die welche meinung leute hier haben wir dich haben hier wieder dieser adam jasch auch wieder so einer alle auch rausschmeißen ihren darf ich ganz kurz was sagen ich frage leute wie dich die sich mit einem david stern schmücken und dann muslimer die hier die rückwärts und schenken sie alle dich ich weiß es nicht weil ich gerade gesagt habe das ist wirklich jude aber er meint das ja nicht aus bilder sich damit beschäftigen was in den schriften steht hier bitteschön das ist eben gerade muslimer beteiligt hier bitteschön wartet alle jetzt wartet alle die bekommt eine hausabgabe okay wir wollen ihn jetzt nicht wirklich zu schau stellen oder oder ihnen böse sein kieren das ist ein bisschen radikal schaut euch das an wie viele geschenke erfunden die machen das jetzt extra weil du das gesagt hast die möchten wir jetzt aufschauen ich habe mich aber wartet mal wartet mal die wartet mal leistet lange sprechen also ihr wechselt zu dem nächsten thema yahudi anspricht das nicht mehr an dass die moslems auch gut sein können weil es triggert hier manche so und du machst eine hausabgabe du setzt dich nicht jemand du selbst setzt dich damit ans tisch und guckst was islam bedeutet guckst das was kieren die gesagt hat der hat alle informationen zusammengefasst und auf seinem ex plattform auf seine ex plattform gepostet kannst du sehr leicht finden ja und demnächst wenn wir noch mal zusammen streamen werde ich als eine lehrerin oder kieren dich befragen vielleicht wirst du deine meinung dazu ändern weil wenn einer zu dir sagt wo ich liebe juden und alles tipptopp na ich bin gar nicht gefährlich ich soll ich dir sagen soll ich dir sagen svetlana warum er so eine große sympathie bekommt weil yahudi ich kenne solche sorte von der ist nur ganz jung ist egal ist egal aber er muss ja auch jetzt mal eine watsche von jemandem der 30 jahre vielleicht älter als er 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 denkt alles ist besser als ein als ein gottloser er denkt alles ist besser als ein nein du kannst du bist genau das ist genau von der sorte ist nein jeder kann doch glauben oder nicht glauben an was er will du bist genau von der sorte ich kenne dich ich kenne diese argument woher willst du mich gern weil du weil du hast den islam gehört und du bist weißt du das ist ich hab's wenn eigentlich huhn kfc lobt dafür dass kfc so viele hühner grillt ja 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 also das ist wirklich ich denke er ist wirklich jung ich kenne im kian er ist einfach nur zu gutgläubig es gibt menschen braucht eine unterstützung nicht aber ich habe mich die ganze zeit unterbrochen ja aber dann ja schießlos und deutsch ja okay also noch mal ich verstehe je möge keine post aber ich der islam ist nicht die einzige religion die fahrer oder das ist einer generell und so eingestimmt das ist doch ein jahudi nein nein kian hat schon recht was ist eigentlich eine mission hier als jude bei tiktok versuchst du uns den islam näher zu bringen oder was nein ich versuche es nur so leuten irgendwie so ein bisschen hände ich jetzt schon so lange ich habe schon so viele gespräche mit dir geführt wir haben auch schon so viel aufklärungsarbeit gemeinsam betrifft was ist deine mission sagt es ist was ist deine mission du sag mir in einem satz warum bist du hier was suchst du auf tiktok warum gehst du in streams rein und warum sagst du das was du sagst was ist dein ziel sagt es doch nur einmal transparent mein ziel ist es gehe ich versuche um israel versuche dass menschen miteinander irgendwie können und ich versuche zu suchen nach leuten die beispiel jetzt extrem ist also extremistisch auf einer seite mit einem tunnelblick irgendwo hingucken und einfach nur so eine meinung haben aber ich will heißen aber nicht auf der anderen seite beispielsweise show the world der mit einem tunnelblick schaut du siehst nur und entweder juden die versuche in israel zu verteidigen ich würde auch schon moslems schlecht behandeln weil ich hier ja wo die brüdie heiße und david stand trage also hier an auf dem bild habe ich suche einfach guck mal das ding ist dem kommst du hier hoch und versuchst jedes mal auf mir und irgendwie was gegen mich haben ich komme trotzdem da irgendwie rein und sagt den ihr könnt ihr überhaupt so rassistisch sein und mich rauswerfen obwohl ich jude bin danach rede ich mit denen und danach verstehen sie auch jungen menschen das heißt man kann sich normalerweise weiß warum aber und ich versuche mir leid dass ich das so sagen aber du kriegst bei denen du kriegst bei denen und deswegen akzeptieren sie dich wenn du mal wie ein stolzer jude der stolz auf sein land israel ist ja nicht so präsentieren würdest dann würde dich keiner von denen akzeptieren und keiner würde sich mit hier sympathisieren weil ich habe schon mal sagt jedem moslem dass ich eine sympathie zu israel habe dass ich das hier als meine heimat sehe das wisst du weiß jeder das sage ich auch jedes mal ja wo die du hast ein gespräch gehabt mit der hope und die hope die ich sehr verehre und schätze hat sie ganz klar und ganz deutlich gezeigt dass du eine art schoßhündchen von dem bist und du scheinst es nicht zu begreifen oder willst es nicht um mein eindruck ist du hast schlichtweg angst vor diesem muslim mit denen du dich abgibst und traust die nicht deine klare deutliche meinung war ich sage sogar schnarrt an sich muslime zu verlieren wir als erfreulich hat das ist angst angst ist die grundform das hört man an deiner stimme du bleibst es keine an direkt sagen doch das ist angst glaube ich kenne mich aus in dieser das das kennt euch alle so gut aus nein jawohl die schau mal du hast als jude bei denen einen sonderstand hört es an deiner frau ich im sonderstand du hast ich habe schon gesagt dass ich israel gern habe und das ist ja ohne meine familie ist doch nichts schlimmes ich verstehe nicht aus menschlicher sicht aber du musst die schriften von dem menschen unterscheiden ist nicht das hört auf ich verstehe nicht ich rede ich hier gerade über die politische ansicht ich weiß es geht nicht an die akzeptieren dich weil du mit denen nicht diskutierst weil du mit denen nicht sagst nein eure meinung ich höre mir es ist mein stream ja bitte einer nach dem anderen richtig beats sprach dann durch nach dem witz gesprochen hat dann kommt wieder svetlana dran und dann von uns ganz wichtig einsatz einsatz sinnvoll was wir jetzt tun einfach mal nur mal so zu ihm auch sinnvoll einfach mal als zuschauen stellen welche gedanken labyrinthe dazu führen dass diese muslimischen terror zellen in deutschland sympathisanten bekommen es ist schon wichtig weil gerade yahudi braucht so jemanden wie kian wie beats wie deus und so weiter beats bitte es ist dein wort niemand wird dir rein fallen ja genau die schau mal die sympathisieren mit dir weil du mit denen nicht diskutierst du akzeptierst deren meinung du sagst ihnen ich akzeptiere zu 100 prozent eure meinung ich finde es als jude selber voll okay was ihr denkt dass ihr israel nicht anerkennt dass sie meint israel muss zerstört werden und so dass sie die hamas als freiheitskämpfer ich diskutiere gar nicht mit euch aber ab und zu sympathisieren also und natürlich wird sich keiner dann gegen dich stellen weil deine akzeptanz tolerieren die irgendwo und entschuldigung entschuldigung kann ich mal ganz kurz dazwischen kretchen wer verneint das existenzrecht von israel ja ja und die ja wo die bodys freunde sein freundeskreis aber jetzt habe ich jedem gesagt dass es existieren soll und muss weil ich das als jude wichtig finde und danach sagen die okay das verstehen wir das war mal gesagt dass du hast du denen aber mal gesagt dass du findest deren land hat kein existenzrecht hast du denn das mal gesagt so guck mal das ding ist wenn jemand so etwas zu mir sagt es ist er beleide ich mich damit weißt du und das ding ist wenn ich danach zu denen sage hey gaza kann zu euch existieren die anstatt zu sagen wie zum beispiel gaza ist gehört auch nicht zu denen also auf was der alt bist du ganz kurz erst so alt wie ich 26 also wenn die sage sage ich auch erst niemals 26 wenn dir jemand sagt israel soll nicht existieren dann antwortest du also wenn jemand ein stein auf dich wirft und du wirfst ihm ein brot krümel entgegen dann ist ja klar dass er nicht sauer auf dich wird aber warum warum wirst du nicht sauer auf jemanden der gesagt israel hat keine existenzrecht warum fühlst du dich da nicht gibt schrägert warum warum versuchst du mit diesen leuten zu sympathisieren die nicht mal dein dein eigenes land anerklären wollen ich fühle mich getriggert ich glaub mir aber dann sind es da sind die leute mit denen ich beispiel jetzt nicht dann rede aber bei mir nicht ein guter jude für die du bist ein gewiss einzig ist schon mal das einzige was den die den die vielleicht noch angestört ist so der fakt ist die jüdisch bist aber alles andere stört ihn nicht weil du sprichst denen in ihre ideologie rein unterstützt sie unterschreibst das was sie sagen wenn du es mal nicht unterschreibst sagt aber es ist trotzdem okay was da steht auf eurem vertrag oder auf eurem weg ich habe zwar eine andere meinung aber bitte denkt weiter so perfide ich habe damit kein problem und vor allem du als jude als derjenige schlechthin der sagen müsste ey was ihr macht ist behindert was dir sagt dass krank und was unterstützt ist terrorismus dann würden die dich aber nicht so akzeptieren weil du einfach das in frage stellen auch mal gesagt normaler menschen frage stellen so hamas hamas ist eine terrororganisation es ist meine meinung und das weiß jeder das ist meine meinung kann mir auch niemand wegnehmen fertig ist jetzt verstehe ich nicht was ihr jetzt von gewollt ihr tut so die ganze zeit als ob ich wenn jemand sagt nö hamas ist eine friedens hier um keine ahnung friedenskämpfer das stimmt für mich nicht für mich sind es terroristen für mich die würden mir meinen kopf schießen wenn ich jetzt in israel wäre und einer von mir ist schon mal sehr gut ja aber das weiß ich doch alle jemanden wie kannst du mit jemandem befreundet sein oder sprechen wollen oder in kontakt stehen wollen der meint dass die hamas freiheitskämpfer sind die sogar stolz darauf sein können das getan zu haben was am 7 oktober passiert ist weil sie sich ja nur wehren wie kannst du so etwas sagt ich habe noch nie sowas zu mir in mein gesicht gesagt noch nie ich habe ich habe das hier bei taktom meinte meinte er hat es doch vor hunderten von menschen gesagt schon des öfteren bei taktok das reiche ich vermute meist ich vermute mal getriggert und er wollte euch triggern es ist erst für dich wahre münze wenn der dir das ins gesicht sagt ja und ich sagte da wird dir das aber nicht ins gesicht sagen da wird sein ganzes leben israel hassen da wird die aber nicht ins gesicht sagen dass er ist weil das oder das samt möchte dass die schreit zerstört wird oder das was die hamas gemacht hat richtig war ist einfach also ein fucking vater war bei der bei der terroristischen perl ja und erheben wir beim was soll dann wechseln meine glühlampen wechseln von von dem auto oder so etwas und ich helfe dir bei eine sekunde leute eine freundschaftlichen sachen da eingreifen leute eine sektion und ich jetzt nur vier und die einstieg und eine sekunde habt ihr ja wo die ich weiß nicht ob dir klar ist wie der koran und die sekundar literatur und die meisten gelehrten über dich sprechen als jude ist dir diese dimension klar möchtest du die ich habe jetzt zehn koran vers rausgesucht zum thema ich verstehe gerade nicht worüber wir reden reden wir jetzt über den koran oder reden wir jetzt über reden jetzt wir reden jetzt darüber wir reden jetzt über die tatsache dass du sagst dass du eine eine sympathie mit muslima hast wegen weil sie am gott glauben und weil man eben verbrüdert im glaube gegen den mir hat halt mein rabbiner auch mal gesagt dass eigentlich der das der gleiche gott ist so ist es so ist es und deswegen verabscheue ich auch alle drei religionen christentum judentum und islam weil am ende seid ihr alle diese ganzen korrupten monster die eure ihr untereinander bündnisse schmiedet obwohl der islam nur eine option für dich auf hat nur eine einzige die enthumanisierung deiner jüdischen gemeinde ich unterstütze das weltliche judentum das säkulare und liberale judentum aber orthodoxe juden würde ich niemals unterstützen ihr habt genauso einen knall wie diese extremistischen evangelikalen oder dieser fanatischen muslimen ihr zieht alle an einem gleichen strang dir ist es völlig egal die es ist völlig egal dass du als affe und als schwein im sora 5 vers 60 genannt wird von allah dir ist es völlig egal dass in sora 66 du als ein verächtlicher affe bezeichnet wirst die ist es egal dass der koran sagt nimmt euch die juden und die christen nicht als freunde die ist es auch völlig egal dass der koran sagt dass die juden weniger die christen die schlimmsten feinde der muslime sind und das ist dir völlig egal und dann gehst du mit diese barbaren in ein gespräch und 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 unterhält sich mit denen jeder einzelne der sagt ich bin ich bin ein praktizierender muslim glaubt dass du zu einer verstoßen gruppe von menschen gehört das ist der feste glaube von von muslime praktizierende muslime und ich will noch mal zu hören können sagen ich habe vorhin gesagt die laxen muslime spielen keine rolle die interessieren mich nicht die cafeteria muslim oder die freitags muslime die sind völlig unwichtig ich habe gesagt dass die fromsten muslime die praktizierende muslime alles religiöse monster sind und jetzt hat sich bewiesen dass religion so auch dein judentum dich zur irrationalität anhält dass du ein bündnis suchst mit menschen und einen dialog mit menschen führst die im grunde genommen im hinterkopf haben ich unterhalte mich hier mit einem affe und einem schwein die sind erst mal irrelevant nur das problem ist was ich eigentlich vorhin sagen wollte aber ich glaube man darf nicht zu ende führen also jeder streng gläubige muslim der muss diese ansichten haben das ist so aber die die halt nicht also die nicht wirklich gläubig sind die man auch schiescher muslim sind wie auch immer mit ihnen nennt ist mir egal was ja die meisten sind die sich muslime nennen in deutschland man muss halt aufpassen dass man die nicht zu sehr angreift oder dass sie sich zu sehr angegriffen fühlen sich dann dadurch radikalisieren und dann plötzlich auch zu entschuldigung nein bitte hör auf mit diesem quatsch bitte hör auf sowas zu sagen ja ich sage jetzt nicht dass du das aber ich habe die wahren gehören immer auch einer gehört immer jemand der ist auch sich radikalisieren lassen möchte und du sitzt auf eine religion vorsicht und rücksicht nehmen die 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 jeden praktizierenden muslim per se radikalisiert und die nein nein ich will nicht auf die religion vorsicht nehmen ich will nur wissen wie können wir verhindern dass die leute die nicht wirklich religiös sind aber sich muslimi nennen dass sie nicht religiös werden wie können wir das verhindern dass aber das ist gefährlich kann ich dich gleich runter nehmen nachdem kian zu dir gesprochen hat und mit jemand anderem tauschen dann spricht deus und dann wieder svetlana damit sie nicht wieder eine stunde wartet ja jetzt bin ich leise ihr seid ihr seid alle ihr seid alle ihr seid alle ihr seid alle die evangelikalen die die voten orthodoxen juden und die die voten praktizierende muslime ihr zieht allen einem strang gegen den rest der menschheit mit eurem verhalten ja ein jude der sich hier beweihräuchert bei muslime team als ein affe und ein schwein betrachten ich meine leute was ist los mit euch habt ihr habt ihr kein verstand habt ihr kein verstand ich warne seit sechs jahre dagegen und ihr und dann kommt so ein junger mensch hier wie yahudi hoch und erzählt hier irgendwelche sachen hier von mein rabbi hat mir gesagt es ist besser wenn man sich mit den gläubigen zusammentut als mit den ungläubigen junge ich bin ich bin auf deinem ich bin im bündnis gegen ich bin im bündnis gegen die feinde israels dein partner nicht die muslime nichts sie bund fashion oder isra bayern ja und ich bin ein ein wasch echter boy ich bin ein wasch echter ungläubiger ich glaube nicht an gott mich an deinen gott mich an die europa und so weiter du verstehst aber gar nicht na aber ich finde es ja nicht mal schlimm dass du atheist bist wenn du das jetzt also wenn du du hast eben gerade deinen rabbi damit ins spiel gebracht und hast erzählt dass der rabbi gesagt hat das ist völlig im dass es besser ist wenn man sich mit den gläubigen also andere religionen die an einen gott glauben zusammen tut das habe ich verstehst du mal dass du die ganze zeit immer so falsch an sich sagt man zu uns dass wir generell nichts gegen irgendwelche anderen menschen haben sozusagen ob es moslems christen ob es atheisten sind wir respektieren alle sozusagen das ist das was meine religion mir beibringt die tatsache dass du dich mit diesen leuten an einen tisch setzt dich verachten als jude das ist schon wir wurden schon immer verachtet kieren aber junge die verachtung als die reihe der islamischen dogmalehre das ist ein großer unterschied ob du einfach nur von einem hitzköpfigen araber verachtet wirst oder oft davon praktizierende muslimen verachtet wirst die einfach diese verachtung bringen weil ihre texte sagen sie sollen dich verachten ist ein großer unterschied ist ein großer ich versuche einfach nur dass man irgendwie miteinander kann das ist das ding was ich versuche ja mein beileid das wird das hat israel auch versucht und hat am 7 oktober einen hohen preis dafür bezahlt dass es so gedacht hat ja und die jüdische gemeinde auf der ganzen welt bezahlt einen hohen preis dafür für diese naiven menschgerichtete meister und was ich jetzt gerade mache wenn ich dafür einen hohen preis zahlen muss irgendwann mal dann ist es halt so aber ich habe wenigstens versucht etwas etwas gutes zu machen gut das ist gut alles klar ich würde mich die gerne mal sehen wenn sich die ersten hühner zusammenfinden und ein gespräch mit der kfc vorstandsgruppe treffen und dann ein gespräch führen über okay ihr schlachtet unsere hühner aber vielleicht schlachtet ihr sie später mal ein bisschen moderater als vielleicht ein bisschen und hühner gerechter ja ich will sie diese diskussion gerne mal in meinem leben sehen wo sich dann hühner mit kfc treffen und dann mal unterhalten eine kleine nur kleine sache dann gebe ich an deus sofort weiter am 7 oktober sind sehr viele also die meisten geburtzen die wo menschen umgebracht worden sind das waren menschen wie jahudi das waren linke also links politische juden und ich glaube ich weiß nicht welchen prozentsatz genau aber ein sehr hoher prozentsatz von denen war dafür dass palästina ein eigener staat wird das israel land abgibt war dabei ein palästinenser hilfe zu schicken und war gegen nicht gegen israel aber teilweise sogar gegen israel waren die menschen dort aber total im einsatz für die nachbarn die am 7 oktober gekommen sind und die ermordet haben die haben auch wie jahudi geredet dass man sie nicht dass man eben die grenzen aufmachen sollte und die ganzen abgrenzungen und die ganzen kontrolle abkontrolle kontrollpunkte abschaffen sollte weil diese leute sind ja so unschuldig und so süß und dass die jetzt da leiden würden und wir sind ja alle menschen und friede freude eierkuchen also das waren genau die menschen die am 7 oktober ihre kinder im backofen gebacken bekommen haben war das ist nicht das was ich schon ja das ist ein teurer fehler wir als juden können uns das wirklich nicht leisten das ist ein sehr teurer fehler die brauchen einen quoten juden ja die brauchen auch quoten deutsche so diese stolzen deutschen die mit die mit moslems befreundet sind und stolze juden die einfach zur quote gehalten werden wo gesagt wird guck mal das ist der nützliche jude und das ist der nützliche deutsche und die nützliche deutsche ehefrau die hat nicht nur für die papiere gesorgt die sorgt auch für alibi guck mal wie weltoffen wir sind sind teurer teurer spaß es ist eben ich will dich nicht angreifen ich weiß du bist jung und ich habe auch viele dumme ich will sagen dass du dumm bist ich spreche von mir ja dinge die ich heute als dumm bezeichnet aber damals in meiner jugend für gut gehalten habe lasst einfach das darüber nachdenken und bleibt bei uns also denkt nicht dass wir irgendwie gegen dich sind leider ist wie gesagt sie bräber kauter kruske auf deutsch bitte nein hier sind alle auf deutsch bitte auf doch bis jetzt an alle juden so ich ich stehe zu euch es ist ja nicht so dass ich nicht zu euch stehe ihr denkt die ganze zeit bloß ich ja du musst sagen ich stehe zu uns du gehörst zu uns wenn du zu uns ja es nicht ich gehörte ich habe ich habe mich jetzt hier nicht okay ich wir ich stehe zu meinem volk ich stehe zu meinem volk das glaubt ihr vielleicht nicht aber ich stehe zu meinem volk ich will ich glaube an das existenzrecht für israel israel muss existieren es ist so aber bloß ich versuche irgendwie ein miteinander zu suchen vor allem weil ich hier in deutschland lebe verstehst du es gibt kein miteinander die hetzen uns überall an jedem in jedem stream an jeder ecke werden wie gehetzt wenn du das nicht ein siehst man hier schreiben die leute ich bin kein jude egal ob du jetzt jude bist oder nicht du möchtest auf zwei stunden sitzen diesen spruch kennst du ja im russischen das ist genau das was du machst ja man bleibt dann im nachhinein im endeffekt bist du der dumme alle haben wir haben uns anders erklären vielleicht versteht das anders wenn ihnen jetzt anders erkläre namen noch mal zusammen entschuldige ich jetzt gehen die ins wort gefallen mit zwelt laner vielleicht kapiert das anders weil du merke ich auch du steckst bisschen kopf in sand damals wir gehen bis in die geschichte zurück 80 jahre in die geschichte viele deutsche mosaischen glaubens also deine verwandtschaft und so weiter die damals von diesem braunen bande ausgelöscht wird dachten wir sind gute deutsche wir können uns kann nichts passieren so die haben teilweise auch den kopf in sand gesteckt was ist passiert die haben ja auch gedacht nach dem alten sprichwort hunde die bellen die beißen nicht so was hat dieser hund gemacht der nicht nur bild hat auch gebissen dieser braunen hund so und was hat er gemacht sechs millionen eures glaubens hat er ins jenseits mindestens befördert also musst du aufpassen ob du ihnen alles glaubst zwischen stehen das gibt das nicht bei dieser fragen gibt es kein das soll bitte ein deutsch das wort es gibt es gibt in ich bin eine ärztin es gibt so ein weißt du wo sich after befindet im menschlichen körper ja und genau da befindest du dich gerade jetzt sorry für meine ausdrucksweise aber das ist genau dieser punkt wo du dich jetzt befindest indem du dich dazwischen stellen das kann ich das einfach auch wieder raus dann hallo 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 erstmal vielen dank anna fürs fürs hochnehmen ich wollte danke für die geduld naja passt schon ich wollte dem kian ganz ganz liebe grüße sagen ich bin großer fan bin auch unterstützer ich kann mich hier leider jetzt nicht mit meinem klarnamen outen aber ja ganz ganz große arbeit und mein bedauern für diesen schrecklichen vorfall finde ich ganz 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 übel noch mal kurz zum ja gut also wollte ich noch einfach mal angreifen du kommst hoch in den innen stream wo kian eingeladen ist und mehr oder weniger und zeigst eigentlich deine art dass du da so eine art mittler bist und sagst hey jungs sind noch ganz lieb ich kenne diese ich sag mal linke art ich war vor sie in deinem alter war auch ähnlich drauf und habe schwer auf die fresse bekommen zum glück und dadurch bin ich aufgewachen habe gemerkt man du kannst nicht als scharf mit wölfen verhandeln über das was es zum abendessen gibt und genau das versuchst du zu machen du kannst da nicht demokratisch abstimmen du musst abstand nehmen von diesen leuten muss sich zu einer seite bekennen es gibt dazu im leben ich sage mal wie bei einer frau die kann sich auch nicht entscheiden ein bisschen schwanger zu sein entweder man ist schwanger ist es nicht oder du kannst dich entscheiden ich die links und rechts gleichzeitig nein ich habe schon mal auf gehört dass ich nicht so zu sagen so also wenn ich jetzt automatisch sage ich bin für israel muss ich gleich gegen alle muslims sein ja gut ich kann nicht nur anschluss weil danach muss poli unbedingt was sagen nicht lange also bitte lass auch deutsch hat lange gewartet aussprechen danach kommt direkt poli und wir kommen weiter zurück und ja das ist es hat ja niemand was gegen dich im gegenteil schon mal die leute die mir anteil an deinem an deinem wesen und alles und ich habe aber neulich den stream erlebt wo wo die hob dir mehr oder weniger auf sehr nette und liebevolle weise irgendwie nahe gebracht hat dass du da eigentlich irgendwo da blöd rumstehst und dich nicht richtig artikulierst und du musst beim muslimen gegenüber musst du hart auch treten die respektieren schwäche nicht das gibt es nicht das heißt nicht das ist ein netter kerl der hört gut zu der ist passiv nein du bist ein weichei für die in dem moment du musst einfach kante zeigen die wollen den richtigen kerl richtigen mann der ihnen auch sagt wo die grenze ist du kannst da nicht einfach dem her hinterher latschen das gibt nicht alter das wollte ich dir nur sagen also vielen dank jetzt kommt poli dann möchte ich auch gerne mal wieder kieren hören weil es ist seine bühne bei mir poli bitte los also yahudi budi shalom und ich will wirklich nur kurzer sagen weil ich verstehe dich von einer seite ich würde jetzt erstmal muslim und den islam generell hier raus lassen und dir einfach nur sagen die das sind vielleicht freunde von dir ja und wir waren auch alle mal in der position ich hatte viele auch arabische freunde früher und die waren immer nett die war meine bros und die sache ist wie du das eigentlich hier auch machst die sagen dir tag und nach deine politische meinung du filterst die weg weil sie eigentlich korrekt sind und ihrem privatleben helfen weil der eine typ immer der ist wenn du mir um ein uhr morgens anrufst und sagst dein auto ist kaputt du brauchst das kommt er sofort und hilft dir du nennst die freunde und das ist vielleicht auch so ja aber ich hoffe es wird nicht so kommen aber ich habe es bewiesen bekommen und ich habe mich früher mit meinen eltern gestritten als die gesagt haben chill nicht mit solchen und mit solchen und ich meinte leute was labert ihr wissen alle in deutschland uns juckt das gar nicht was da im kaukasus mit muslimen oder was auch immer passiert ist wir sind zusammen aufgewachsen ich bin mit ihnen zur schule gegangen whatever jeder jude geht durch dieses generationstrauma irgendwann früher oder später wenn es nicht heute ist wenn es nicht jetzt ist wenn der krieg in gaza nicht genug ist irgendwann wird der moment kommen wo du nicht mehr die fresse halten kannst irgend jeder hat ich weiß nicht wie viel freunde und familie du in israel hast wie viel du mit diesem konflikt zu tun hast wie sei du dich mit der geschichte ausgänzt wie sei du dich mit der geschichte vom antisemitismus ausgehend ist ja so stadt die parus gigawadisch vielleicht bitte auf deutsch vielleicht bist du einer der russischen juden die nicht so eng mit ihrem judentum verwurzelt sind ist auch völlig okay oder nicht so viel wissen über irgendetwas was auch völlig okay ist du bist ein jude du bist genauso vollwertig wie ich wie ein rabbiner du kennst unsere religiösen ansichten bei uns das ist die religion ist ist das volk an erster stelle die religion ist die zweite stelle sozusagen aber irgendwann wird dieser trigger point für dich erreicht wo die wo die dir irgendwas sagen wurden nicht mehr deine fresse halten kannst und dann wirst du auf die schnauze fallen ich hoffe das wird so leicht und leid und und gefühlvoll und unschmerzhaft sein für dich wie möglich aber wirklich dieser tag wird kommen wo du diese menschen als freunde verlieren wirst früher oder später ich habe ich habe ich habe brüder ich habe kumpels deren deren palästinensischen freunde hätten alles für die gemacht alles ich möchte an dieser stelle diese diese diskussion schließen weil es geht heute nicht um yahudi es war ein wichtiger ein blick ich wollte wollte nur kurz als ich wollte ihm das nur sagen ich respektiere dich ich respektiere deine meinung dass du einfach frieden für alle willst und gut mit allen sein willst das ist ja der gedanke und den habe ich generell auch und den hatte ich auch aber irgendwann wird es zu viel und das wird dir selbst irgendwann auch zu viel werden ich meine das nur vom besten also wirklich aus tiefstem herzen sage ich das ich hoffe ich hoffe ganz kurz verabschieden sozusagen ich hoffe du beweist mir das gegenteil ich hoffe du hast recht und ich habe unrecht ich hoffe wir haben uns hier getroffen um etwas ganz anderes zu besprechen und wir können nicht ständig uns im kreis drehen das endet sonst nie ich bin gesperrt was geschenke angeht das heißt ich kann nur empfangen im moment nicht geben danke an alle für die geschenke ich hoffe es schenkt mir aber nicht nur mir sondern auch allen meinen gästen und teilt und liked diese diesen stream ich möchte einfach dass jeder zum wort kommt aber es geht im vordergrund heute und kieren aber kieren darf ich noch eine sache sagen weil ich für mich sozusagen wie verabschieden ja gut sie und police passiert dass du mich ein bisschen so verstanden hast und ich hoffe es kommt wirklich nicht dazu was du gerade gesagt hast aber auf jeden fall bedanke ich mich dass ihr mich ein bisschen an angehört habt und ich wünsche euch noch einen guten stream hat dann auch ich bin auf einer story dass ich ja ich wollte ja nur zu ende reden weil ich hoffe wirklich habe unrecht bei der sache also ich hoffe wirklich er hat recht aber we all know it na gut tschüss an alle vielen dank dass du da warst und bis bald ich weiß dass wir uns sehen wir haben noch andreas doys und svetlana kian bitte macht dein mikro an wir kommen zurück zu unserem thema ich erinnere euch wir haben uns getroffen weil kian zu hause fast überfallen wurde bei ihm sind jihadis oder wie das heißt also also männer mit extrem extrem muslimischen einstellungen zu hause aufgetaucht und haben seinen sohn bedroht das hat seine familie seine ganze familie war da weil es war geburtstag von seinem sohn und ja jetzt wird wird das verfahren geben wir kehren zurück zu unserem thema kian bitte machen ein mikro an den leuten da draußen soll mal klargelegt werden in was für einer seltsamen zeit wir leben wo juden also die die toxische muslim muslimgruppen und verteidigen jung oder nicht jung ja hält unwissenheit schützt nicht vor strafe und jung jung sein auch nicht ja wir sollten wir sollten schon verstehen was da draußen sich abspürt ja und ich sage nicht muslime waren an meiner tür und haben messer gesprungen oder eine pistole gezeigt oder soll ich habe gesagt leute es reicht das leute um 10 uhr 30 in der nacht zu mir gekommen das reicht es spielt überhaupt keine rolle es spielt überhaupt keine rolle ob sie mir einen schönen guten abend gewünscht haben oder ob sie mit mir einen kaffee trinken wollten oder ob sie mit mir kuscheln wollten ja oder oder sonst irgendetwas machen wollten die tatsache dass sie an meine tür gekommen sind um mich und meine familie einzuschüchtern das genügt komplett für die menschen da draußen zu verstehen leute mit denen dieser yahudi jeden tag auf tik tok diskutiert haben wahrscheinlich diese initiative gegen mich gestartet und das reicht das reicht mehr muss man zu diesem punkt gar nicht sagen und und deshalb wann begreift er denn dass man mit diesem feind nicht reden kann wie kann man mit einem henker zusammen in der kneipe sitzen und ein bier trinken wenn du genau weißt dass du am morgen von dem henker aufgeknüpft wird das ist wirklich eine katastrophe leute ich halte ich halte mein kopf hin nicht nur gegen den islam für deutschland und so weiter ich stelle mich auch hinter die israelische community ich stelle mich hinter menschen die bedroht werden ich stelle meine meine ganze kraft im dienst all jener gruppen die der islam ins visier genommen hat und dann kommt ein so junger mensch hoch und 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 verteidigt seine würde weil sein 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 durchgedrehter rabbi sagt er solle lieber das bündnis mit gläubigen suchen als das bündnis mit nicht gläubigen das ist etwas was ich nicht verstehen kann ja dass das geht das geht nicht in meinen kopf wirklich also tut mir leid und deshalb sage ich ganz klar das hätte jedem von uns passieren können jeden von uns löwenherz hat sich schon zurückgezogen der druck auf mich hat auch für ihn gewirkt ich meine ich bin nicht ich bin nicht rausgegangen ich bin nicht weggelaufen aber löwenherz zieht sich jetzt zurück für ihn ist das eine brenzlige situation das erreichen diese leute damit wir alle vom dass wir alle vom meinungsmarkt verschwinden wir sollen alle verschwinden nur sie sollen überleben ich war in einem stream und die haben darüber gesprochen dass löwenherz gesagt hat dass er nicht mehr darüber stimmen wird und da hat einer gesagt wenn er den mund hält dann haben die moslems gewonnen die sehen uns wirklich in verschiedenen teams richtig kian ist nament normal ich habe jetzt am sonntag das gehört als ich als ich bei löwenherz drin war er will nicht ganz aufhören er wird bloß dieses thema ein bisschen runterfahren andere sachen wollen wir weitermachen und eine frage die die leute die bedroht haben waren das welche pakistan das konnte ich nicht einordnen aber das war meistens schon mal dass das das ich schau mal dass die wahrscheinlichkeit dass es pakistanis waren ist sehr hoch die andere sache ist dass es spielt überhaupt keine rolle wenn wenn er sagt ich komme aber ich mache nur noch spreche nur über deutsche politik oder über autopadden in deutschland dann haben sie trotzdem erreicht was sie wollten denn er hat davor ständig über den islam gesprochen also da das spielt keine rolle ich weiß dass er angst hat und dass diese angst ist auch berechtigt weil das sind monster religiöse monster die sehr weit gehen um ihr geschäft zu verrichten ziemlich junge familie hat das ist das problem und ich nicht und doch auch nicht aber er habe zwei erwachsene baby ich habe zwei erwachsene söhne ja das familie ja du hast mich jetzt falsch verstanden nein außerdem nehme ich an das sind pakistan die sind nach so weit ich weiß besonders radikal weil aus dem paar rein der pakistan die kommen hauptsächlich die taliban und die afghanen er könnte einer gewesen sein er könnte aber gewesen sein ich habe diesen steilzeit menschen nicht richtig ins gesicht genommen können weil ich die tür zu schlagen musste ich war so perplex ich habe mit dieser mit dieser sache nicht gerechnet ich dachte ich kriege gleich pizza ins haus geliefert und dann und dann passiert so etwas ja wie gesagt es wird wahrscheinlich pakistan weil groß in großbritannien viele pakistani aus der zeit der kolonialzeit her sind die sie nicht weil ich weiß ja ganz genau was du meinst also ich bin ich wohne ja hier ich weiß wer wer hier vertreten ist und sie sind die extremistische community die dir vorstellen kommt da sind die ganzen aber sind hier mit die mäuse gegen diese typen ja man sieht ja jedes mal wird man letzten zwei jahre mal bericht angeblich wäre ja muslimisches kind pakistani vom christen angegriffen worden und getötet da ging gab es einen riesen abflugsaufstand ja und das ist das und das ist das das sind die schlimmsten lasst mich einfach nur sagen lasst mich einfach nur sagen hört auf mit diesen leuten diesen leuten respekt zu schenken hört auf mit diesen leuten zu reden als wäre es nette menschen von nebenan eure netten nachbarn das sind leute die gestern schon wenn sie könnten die scharia und die islamische weltordnung bei uns installieren würden ja ich muss eben kurz daneben ich muss arbeiten ich bin noch verarbeitet als für mich jetzt leider leider von euch zurzeit verabschieden ich bin noch nicht hier noch dankeschön vielleicht bin ich nachher noch drin ich weiß ja nicht wie lange ihr noch macht heute ja gerne und vielleicht durchs oder svetlana möchten auch mal mit ihren sprechen bis dann danke wer möchte zuerst mit kian sprechen ladies first sitlana ich möchte noch mal mich bei kieran ganz herzlich bedanken dass er sich er hat davor gesagt ich stelle mich hinter israelis nein du stellst dich vor ja weil nicht alle juden oder israelis sind so weit oder haben keinen angst um sich für israel oder juden einzusetzen viele haben diese angst von klein auf bekommen einer kann davon ein lied singen genauso wie ich und meine mutter hat immer noch angst irgendwo zu sagen dass sie eine juden ist trotz dass so viele jahre vergangen sind ja und das bringt einfach mit sich dass die juden für sich einfach nicht sprechen aber dafür gibt es solche menschen wie du wie deus und dafür bin ich sehr dankbar ja also ich bin das verleiht mir flügel inside my red bull sage ich mal so danke dafür ja recht herzlichen dank ich weiß das sehr zu schätzen bis jetzt hat ja keiner für mich im stream aufgemacht das war tatsächlich die anna und dann bist du gleich dazu gestoßen und das bedeutet ich mir tatsächlich das bedeutet für mich jede menge ja du bedeutet mir auch jede menge und ich kann mich nur dem anschließen was die svetlana sagt du bist ein lichtblick und du bist ein beispiel für viele menschen und auch ein geld und viele hören dir zu du kriegst manches vielleicht nicht mit was geschrieben wird oder was man über dich sagt auch nach unseren russischsprachigen streams oder in den russischsprachigen streams deswegen du musst wissen du bist für sehr viele menschen ein held und von der seite selbst siehst du dich nicht das ist jetzt kein kompliment oder schleimerei was ich mache ich gebe dir einfach nur ein feedback und genau deswegen verfolgen dich diese tiere weil sie neidisch auf dich sind weil du bist dominant mit intellektueller kraft und du bist unbesiegbar während sie wie bellende hunde diese dieser vergleich ich weiß nicht mehr wegen gemacht hat du das wird lange oder deutsch oder jemand anderes aber auf jeden fall das ist ein guter vergleich eben bellende hunde wenn sie angst haben sie zeigen die zähne sie versuchen durch ihren atem einzuschüchtern aber der mensch ist immer einen hund überlegen selbst wenn der hund in beißt er wird nachher eingeschläfert und ja du bist unbesiegbar und ich stehe zu dir und zu dir stehen ganz ganz viele menschen hier und zwitlana ich meine den ganzen chat und die ganzen speaker die hier waren du kannst das ja auch hier durchlesen ja kian ist ein mutiger mensch und deswegen machen wir diese streams für dich ab jetzt solange ich nicht gesperrt bin weil ich weiß vorher ja deswegen es ist auch wichtig dass nicht nur dieser f man zu sprechen bekommt was leider in vielen streams war war sondern du es ist nein ja ja absolut absolut also wie gesagt nächste woche wenig in deutschland weil ich die weil ich das alles erst mein gesammeltes material der polizei vorlegen will und ich will das nicht nur der polizei geben ich möchte dass tatsächlich der staatsschutz sich da einschaltet ja das ist also eine ganz andere liga wenn muslime involviert sind das ist eine form von terrorismus also das ist politischer extremismus von der seite und ich werde euch natürlich alle abhalten und ich will isan bayan zur fall bringen er hat als er im april letzten jahres mit evan pc gesagt hat er hätte daten zu mir ein monat später war die antifa an meiner tür und hat im gesamten wohngebiet flugblätter verteilt und film gemacht von meiner tür habe ich auch in meinem vorletzten live stream habe ich das gezeigt wo wir eigentlich du svetlana an einer immer karim und alle anderen hätten ein schönes silvester abend feiern sollen musste ich den stream ändern musste ich tatsächlich darauf eingehen was die antifa also die sicherheit geht vor erstens zweitens das war mehr wichtiger stream als unsere meinung die wir jederzeit äußern könnten verstehst du sie daher ja ist es halt so ja also was ich muss auch wirklich sagen ich muss auch wirklich sagen ich bin absolut glücklich ihr solltet euch mal anschauen robert spencer hat sich bei mir gemeldet der mann hat weltweiten einfluss das eigentlich einer der größten islamkritischen experten den es auf diesem planeten gibt der mann hat über 400 bücher geschweben gegen den islam er hat sich jetzt bei mir gemeldet und er wird das war er wird ja ja er hat sich jetzt gemeldet er hat gesagt alles klar ich werde das ich werde das veröffentlichen er hat eine seite die wird millionenfach angeklickt millionenfach angeklickt die heißt jihad watch ja und dort wird er ein artikel veröffentlichen über diesen vorfall das wird richtig eine runde machen nachdem es bei jihad watch raus geht würde mich nicht wundern wenn auch dann andere medien das aufnehmen wenn robert spencer das schreibt auf jeden fall hat einen gigantischen einfluss und diesen einfluss kann auch gelten machen und lange und kian kann ich euch für 15 uhr aus dem und dankeschön kann ich euch für 15 minuten alleine lassen dass ihr den stream alleine schmeißt ja gerne gar keine frage robert spencer doch eben gerade geantwortet super das ist schön das ist wirklich so eine hilfe zu bekommen ist schon wirklich was besonderes kann ich vollkommen nachvollziehen absolut wenn wir schon dabei sind und über social media sprechen meine bitte absolut an alle die israel unterstützen im müsst nicht mit eigenem gesicht unterstützen heißt die angst hat was sehr schade ist weil wir in 21 jahrhundert leben und immer noch unter umständen leben müssen dass wir von irgendwas fürchten es ist es halt nicht in ordnung aber okay so ist es nun mal jetzt aber eine riesengroße unterstützung für uns alle wäre wenn ihr eure social media wirklich nutzt und videos von anderen vielleicht nimmt und repostet damit ihr den vollen vollen programm hat habt ihnen aufklärung das ist sehr wichtig ein zwei videos am tag nimmt gar nicht so viel zeit in anspruch es gibt so viele also telegram kanäle wo er die videos sind nehmen könnt einfach mal vielleicht ein ausschnitt aus einer zeitung posten könnt aber wenn ihr schon ein account besitzt dann nutzt das jede stimme zählt ich weiß nicht wem gehört dieses slogan aber es ist wirklich so jede stimme zählt und jede stimme und jedes mal wenn ihr da seid und uns unterstützt ist wir sind sehr dankbar dafür das ist gar kein thema ich möchte den deutsch bisschen näher kennenlernen den habe ich glaube ich mal irgendwo schon erlebt aber nicht so viel ich habe das jetzt auch abonniert ich habe gesehen du hast mich abonniert jetzt ja genau abonniert ich möchte dich bisschen näher kennenlernen vielleicht erzählst du mal ein bisschen von dir wenn es geht wenn du lust hast also ich bin natürlich ein bisschen vorsichtig mit mit dem mit dem outing sag ich mal von von meinen persönlichen daten gerade auf tik tok aber ja also ich bin ein ich bin ziemlich genau gleich halt wie kian und ja das ist finde ich auch wichtig dass eben ich sag mal männer und natürlich auch frauen aber männer in unserem alter diese aufgabe übernehmen die leute aufklären und halt auch ich sag mal ein bisschen so die die breite wand nach vorne bilden gegen diese wirkliche gefahr die europa und der freien welt droht die offensichtlicher wird und ich kann dir auch nur recht geben zu daren also man muss über die sozialen mediakanäle die sachen verbreiten ich bin schon lange fan von der von der bpe und kennenz stürzenberger seit zehn jahren habe darüber auch den kian und auch kennengelernt hat medial und habe die videos verbreitet und das ist ja ein ausschnitt die anwesst auch dieser eine ausschnitt wurde er sagt hier du du scheißt dreckiger deutsche in stuttgart das ja ganz genau ganz genau das ding ist dermaßen viral ich habe ganz konservativ also konservativ ihre links grüne arbeitskollegen habe ich das mal so gezeigt und dann noch mal zugeschickt schon fast bisschen aufdringlich immer wieder mal wie finden das und das witzigerweise triggert dass die leute unglaublich dass da so ein junger ekelhafter rotzlöffel einfach zu einem gestandenen mann wie dem michael man muss ja nicht seiner meinung sein aber es einfach ein gegenüber des erwachsener mann von dem hat man respekt irgendwie oder du scheiß dreckiger deutsch dieser widerliche kleine typ das war wirklich ja ich weiß nicht das hat einfach den den zahn der zeit irgendwie so so drauf gedrückt auf den nerv und ich finde es ja ehrlich gesagt großartig dass diese deppen uns damit die möglichkeit geben sie selbst darzustellen so wie sie sind und da merkt man es ist ein humor also das wäre vor drei vier jahren noch nicht möglich gewesen aber jetzt mordes ich bin hier in österreich so viel kann ich sagen und hoffe sehr dass die fbö dieses jahr übernimmt wir haben über 30 prozent jetzt schon in den umfragen und leute wo ich nie gedacht hätte vor ein paar jahren sind jetzt bereit blau zu wählen und auch einfach sich ein bisschen härter zu machen auch diese schrecklichen demos pro palästina was ja eigentlich reine pro pro islamismus für mich eine pro islamismus demos waren widerliches umgeschrei und und einfach dieses ganze habitus und das erschreckt die bürgerlichen leute das erschreckt auch grüne die games zwar nicht offen zu aber du merkst es bewegt sich was und das spüre ich also da bin ich sage ich mal sensibel genug wahrzunehmen es kommt ein anderer wind und das freut mich irre also ich hoffe dass 24 hier in österreich die fbö mit über 30 prozent ins parlament geht und dann mit der övp zusammen die absolute kriegt eine starke konservative rechte mehrheit ich habe das schon mal erlebt 2019 da waren kickl und strache an praktisch an der regierung und was der kickl innerhalb von wenigen wochen umgesetzt hat ist wirklich irre der hat ja dieses da gab es nun irgendwie wesen dass so integrationszentrum so ein blöder linksgrüner quatsch wo man halt so mit muslimen zusammen eier schaukelt und sich da gern hat und der hat diese der hat dieses 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 schriftdings abgenommen ist also integrationszentrum und hat abschiebezentrum einfach hingeballert was die e-mail abschiebezentrum rausgezogen sehr gut und er hat ab 22 uhr trageverbot von messern für asylanten für alle nicht deodorant nicht mit messer rumlaufen österreich warum denn und das weißt du der hat sachen wo es immer hieß das geht nicht hat der ein praktisch im tagesrhythmus hat der gesetze rausgehauen und es blieb allen die luft weg der hat die puma einheit eine grenzschutzeinheit gegründet und die dann in tirol praktisch italienische grenze absichert und so weiter alles sachen wo die linksgrünen immer die hosen voll haben soldaten gefährlich böse und so nein man hört bis ein bisschen durch bin großer kickel fan und hoff wirklich dass dran kommen und ich bekomme immer noch weiterhin viele drohungen und letztens auf instagram habe ich ein bild von meinem auto bekommen was auf dem parkplatz eine supermarkt besteht ich habe das weiter an die polizei geleitet die schickt mir ein fragebogen zu also auf jeden fall habe ich eine fallnummer geöffnet weil ich ich werde ständig bedroht eigentlich also in 99 prozent sind das solche anmacher wie ich finde dich und deine mutter und dann eine erklärung was man mit mir macht und mit meiner mann macht aber ich frag mich ja also es hat bis jetzt ein einziger christ mich angeschrieben und mir seine sexfantasien dargestellt in der hoffnung dass ich angst bekomme oder gar ein jude also das sind die meisten die mich so auf krasseste sexuelle dreckige art und weise anschreiben die frage ist die wenn die ein gesicht von islam sind warum denken die nicht danach also ich meine ich bin wenn wenn zehn männer die islam die also muslimische männer mich anschreiben in der gleiche art und weise was würde ich denn von von muslimen allgemein halten nichts gutes ist doch verständlich dann warum erwarten die von uns dass wir die verstehen akzeptieren gutheißen oder sonstiges warum handeln sich eigentlich praktisch alles um den schwanz vollkommen korrekt sie kommen aus einen es gibt es gab ein in ihrer kultur gibt es nur eine vulgäre art mit menschen umzuspringen schaut euch mal geht man einfach auf memory tv auf youtube und schaut euch mal an wenn sie dort diskussionen in arabischen studios zeigen da schmeißen sie den tisch um da werden stühle geworfen moderatoren zusammengeschlagen da sieht man die schuhe aus einmal hat auch ein ägyptischer abgeordneter eine pistole gezogen wollte den typ da auf der anderen seite abknallen also die kennen überhaupt keine streitkultur die kennen das nicht das ist auch ganz normal sie kommen aus despotischen gesellschaften und in despotischen gesellschaften ist es dank und gebe dass man das was der führer sagt akzeptiert dass man das was der vater sagt akzeptiert das was der bruder sagt akzeptiert es geht alles in männlicher linie weiter und es ist eine gesellschaft die von oben nach unten durch strukturiert das mit unterdrückung ja und und deswegen sind sie wenn eine frau kommt wie du anna intelligent aufgeschlossen klug ja hübsch die die anna ist mal ganz kurz weg ich bin sie ach so die anna ist weg ok so wenn die anna jetzt da ist also gut ok so also das gilt aber auch für dich wenn eine frau argumentativ was drauf hat ja wenn sie sich die butter vom brot nicht nehmen lässt na dann dann merken sie sind ohnmächtig und diese unmacht drücken sie aus indem sie dich erstmal der bahn auf seiner mann das heißt also wie kann man eine frau demütigen indem man sie sexuell bedroht ja und funktioniert das nicht dann schüchtert man auch eine frau ein auch mit gewalt und das ist halt eben diese kultur dieser menschen diese menschen sind es gewohnt bei sprachlosigkeit ihre sprachlosigkeit durch eine außergewöhnliche fäkalsprache zum ausdruck zu bringen das ist ihr ziel und genau das ist es was was diese leute tun und was sie immer an sie sind immer dabei vergewaltigungswünsche sie wollten immer 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 wieder auch mir gegenüber männer die mich vergewaltigen wollen auch wenn sie es nur sagen eigentlich nie vorhaben ja ich wirklich in den punkt punkt ja und ich mache dies mit dir ich mache das mit dir ja ich werde dir dein dein geschlechtzahl abreißen und so weiter und so fort das ist genau die sie kommen aus einem totalen meistens handelte sich meistens handelte sich nicht nur um mich das ist das ist ja das was mich wundert also ich habe das nicht umsonst erwähnt also meistens handelte sich um den ganzen gangbang meine familie noch dazu also die werden die krassesten sachen beschrieben und ich bin immer mit meiner mutter oder schwester mit involviert nie alleine nie alleine hat mir einer versprochen das zu tun was er versprochen hat immer ist jemand mit dazu bezogen das heißt meine mutter oder meine schwester oder ich komme mit einem meinen brüdern und lastig und verstehst du es ist immer massiv das ist es auch sie sie wissen also guck mal wir wir sind es nicht gewohnt wenn ihr mal seht wie deutsche sich untereinander damals angesprochen hast doch wohl vogel du bist doch wohl vollidiot schlimmste was man jemandem sagen konnte war noch ja das war das schlimmste was man sagen konnte kannten die deutschen so etwas wie h sohn und so weiter und ich f deine mutter und so weiter und so fort das ist nicht ja gar nicht das war nicht ein teil unserer art wie wir wir uns gegenseitig beschimpft haben in deutschland das ist das ist nicht das ist nicht unserer art migranten haben dieses sprach jargon in unsere kultur eingeschleppt und wir haben viele deutsche haben es mittlerweile übernommen ja und haben mittlerweile diese sprache übernommen und das ist dann die die auswirkung davon dass frauen schon verbal vergewaltigt werden das ist nicht meine überlegt euch das mal wenn einer seiner frau sagt pass mal auf du du schl ampe wenn ich dich erwische ich werde die beine auseinander reißen und dann werde ich dich auseinander nehmen ich werde dir das machen und dies machen und jenes machen diese brutale sprache ist ja schon sozusagen eine vorvergewaltigung verbal ja und diese leute sind dann dermaßen schlimm gesteuert dass sie dann irgendwann mal also entschuldigung entschuldigung nimm mal bitte den nimm mal bitte diesen hier rot gelb sonne ich hoffe alles gut bei euch erkennst du ihn ich kann ihn nicht sagen nein nein darfst du nicht weil die art und weise wie du hochkommst nimm mich hoch wir sind ja nicht steine kleinen kinder die du hier will hier irgendwann einige ansagen machen kannst okay nämlich wiesen so wichtig ja 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 das sehe ich auch an der an der fahr an den farben das weiß ich aber die die art wie man redet macht die musik okay wenn du hochkommen möchte das heißt dass er darf ich mal was sagen ich muss dir zu sprechen vollkommen also als ich nach deutschland gekommen bin das sind mittlerweile 23 jahre her ja habe ich ganz andere deutschland kennengelernt also deutschland war anders absolut und als meine eltern die einladung bekommen haben von deutschen staat wieder zurück herzuziehen wir haben diese einladung angenommen in hundertprozentige hoffnung dass uns hier niemals so was ähnliches zustößen würde dass wir niemals angst spüren würden und nur aus dieser perspektive dass so viele jahre vergangen sind dass man ja deutschland ist nicht mehr dasselbe und und sind hierher gezogen man hat uns verarscht wir sind ich habe das auf x auch gepostet man hat uns in eine falle gelockt so spüre ich das als ob wir also ich fühle mich verarscht absolut bin wieder da und irgendwie irgendwie müssen wir das klar wir müssen unseren stimmen erheben verstehe ich aber wie kommen wir an die politiker dran wie kommen wir daran das ist einfach immer diese wiege sind so lang das wird immer diskutiert und besprochen aber nichts nichts unternommen ich gucke jetzt ich lese einfach was in den in freundreich passierten denken wir bitte 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 sei es bitte so werden wieder ich möchte dass das endlich die deutschen aufwachen diese deutsche eier in sich irgendwo finden sich daran anfassen und denken okay ich fühle mich jetzt als man es ist in anführungsstrichen gemeint wo sind diese deutsche wo sind die alle ich höre nur diejenigen die nur so eu bruder wirst du wolle biller und hin und her dass doch kein deutsch ich kotze wenn ich sowas höre ich kurz ich kann das gar nicht mehr abhaben und viele deutsche jugendliche sprechen mittlerweile auch so ganz komplett übernommen die begrüßen sich sogar manchmal mit dieser assalamu alaikum dass das zerbricht mir einfach meine vorstellung von deutschen absolut ja natürlich natürlich also das ist ja absolut wenn vollkommen auf deiner seite ich glaube der deus wollte noch was sagen noch kurz zu dem was du gesagt hast also ich merke hat auch es ist der dieser schuldkult hat auch bei den deutschen sehr 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 stark drin man darf nichts sagen und es wird auch häufig nicht unterschieden gerade bei bei so grünen linken zwischen ausländer und muslime als wenn du so irgendwas in die richtung sagst du bist rechts und rechts ist ja eigentlich überhaupt nichts schlimmes aber es wird sofort als demütig oder die leute fühlen sich sofort gedemütigt und gekränkt und denken dann scheiße jetzt bin ich nicht mehr gesellschaftsfähig und das ist zum glück in österreich noch etwas lockerer sage mal ländlicher natürlicher irgendwie geblieben auch sehr viel landwirtschaft sehr viel bauern die die eigentlich sehr geerdete leute sind und die vernünftig sind und aber in deutschland fällt mir das auch auf wenn ich da freunde besuchen sodass das dass die leute einfach völlig gehirn gewaschen sind und da wahnsinnige angst haben die lassen sich lieber umbringen als dass sie irgendwie sich nachsagen lassen sie wären n n a z i und das ist das große problem weil sonst die deutschen haben eigentlich eier und die sind eigentlich schon fighter vom die brauchen sehr sehr lange aber wenn dann scheppert es halt richtig wenn sie sich dann zusammentun da gibt es gibt es ja auch wenn die deutschen zusammenhalten dann schlagen sie den teufel aus der hölle ich weiß nicht was bis mark oder irgendwie ganz großer hat das mal gesagt und da ist was dran dass es dauert lange aber wenn ja dann ist richtig tausend prozent tausend prozent sich sehe ich genauso noch mal so an anna und svetlana bitte passt auf wenn ihr da hoch holt ja schaut mal ob es wirklich leute sind die jetzt auf unserer seite stehen hier lassen sich dieser höhlen menschen aus kurdistan hochkommen oder aus arabien oder so das sind alles höhlen menschen kann ja ja ich werde sonst wieder runter holen falls sich ein menschen ja ich habe den auch blockiert ich habe den auch blockieren ich bin auch gar nicht in der stimmung jetzt mit irgendeinem höhlen menschen da zu sprechen ich habe die gelegenheit genutzt hier heute meinen standpunkt darzulegen bisschen klar gemacht wie es weitergehen wird und welche überraschung ich noch bereithalten werde und einige werden spießrouten laufen die denken dass es okay ist nicht zu denunzieren genau ex muslimen die helle heiß zu machen weil sie ihre ihre religion kritisieren ja und deswegen deswegen es ist wie es ist ich werde ich werde meinen weg gehen und ich werde nicht dulden dass diese leute mein leben einschränken ich bin ich will nicht wie hamid ablösser matleben ich will nicht mit vier bodyguards gehen und mich vorher mit vier polizisten absprechen wenn ich in den supermarkt gehen möchte will ich nicht also meistens auch wichtig dass du eine plattform bekommst wo du dich nicht mit diesen menschen abschlagen muss ich will mich auch und nicht mit diesen menschen schlagen und ich möchte nicht dass diese personen eine bühne bekommen weil sie unterbrechen alle sie sind aggressiv und was eben svetlana gesagt hat kann ich nur unterschreiben ich bin auch nach deutschland gekommen weil man uns ich komme tatsächlich aus der ukraine und ich werde übrigens auch andauernd dafür angegriffen dass ich aus der ukraine komme aber nicht von deutschen also nur zum thema schuldkult ja es sind gerade die muslime die immer von islamophobie schreien und sich darüber beschweren dass man narzisstisch und rechtsextrem ist zu denen aber gerade die beleidigen mich wirklich unter jeglichem niveau weil ich aus der ukraine komme jedes mal und ich lebe hier in deutschland seit 27 jahren ich bin eine ukrainische judin und man hat uns versprochen dass wir hier tatsächlich einen schutz haben aber der staat an sich der beschützt ja nicht nur nicht die juden sondern auch die deutschen nicht und die deutschen die nach 45 geboren sind oder kurz davor die haben niemanden umgebracht die deutschen tragen keine schuld sie tragen lediglich die verantwortung für das nie wieder und nie wieder ist nicht so ein spruch für den gut menschen sondern nie wieder ist jetzt es ist ein aufruf zum handeln und für mich gilt nie wieder genauso wie für jeden deutschen auch es dürfen einfach keine deutschen die deutschen fallen unter das nie wieder auch deutschland und deutsche dürfen auch nie wieder angegriffen werden die dürfen nie wieder gedemütigt werden es käme nie zum zweiten weltkrieg wenn nach dem ersten weltkrieg die deutsche nicht gedemütigt worden sind und wenn kian angegriffen wird gilt auch für mich hier nie wieder zum handeln es ist ein aufruf zum handeln weil nie wieder darf irgendeine familie und schon gar nicht kians familie so leiden oder kian es ist ein nie wieder für uns alle es ist so wichtig dass das alle verstehen und dass wir alle eine eins sind dass wir alle gemeinsam sind denn nur gemeinsam sind wir stark wenn wir uns gemeinsam stark machen wenn wir uns zusammentun und deswegen diese stream und deswegen darf nie wieder ein raschid a.k.a.fashon a.k.a.geist und bachjat und isam und wie die alle heißen es gibt aber auch frauen die machen ganz viele streams und ganz viel diese menschen bekommen leider sehr viel bühne und deswegen kian ist für mich so wichtig dass du auftrittst dass du alles richtig stellen kannst hier ohne dass man dir ins wort fällt und ohne dass man dich versucht zu finanzieren und mit lügen zu bewerfen ja guck mal eine strategie da draußen von diesen ganzen fanboys von diesen drei kräften dort ist dass sie per se sagen müssen dass es eine lüge ist was ich da verbreitet aber könnt ihr euch noch daran erinnern wie es war als ich am anfang gesagt habe es gab besucher meiner tür und die dann alle gesagt haben das habe ich erfunden ja ja ich finde mich sehr gut genau und dann schaut euch mal an wie sie alle schritt für schritt dann die videos selber hochgeladen haben ja und dann gesagt haben ja tieren wurde tatsächlich besucht ja also ich wurde sogar der wahrheit also mir wurde meine meine wahrheitsgemäßen angaben wurden bestätigt ja und du hast vollkommen recht an was du war jetzt eben gerade gesagt das ist absolut korrekt und 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 da müssen wir tatsächlich also hier auch ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr rückgrat zeigen entweder wollen wir ein deutschland in dem wir das sagen haben ja oder irgendwelche archaischen sitten aus der weiß ich nicht aus irgendeiner höhle da im dorfnummer 17 aus kabul oder beirut oder damaskus und sonst wo wir sollten anfangen wert auf unsere werte zu leben ganz einfach und da gehören wir hin und deswegen muss muss uns klar werden es ist nicht mein kampf nur alleine sondern es ist der kampf der uns alle etwas angeht und und da müssen wir hinkommen wir müssen wieder zu dem punkt hinkommen wo wir wieder sagen okay hey das ist nicht kehrens kampf alleine ich kämpfe wisst ihr überhaupt warum ich das alles mache weil ich möchte nicht dass man dass mein leben sich noch weiter verändert als als es sich jetzt schon verändert hat ich will keine arabischen horden über von den auf den straßen sehen eben gerade sehe ich eine nachricht in broklin zwei syrische flüchtlinge in broklin in der usa haben eine frau vergewaltigt in broklin ja das muss man sich hier das muss man nicht überall gehen ich gebe nur kurz wird lande das wort sie möchte sich verabschieden gut ich bleibe aber noch mit ihr es wird da dein micro ist aus mach das bitte an hallo ihr lieben noch mal ich möchte mich verabschieden weil ich einfach merke ich muss wenigstens eine stunde schlafen weil ich werde auch heute noch ein stream öffnen das meine crew schuldig auf jeden fall vielen dank unabhängig wer von euch auf welcher sprache streamt support euch gegenseitig teilen leiden erwünscht und ich habe für mich durch kieren noch eine art sich ja das vorzuholen gefunden das ist jetzt eine andere plattform nennt sich extra twitter ist absolut genial ich habe letztens einen beitrag gemacht über 280 menschen haben sich das schon angeschaut tik tok ist halt wirklich also je mehr ich bin desto mehr merke ich wie befinden uns hier im muslimischen abschauen zum größten teil deswegen statt vielleicht etwas dem tik tok mehr sich zu widmen wäre sinnvoll auch andere plattformen sich anzuschauen die mehr israels support bieten weil absolut alles alles was ich habe 135.000 follower und seitdem ich über israel beiträge mache habe ich absolut gar keine aufrufe also im vergleich zu früher ich werde gehemt gehemmt ich werde sehr oft gebannt und ich bekomme hier keinen nötigen support also von tik tok seite aus ja deswegen sucht auch andere quellen guckt kieren seite auf examen sehr hilfreich sehr informativ baller da beitrag nach dem beitrag nimmt euch ein beispiel inspiriert euch an noch mal dankeschön wir sehen und und hören später das gefreut kieren ich umarme dich ganz stark vielen dank viel viel spaß euch noch und bis demnächst macht gut vielen dank also ich persönlich bei bei macht gut svetlana war schön dich zu hören ich bleibe auch nur noch 15 minuten und dann gehe ich raus und dann ist auch genug ich wollte gar nicht ich ekel mich von dieser plattform ja ich will überhaupt nichts mit dieser plattform zu tun haben ich habe mich immer jede einladung gesträubt ich habe nie ex muslime verstanden die in einem match stehen ja mit mit muslime und dann ordentlich daran geld verdienen das habe ich nie verstanden ja so etwas überhaupt zu machen ich will überhaupt kein geld verdienen mit diesen leuten überhaupt nicht aber wie gesagt anna du bist du bist ein superstar war und du hast heute mit dieser plattform gegeben wir sind auch seit ein paar stunden schon hier und ja jeder dann auch da was schenken kann bitte gibt es bei mir braucht ihr nicht zu geben ich brauche keinen keine keine coins und und all diese sachen das sehr lieb von euch bitte gibt das zu anna ja das ist die unterstellen wir auch irgendwas wegen geld oder kieren oder das kieren mich bezahlt etc ich finde an geld ist nichts schlechtes da weil ich finde kieren verdient auch so wie alle anderen sprecher ein paar geschenke das ist einfach nur eine nette geste wir verbringen zeit und wir investieren hier kraft also ich finde das nicht mal verwerflich die geldfrage für mich aber ist eben verwerflich geld damit zu verdienen jemandem die bühne zu geben unter jedem etwas zu unterstützen was für deutschland oder für mich und dafür menschen die mir viel bedeuten wie zum beispiel kian und das ja die uns in gefahr bringen und ich bin ich halte mich für deutsch ich habe einen deutschen pass und das ist für mich mehr als nur visums freiheit oder zugang zu irgendwelchen vorteilen ich bin deutschland sehr dankbar ich liebe deutschland ich habe keine angst dass an dieser stelle zu sagen im gegenteil und ich möchte noch mal unterstreichen dass wir das auch aus liebe zu deutschland tun wir sind alle eins und kieren steht für deutschland ein kieren steht für die deutsche kultur ein für deutsche werte und er spricht eben deswegen über die gefahren in die deutschland rein läuft und natürlich wird er angegriffen er wird angegriffen weil er denen ein strich durch die rechnung macht die deutschland erobern zerstören in ein kalifat oder in eine scharia verwandeln wollen und deswegen werde ich kieren immer eine bühne geben und diejenigen die hierhin wollen und kieren einfach den und ziehen möchten werde ich nicht reinlassen werde ich nicht unterstützen ich will auch gehen mit einem battle hätte ich viel viel mehr tatsächlich geld verdient beziehungsweise überhaupt geld verdient aber es ist das mir nicht wert ich will es auch nicht genauso wie du kieren ja ich danke dir und und wirklich ich weiß das zu schätzen an das macht dich zu sein sehr liebenswürdigen person wirklich ich freue mich dass du dass wir uns kennen und dass wir hier so eine gute connection zueinander haben ich ich von meiner seite aus ich mehr unterstützung kann ich gar nicht bekommen ich persönlich also ich werde jetzt werden irgendwann mal auf tik tok mal wieder ein stream machen das wird sicherlich mal wieder passieren aber ich habe jetzt erst mal nicht die nerven aufbringen ich muss mich jetzt um andere sind dinge kümmern ich möchte den kampf aufnehmen gegen muslime die die mich bedrohen und das braucht meine ganze auch du musst jetzt deine familie aus der gefahrenzone bringen ja ja das kommt alles dazu das sind alles gott sei dank eine auflistung nach der anderen damit die polizei sieht welche gefahr von von bestimmten gruppen ausgeht ich bin froh dass sie dass ich das alles so akribisch gesammelt habe und ich werde das ich werde das hier durchziehen ich werde niemanden erlauben mein leben einzuschränken wegen ihrer fanatischen 1400 jahren alten idiotischen religiösen vorstellung das wird nicht passieren das wirklich und tik tok ist zwar einerseits schlecht andererseits gut wir haben hier momentan 92 menschen wir hatten mehr also bitte teile nochmal liken auch wenn wir nicht lange hier sind nicht mehr so lange hier sind kieren braucht unterstützung mich hat man gefragt eben auch in privaten nachrichten wie man kieren unterstützen kann ich denke jeder kommt jeden jemanden vielleicht kennt jemand von euch journalisten politiker menschen die in entern arbeiten wir brauchen also kieren braucht öffentlichkeitsarbeit das heißt was wirklich nützlich ist sind politiker oder journalisten vielleicht kennt jemand jemanden der jemanden kennt eben der für eine zeitung arbeitet oder fürs fernsehen oder fürs radio damit diese angelegenheit laut angesprochen wird denn ich sehe ganz oft dass straftäter in deutschland freikommen und dass das nur am rande erwähnt wird irgendwann in den nachrichten aber diese straftat die kieren entgegen gekommen ist die sollte laut erwähnt werden und permanent nicht nur einmal das muss ständig in der aufmerksamkeit sein außerdem außerdem entschuldigung dich noch mal ein bisschen zu unterstützen in dem was du gesagt hast sobald ich die kampagne starte gegen diese verbrecher besonders aber gegen isan bayern bitte ich euch bitte ich euch dieser kampagne zu folgen und es zu verbreiten und euren protest zum ausdruck zu bringen sobald und das werde ich noch rechtzeitig ankündigen wir müssen menschen die lehrer sind und gleichzeitig eine giftige islamische lehrer im kopf tragen die müssen wir aus dem amt rausholen damit sie unsere kinder nicht verpesten und deswegen wenn ich mit meiner kampagne starte dann werde ich natürlich richtig in die offensive gehen und dann hoffe ich dass ihr mich unterstützt und dass wir es schaffen die köpfe von diversen menschen rollen zu lassen die unsere kinder in der schule vielleicht aber ganz bestimmt durch die massenmedien vergiften wollen und deswegen bitte ich euch wartet auf den moment wo ich grünes licht gebe und dann möchte ich dass die islamkritische community aus allen nähten platzt und mich unterstützt das ist das wichtigste den rest mache ich alleine am ende steht der sturz von von extremistischen muslimen die uns den krieg erklärt haben besonders menschen wie mir die kein anderen gedanke im kopf haben als ex muslime zum schweigen zu bringen und das wird dann unser sieg sein wenn wir alle an einem strand ziehen ja vielleicht möchte deus was sagen also ich kann mich eigentlich nur den ausführungen vom fungieren anschließen also ja eins zu eins bin ich der gleichen meinung müssen einfach zusammenhalten wir müssen da dran bleiben und dürfen uns nicht einschüchtern lassen was wir auch nicht tun ja ich muss mich jetzt leider auch verabschieden ist es ich bin länger geblieben als eigentlich aber es hat was absolut wert wusste gar nicht das gern kommt hat mich jetzt sehr sehr gefreut mal mit ihm im stream zu sein große ja ich war spontan das nächste mal werde ich es ankündigen jetzt ist doch super auch vielen dank an dich für die tolle organisation alles also dankeschön also das was mama glück schreibt danke dir deus und tschüss bis bald dankeschön was mama mama glück schreibt professionelle hilfe suchen wir eine lösung deswegen spreche ich das an ich weiß dass kian nicht gerne über geld spricht in diesen sachen aber ich finde auch geld wird benötigt für gute anwälte also alles was an hilfe ihr machen könnt unterstützt kian auch auch wenn er diese kampagne bald startet ihr müsst follower sein und aktiv handeln aber auch bitte wenn ihr journalisten kennt oder ihr seid vielleicht selbst welche oder ihr könntet in der öffentlichkeitsarbeit sein meldet euch bei kian oder bei mir ich leite das an kieren dann gern weiter damit kieren möglich möglichst nicht in der stille verschwindet das ist das wichtigste weil darauf hofft dieser mann der in allen streams ist so wie auch ist am bayern die wollen auch nur aufmerksamkeit und übrigens geld verdienen damit und wir brauchen eben die öffentlichkeitsarbeit dass das möglichst laut und permanent genannt wird dass das auch alle anderen sehen dass das nicht ungestafft bleibt eine familie zu bedrohen bei menschen zu hause aufzutauchen kalifat und scharia aufzurufen weil es gab ja diese großen demonstrationen in deutschland die trotz verbot sogar weitergelaufen sind ohne konsequenzen ohne echte konsequenzen und dass die deren fahnen überall aufgehangen haben dass sie nach scharia und kalifat gerufen haben in deutschland dass sie gebetet haben in richtung mekka mitten in berlin das ist alles dominanz zeigen ja das ist alles die deutschen zu hause zu dominieren aber das ist euer boden und kieren steht gerade genau für euch deswegen braucht er auch eure unterstützung also wenn er jemanden kennt ja oder er lernt jemanden kennen bitte meldet euch und lasst uns so eine art network bilden dass das laut wird damit auch die politiker weil wir sprechen immer von den politikern aber die politiker brauchen druck ja die wissen nicht wie wir leben damit die politiker aufmerksam werden darauf was hier in deutschland abläuft dass jemand aus deutschland sogar nach england jemanden schickt ich liebe anna ich muss jetzt raus aus dem stream ich danke mich recht herzlich für deine zeit und mühe die gegeben was mir eine plattform zu geben das ist total lieb von dir und ich würde sagen das mache ich wieder gut wartet auf meine nächsten reaktionen das wird alles kommen ich bin vorbereitet und ich habe gute leute leute die im politischen lager schon viele aktionen durchgezogen haben und sie wissen wie man eine aktion nach der anderen durchzieht und es werden überraschungen kommen aber von denen werde ich jetzt nichts erzählen und diejenigen die dafür verantwortlich sind werden ihr blaues wunder leben und wir werden extremistische köpfe rollen lassen so damit die leute da draußen verstehen das ist unser zuhause der islam gehört nicht zu deutschland gehört nicht zu uns und extremistische muslime sind nicht ein teil unserer gesellschaft und die jagen wir auch zum teufel ich danke dir viel 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 vielmals entschuldigt alle für meine stimme wird alles gut ja alle an alle vielen vielen dank und freu ist neues jahr nachträglich auch an sich noch mal kieren deine feiertage wurden ein bisschen zerstört leider das werde ich nachholen ganz gewiss dann auch an die zuschauer alles gute und ich verabschiede mich jetzt raus und anna ich melde mich bei dir ja wenn du in eine beziehung gehst du kannst spezielle ansprüche erheben ja du kannst präferenzen haben die du gerne an deiner partnerin oder deinem partner finden möchtest aber was viele nicht verstehen ist und was glaube ich auch beziehung immer wieder auch erschüttert ist dass viele so bleiben wollen wie sie sind wenn sie in eine beziehung gehen ja viele sagen aber ändere mich nicht ja bloß nicht ändern aber entschuldigung in einer beziehung gibt man und nimmt man so du kannst dich in eine beziehung einsteigen und dein altes leben einfach weiterführen das geht nicht du bist gezwungen schon in eine in deiner beziehung auch loszulassen von deinem früheren leben kompromisse einzugehen so funktioniert beziehung und hast du erst mal die runde entschuldigt bitte kian heute nicht über den islam koran nein 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 ich bin eigentlich nur kurz hochgekommen weil ich gerade gesehen habe dass kian live ist und kian alter langsam werde ich bockig mit dir alter wenn du nicht anfängst zurückzufolgen also bei den ganzen 1000 accounts ich sehe gar nicht mehr durch mensch ich sehe das nicht ich habe ich gemacht jetzt aber die accounts verliere löwen stefan so habe ich gemacht was auf kian pass auf ich war eben gerade wahrscheinlich wird das auch wieder gleich auf genommen von daher habe ich da mal richtig schön in die kerbe rein ich bin eben gerade aus einem live raus marschiert von deinen sogenannten fanboys sagen wir es da mal so und man hat mir da aussagen vorgespielt wo es darum das thema der auguren ging wo du dann dadurch zu geäußert hast und gesagt hast deiner meinung nach können wir es bremsen rei das ist nicht das thema ich will nicht unfreundlich sein aber es ist nein nein alles gut als es das dauert auch gar nicht lange an das dauert nicht lange aber das ist wichtig für kian das ist wichtig für kian zu wissen ihren ihren weiß dass kian möchtest du das das ist eben es ist ja eben gerade passiert also ich bin wirklich nahtlos rübergegangen das ist eben brandaktuell richtig heiß da an dem an der stelle weist also dass das muss kian wissen und kehren ich habe erst mal habe ich mich da richtig gerade für dich gemacht das wurde mir übrigens da auch blöde ausgelegt dass ich mich für dich gerade mache weil ich gesagt habe ihr seid ja noch nicht mal ganz sauber in der binde weil er nicht versteht was er da eigentlich gesagt hat wenn er gefragt hat und gefragt wird wie findest du das was da mit den auguren los ist und kian dann sagt meiner meinung nach dann geht er in eine wertung was seiner meinung nach da so ist und wenn ihr das noch nicht mal versteht die haben daraus gemacht dass du den holocaust leugnis dass du leute ins kz stecken möchtest aus umerziehungslage haben die kz gebastelt das muss man sich mal ausdenken und ganz ehrlich die haben so sehr ein verbummelt das kann man sich nicht ausdenken du hast eine ganze fanbase hinter dir alter ich würde sagen du machst alles richtig das habe ich dir im live aber auch immer gesagt um das kurz an zu ich habe immer gesagt was soll der scheiß kian hat um erziehungslager gesagt und niemals kz sie haben aus umerziehungslager kz gemacht und da siehst du dass das einfach ratten sind und das habe ich auch in meinem leid gesagt er hat um erziehungslager gesagt und nicht kz habe ich immer wieder gesagt und das drehen sie so wie sie wollen das ist ekelhaft und noch mal und noch mal rei und an alle anderen die jetzt noch mit schau mal weiß was die worten kian die wollen dass ich mich von dir distanziere ich muss ich muss dir eins sagen da lege ich wirklich wert drauf weil ich sage das zu allen anderen auch und das ist nicht böse gemeint aber wir sehen uns hier nicht wir hören uns bitte immer hören mal entschuldige für das klugscheißen und so happy und so glad to see you because men always switch into politics and every old stuff you know we're talking about good evening good evening my dear okay but i speak english very well but i can das nicht so schnell okay we all are not native speakers can you wait next one minute then we let frank talk yeah let me please quickly respond das habe ich verstanden das habe ich verstanden ja ich habe übrigens immer als kinder haben immer gesagt thank you very much englisch lernen ist quatsch lernst du lieber russisch bleibst du dumm und lustig das haben wir als kinder aber bitte keiner zu persönlich nehmen das war einfach nur ganz kurze sachen diese neandertaler da mit denen ihr euch täglich rumschlag ich hätte auf die gleiche art und weite jetzt in die streams gehen können ich hätte meine ich habe ja von von einem freund hat mir wieder fünf neue accounts gemacht ich hätte diese ganzen accounts nehmen können und hätte ich loslegen können was glaubst du warum ich das nicht mache erstens warum sage ich immer es ist ein kampf zivilisation gegen barbare ich will sie als barbaren ich nehme sie nicht mal als sie spielen nicht mal in unserer zivilisatorischen liga und jetzt möchte ich für die leute die aufnehmen betonen er sagte ich sehe sie so seine eigene wertung ich sage sie sind barbaren ihrer einzige weg macht dich nicht verrückt keiner von diesen neandertaler wird zur polizei laufen das ist mir scheißegal die können da hinlaufen wo sie wollen alter ich war ich weiß ich weiß mich in diesem rechtsstaat zu bewegen und ich weiß was ich sage und das was ich gesagt habe ist nicht rechtlich zu verwerten alleine dass diese und dann drücke ich mich dann auch mal so aus neandertaler noch nicht mal verstehen dass wenn es da geahndet werden würde dann würden als alle erst die tiktok community richtlinien zugreifen das heißt wenn du da dann nicht gesperrt oder ich nicht gesperrt werde nicht rausgeschmissen werde oder irgendwas anderes ergleichen an konsequenz von tik tok zu erwarten habe dann habe ich schon mal nicht die community richtlinien verstoßen und die sind im größten teil sogar noch überspitzte wie da zum beispiel unsere gesetzlage da ist ja was die meinungsfreiheit zumindest was die meinungsfreiheit angeht schau mal in dem moment wo jemand zur polizei läuft eine anzeige macht und ich ein anwalt nehmen kriege ich sofort herauswerfen sofort ich kriege den namen die adresse sollen sie doch machen ich werde alles veröffentlichen alles ich werde jeden einzigen juristischen schritt veröffentlicht und ich werde die community damit reinziehen aber ich mache das jetzt nicht weil ich im moment ich nehme sie gar nicht für voll sie haben ein video sie haben einen taliban an meine tür geschickt sie haben mir gedroht sie haben bilder gefunden vor 17 jahre als ich auf einem fein food markt in london döner verkauft habe und persische speisen die bilder haben sie komischerweise nicht gefunden aber ich kann nicht kann ich euch zurückholen all of this sexy language was about sex no it was sex about what 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 do you say yes we are women we are waiting for sex and relationships and yeah so sorry no 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 my my mom my woman has has a problem i i waiting not for sex you will get your portion of sex today don't worry about it this will be an extremely haram every single person who believes in something needs to close their ears and run away from here sorry jetzt wieder deutsch ich muss mich immer so anstrengend im englischen halt ich bin englisch nicht so gut aus respekt vor anna die diesen aus respekt vor anna die diesen stream aufgemacht hat ähm drauf geschickt anna please help you please translate because i don't understand if they are only my sexy uh okay you can ask for sex and roy was shocked because roy came here for something very serious yes i was shocked i was shocked it is not in there is not in there is not in there in germany the men are not about sex and not about flirt and not about relationships they are more into their daily life and that's abzuschließen um das abzuschließen lasst doch ganz kurz wir sind heute da weil wir wollen über was ganz normales reden wenn ich über die islamischen steinzeit menschen reden oder der uhrin dann würde ich hin habt ihr mich je gesehen dass ich in einen irgendeinen anderen stream gegangen bin von muslimen noch nie seit ich auf tiktok bin es interessiert mich es tangiert mich überhaupt nicht was muslimen über mich zu sagen haben was ich über den islam sage hat sie schwer getroffen und ich war noch was sagen haben was sagen haben was sagen haben i bet this is something incredible was sagen haben ich wollte ich wollte esary ist nicht dass ich wollte Oh Mann, oh Mann, Alter. Das ist halt nicht normal, Alter. Das ist mir zu viel Saksismus hier. Ich weiß nicht, was Sagenhaben ist, aber es ist wie Sagenhaben. Kian, Kian, die haben mir sogar die Aussage angekreidet, dass ich gesagt habe, dass ich das da feiere, was du machst und ich dir dafür danke, was du an Arbeit geleistet hast und hoffe, dass du weiter diese Arbeit leistest. Und das wurde selbst, das wurde mir angekreidet, weil man da sagt, somit hat sich die AfD nicht von dir distanziert. Das musst du dir mal überlegen, was für ein Blödsinn das ist. Ja, das habe ich denen auch versucht zu erklären. Kian, ohne Scheiß. Aber lass uns das Thema abhaken. Ich wollte dich da nur so kurz auf Stand der Dinge bringen und wollte dir nur sagen, dass ich dich da glaube ich würdevoll vertreten habe und da für dich eingestanden bin und da auf jeden Fall für klare Kante gesorgt habe. Und ich mich als Mensch von dir auf keinen Fall distanziere. Im Gegenteil, dass ich das sogar noch mal bestätigt habe, dass ich das genau so meine, wie ich es da gesagt habe und alles andere mir rotzegal ist. Dieses komische Kleingespinne, was diese Leute da von sich bringen, dass die noch nicht mal in der Lage sind, das gesprochene Wort zu verstehen. Nicht verstehen, wenn du da zum Beispiel von deiner eigenen Meinung sprichst, die sie da hast. Nicht verstehen, wie sie wollen. Ich scheiße auf die Uiguren. Ich scheiße auf diese Drecks-Wahabi-Bande. Das ist ihr Problem, nicht mein Problem. Ich pfeife auf die muslimische Welt. Ich pfeife auf diese Bande. Ich pfeife auf den Koran, auf ihren Propheten und so weiter und so fort. Es ist völlig unwichtig. Völlig unwichtig. So sehe ich das auch. Bitte. Sie sollen machen, was sie wollen. Sie sind sowieso schon sehr weit gekommen. Es ist völlig egal. Völlig egal. Lass sie machen. Gut, Kian. Ich will das Gespräch aber gar nicht weiter stören, weil ich mache sonst hier echt den Live kaputt. Das will ich nicht. Aber bleib bitte. Please stay. Frank, run away. You can still stay here. Anna, I must sleep. Okay, good night. Wir wollen morgen auf Demo gehen. Okay. Genau. Sehr gut. Geh raus. Alle rausgehen. Ach, der Erste bitte raus. Raus auf die Straße. Unterstützt die Bauern. So sieht es aus. Genau. Ich wollte schon gar nicht. Ich wurde ja vorhin da schon eingeladen. Jetzt bin ich dann aus dem Live raus. Habe gleich dich dann im Anschluss gesehen. Deswegen bin ich hier noch kurz rein. Wollte dir das nur mitteilen, aber ich muss jetzt echt ins Bett. Ich muss morgen früh kurz vor vier aufstehen, um da fit bei zu sein. Ich will auch an dem Autokorso teilnehmen, weil zu Fuß bin ich nicht mehr so stark. Da habe ich Probleme mit dem Rücken. Das klappt nicht mehr so. Von daher muss ich jetzt wirklich schlafen. Aber ich höre gerne noch zu. Mal gucken, ob es hier noch spannend wird. Nur, mach mal Livestream. Mach mal Livestream. Ja, wahrscheinlich werde ich auch das noch machen, aber dann mal gucken, wie es da so läuft. Weil wenn ich dann nur im Autokorso stehe und das Auto vor und hinter mir filme, davon habe ich nicht viel. Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Erfolg für morgen. Danke, Kian. Danke, Kian. Wünsche ganz Deutschland gleich ordentlich Erfolg, wenn es darum geht. Ich hoffe, dass Deutschland es kapiert hat. Raus zum 8. Januar. So sieht es aus. Alles klar. Ich wünsche euch was. Viel Spaß noch. Und Daily, this is not Tinder. No, we are not looking around for men. We are not looking for anybody. We are just having a conversation. Daily, good night. You are a beautiful woman. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Dankeschön. Can I have a traineeship with you? No idea what I'm saying. Can you wait a minute? I will just say some few words in German and then I will translate to you. I will learn it step by step. Yeah, you have to start. You have to start to learn German. To talk to us. Und zwar, das war so ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wenn Männer zu wenig mit Frauen zusammen sind, zu wenig Kekse haben, zu wenig sich entspannen, zu wenig Berührungen haben, die können überhaupt nicht abschalten und nicht umschalten. Und es gäbe wirklich viel weniger Kriege und viel weniger Bösartigkeit auf der Welt, wenn Männer und Frauen eine gute Beziehung zusammen hätten. Yeah, make love not war. Yes, so Ness, I just in a few words, I just said that Roy was an example for the situation, you know, when men don't have the Kekse and don't have the sensuality and a good relationship to a woman, then they cannot stop talking about and thinking about their job or politics or anything, their business they have. Wenn jeder Soldat auf der Welt, anstatt rumzuballern, einfach Kekse essen würde mit seiner Frau, dann wäre schon viel getan. Dann hätten wir die glückliche Menschheit. Ja, zum Kekse kommen wir noch auch zu sprechen. Ness, if you want to talk about something, then just start. We are going on with a... This is called sublimation. When you... This is called sublimation. When you have some, like, you know, not really developed area of your life and you just keep doing something like business or making money, so men usually do sublimation this way, you know, they go to work and work and work and a woman also, I think. Let's talk about a... Let's talk about... Let's talk about... No, you give out a habit. Yeah, Kion said in his last message that there is a problem when a woman lives a life of a man or a man is not living his life, you know. And here is a person who led a message in the chat. Hier stand sie. He said... In German, also meine Mutter war eine Macherin, weil sie mich allein groß bekommen hat. He is telling that his mother was a maker because she was an alone-standing mother. And this is a big problem, a huge problem for many, many people in this world when a woman has to be strong. And there is no space and there is no place in her life then for a man. And then she will get a relationship with a man who is not an adult, who is not strong inside of him. I have a guessing about it. I think that the main problem is that there are some men who are not really a man. I mean, they are waiting for the woman to be strong all the time. So a woman learns to be this kind of guy that she wanted to marry because she sees that he doesn't change and she needs to take care of herself. And then she becomes this kind of male that's like this kind of boy that he wouldn't like to see next to him. And this is it. And afterwards, she loses her female energy. Or it's too much female energy. Yeah. No, I think in the beginning, like every woman is a woman, right? Every woman speaks languages of love, like care and protection. But when a man, he can't handle it and he can't behave like a man, then she step by step, first of all, she does troubles, right? First of all, she starts to make troubles and then she's going to become the same male she wanted to get married to. Yeah, because when she is... She needs to be strong. What? When her man is not mature enough, not mature enough. Yeah, that's what I meant. Then she will get into her maternity, but not into her family. Right. And there's a huge difference. Maybe we'll let Stefan or Kion say something. We'll come back to German again. We'll switch to German also. Okay. But I will try to take that in English too. Thank you. Wow, thank you. In the Bavarian accent, this is glorious. I wish I can speak the Scottish accent. There is a part similar to my home accent too. I guess so, because when the Scottish are speaking, they actually speak like this. I am Scottish. I'm from Scotland. And they are in their language. It sounds similar to our language. Yeah. Do you actually know that the American accent, which most Americans speak today, is the original Irish accent? When you go to Ireland, you actually think you are in the US because they introduced this slang into the US. Did you know that? No, I didn't know that. But... That's the Irish accent. It's the Irish accent. The tip for me, the typical American accent was, and we call it in German, the gum English. Like cowgummi. Gum English. That's the way how the Irish are speaking. The American accent is actually the Irish accent. Oha. So. Can we come back to our theme? Yeah. Yes, it is. I think we have always enough Germans here in the stream, I guess. Yeah. And I think we should always switch it, so that we can dailyness a little bit build a bit. But with respect for the most people here in the stream, we can just vote for the most people here in the stream. if you want to speak English, it would be not bad. And if anyone says, hey, please come back to German, then we will also speak in German. Schreibt bitte ein D, wenn ihr für Deutsch seid, und ein E, wenn Englisch für euch wenigstens für 10 Minuten in Ordnung ist. Englisch ist okay. Danke, Aisha. Daily, we are asking, die, 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 alle wollen Deutsch. The Irish accent. I don't feel like, you can't call me daily. You call me daily. Like, what if you don't know, that my name is Ness? Like daily news. No, I said Ness. I just wanted to say daily Ness, but then I remembered it was you. Sorry, I'm just switching. It reminds me like Loch Ness, like the monster from Loch Ness in Scotland. I was, I was before to call her Nessie. Yeah, exactly. Okay, Nessie is cute. Do you know Ness? Nessie is cute, yes. I like this Nessie. If you name a monster who lives in a lake, this is cute. Do you know that? Do you know the story? Daily Ness? Do you know the story? Still not. Oh, that's why you remind me of this little sweet monster. Be careful. There's a lot of people that want to fish here. I gotta warn you that if you're going to call me that on the Pro-Israeli stream, I'm literally going to find you. I'm literally going to find you wherever you are. Daily Ness. All the men will run to Scotland, they run to the lake, they take out whatever they can to fish you out from the sea to catch you. So make sure you change your name, otherwise they will all go to Scotland to fish you out of the sea. I'm not in Scotland. Wait, where is this lake? It's Scotland? It's in Scotland. It's called Loch Ness. Loch Ness? Loch Ness. Are you sure it's in Scotland? Yeah, I was there. Oh, fish it for me? The legend of Loch Ness is a very ancient and famous one. Ness is from Israel and it's your real name, the Ness. Ness means miracle in Hebrew. Okay, it's funny because there's a lot of boroughs and areas in Scotland which has the ending which has the ending Ness. There's a lot of them. You mean boroughs? Yeah, they're boroughs. They all belong to me. Districts, boroughs, areas. They all belong to me. Like the Palestinians say that this whole region Palestine it's our nation. The same like I'm going to say they're all my lands. Yeah, excuse me, Palestine belongs to the Palestinians. Forgotten? Because of me. Why? Forgotten? Palestine belongs to the Palestinians. To occupy Scotland. What? What? Let's go back to German because people are asking about German language. We're going to now to German back to German. But we will translate sometimes for you. Okay? Thank you. And go and make your homework and learn some German. I would make a succession. We can always switch between German and English and switch so we can speak part German part English in the same time so everybody understands. Okay. You're saying so well. Okay. I will bring them up back to our stream what we were talking about because they forgot. God. I will bring them up to you. I will bring it up to you. I will bring it up to you. last theme that you have speak with Ness. So I think one of the important people in our complete lives are our parents. also ich finde die wichtigsten in unserem Leben sind unsere Eltern. Because the mother and the father are the first and biggest example for us is what is a real man and what is a real woman. Also die besten Vorsätze für uns was richtige Frauen was richtiger Mann ist als allererst und am stärksten sind unsere Mütter und unsere Väter. father shows us what is a real man because instead of the boys the boy see in his father what is a real man and a girl especially see in her mother what a real woman. And I think that's more important so the also die Wichtigkeit die Wichtigkeit der Eltern ist hier am allergrößten und die Eltern sind die ersten die den Kindern überhaupt zeigen was wirklich eine Frau und ein Mann ausmachen und das prägt uns für das gesamte Leben. Ja sehe ich genauso sehe ich genauso also wenn die Mutter einen Grundstein legt für einen Jungen zum Beispiel ihrem Sohn das richtige Verhalten gegenüber einer Frau vermittelt was wir allen vielleicht immer wieder aus den Augen verlieren ist die Tatsache dass damals es so etwas noch wie eine alte Schule gegeben hat also es war üblich noch vor 70 Jahren vielleicht sogar vor 60 Jahren dass man einer Frau die Tür aufgehalten hat dass man einer Frau den Stuhl zurückgezogen hat damit sie sich setzen kann es war üblich der Frau in den Mantel rein zu helfen oder ihr den Vorrang zu lassen oder sie mit Kosenamen anzusprechen oder im Zug oder im Bus aufzustehen und einer Frau automatisch den Platz anzubieten es gab so etwas wie einen Kodex der den Grundstein dafür gelegt hat wie Männer mit Frauen umgehen sollen und ich erinnere mich meinen Schwiegervater und mein Vater haben mich zur Seite geholt und mein Vater meinte zu mir das ist dein Schwiegervater er kommt und er wird dir so eine rein pfeffern wenn du seine Tochter schlecht behandelst und du kriegst von mir eine auf die Schnauze wenn du es wagst die Erziehung die ich dir gegeben habe nicht an deiner Frau auszudrücken und das war beängstigend zwei Männer da vor meiner Nase zu haben als ich angefangen hatte zu heiraten aber es war wie es ist ja ich fand das gut ja man hat seine Tochter nicht im Mülleimer gefunden ja mein Vater bestand darauf dass ich das Mädchen respektiere dass ich heirate und so war die Sache auch in Ordnung so war es richtig und deswegen wir müssen vielleicht wieder zu Grundprinzipien zurück wo wir wieder begreifen was es bedeutet zum Beispiel ein Gentleman zu sein oder wie zum Beispiel Selbstdenkerin hier schreibt ein Kavalier zu sein ja drauf geschissen was die ganzen Feministinnen da draußen sagen ja die es toxisch Maskulinität finden wenn ein Mann die Tür aufhält ja oder wenn er höflich ist und so weiter ja es ist sehr wichtig und wenn man zur Beziehung geht dann sei auch ein Gentleman in der Beziehung ja und ich habe mein Rollenmodell auch unter anderem aus meiner Familie zum Beispiel gelernt wo ich dann gesehen habe dass ich gesehen habe wie mein Vater mit meiner Mutter umgegangen ist er hat nie angefangen zu essen zum Beispiel wenn meine Mutter nicht angefangen hat zu essen ja er hat immer uns rumgeschubst meine Geschwister hat gesagt geht holt die Teller aus der Küche helft der Mama und so weiter und so fort aber umgekehrt hat meine Mutter wenn mein Vater von der Arbeit kam uns rumgeschubst wieder hat gesagt geht an die Tür öffnet die Tür nehmt eurem Vater die Schuhe ab die Jacke und begrüßt euren Vater und so hat sich Respekt entwickelt und das habe ich mitgenommen und das habe ich dann versucht in meiner damaligen Ehe einzubauen diesen Respekt gegenüber meiner Frau und so weiter und so fort und deswegen ist es sehr wichtig dass es Männer verstehen nicht wie diese Holzkopf-Orientale die denken Mann sein heißt seine Frau zu schlagen oder eine große Schnauze vor ihr zu haben sondern ein richtiger Mann ist tatsächlich was sagt sie Dailyness sagt Robert die nächste Haltestelle ist der Zoologische Garten weißt du warum ich so rüber lache weil ich Ness I'm coming from Berlin I just remember I'm coming from Berlin and you can't imagine how many times how many times I could hear that I could hear this in the train die nächste Haltestelle ist der Zoologische Garten and I'm laughing like this also because when you learn German you learn these things in the beginning it actually shows how stupid language courses are actually and it's so funny in the same time oh my goodness so ich sage noch ein, zwei Sätze wichtig ist ich glaube sehr 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 wichtig ist dass man dass Männer wieder lernen zu begreifen dass sanft und gutmütig zu einer Frau zu sein bedeutet nicht dass man Schwäche gegenüber einer Frau zeigt es zeigt einfach nur dass man einen großartigen Charakter hat und dass man seinen Mann auf vielen anderen Ebenen stehen kann ohne dass man seine Frau dafür wie ein Stück Dreck behandeln muss und ich als Frau kann nur sagen ich bin so ein Zwischending zwischen Emanzipation und einer klassischen Frau ich finde es wichtig unabhängig zu sein denn ich habe Beispiele aus meiner Umgebung ich komme ja gebürtig aus der Ukraine lebe hier aber seit 27 Jahren und ich kenne die andere Seite wenn eine Frau glaubt sie macht es sich bequem und glaubt aber nicht an sich wenn sie nur an den Mann glaubt und sich an Männer klammert klammert ja die Abhängigkeit ist auch eine sehr sehr gefährliche Sache aber auch die Unabhängigkeit nach der man strebt ist in Wirklichkeit also im Westen diese Unabhängigkeit das ist nur eine Pseudo Unabhängigkeit weil man ist man ist dann verletzlich das ist nur aus Angst vor Männern und aus Lust an Distanz aus Lust an Konkurrenz mit Männern aus Lust an ja Dominanz über Männern und beides also beides ist giftig für eine Frau beides ist auch schlecht für ihre Gesundheit und auch schlecht für ihr Aussehen und für ihr Wohlbefinden also ich spreche jetzt aus der Perspektive einer Frau und Eltern sind ein sehr sehr wichtiges Beispiel aber es ist nicht so wichtig was sie sagen es ist wichtig wie sie miteinander leben aber wie sie vor allen Dingen alleine sind zum Beispiel wie eine Frau sich anzieht wenn sie alleine ist ja wie viel Geld investiert sie in sich investiert sie mehr Geld in ihre Familie oder in sich wie ist ihr Selbstwertgefühl welche Art von Mann sucht sie sich für eine Beziehung aus und oftmals ob sie überhaupt weiß wen sie sich aussuchen so viele Beziehungen stagnieren irgendwann auf lange Sicht eben weil man mit 25 anders war als mit 45 und man hat sich nicht synchronisiert also das was ich jetzt sagen möchte Eltern sind ja wichtig aber unsere Eltern ganz egal aus welchem Kulturkreis wir kommen sagen oft richtige Dinge aber wenn man also Kian weil du hast sehr viele gute Beispiele gebracht aber wenn man tiefer blickt es gibt weil niemand ist perfekt es gibt auch ja negative Szenarien die uns die Eltern einbauen und diese nehmen wir dann auch in unsere Beziehungen mit ja und eventuell kann ich dann in die Runde fragen ich habe jetzt auch einen neuen Gast Frau Guten Morgen was denkt ihr welche Szenarien nicht gut in unserer Gesellschaft so unter den Männern und Frauen sich integriert haben Hallo Evgenia Hallo guten Abend an alle darf ich jetzt kurz was fragen das war so spannend mit scherzen und jetzt sind wir so ernst das war so dass ich an deutscher mentalität denke nöst nöst Das wird jetzt aber schwierig. Es ist zu kompliziert, um in Englisch zu tradizieren. Ich wollte sagen, sollten wir bleiben bei der Themen über Kekse? Können wir vielleicht ein bisschen light talk, not the whole thing in the one direction? Maybe we can go back to the topic with Wir haben jetzt angefangen, nicht direkt mit Keks, sondern mit Beziehungen und gehen dann später zu Keks über. So we starten. Ich sage auf Deutsch. Es ist mir zu kompliziert, gleich emotional ins Englische zu übersetzen und von einer Sprache auf die andere zu springen. Ich kann es. Ja, vielleicht willst du das einfach übersetzen. Ich denke, du hast mehr Übung. Aber das war für mich so spannend. Du hast mehr Übung. Ja, du machst ja in mehreren Sprachen gleichzeitig. Ja, leg los. Also, das war sehr witzig, wo wir das Thema auch mit ein bisschen so Leichtigkeit angesprochen haben. Mehr Männlichkeit und mehr Weiblichkeit. Jemand hat in den Chats reingeschrieben, die Frauen müssen endlich wieder lernen, wie man viel Kekse backen kann. Kekse backen kann. Das war Igor. Wovon schau dir das? Und das fand ich so lustig und das war so spannend. Und Kian hat gescherzt. Und dann plötzlich haben wir wieder zur Planwirtschaft hier gekommen und haben angefangen, wieder sehr ernst zu reden. Und das ist typisch deutsch. Können wir wieder ein bisschen mehr Scherzen reinbringen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, eine Sache ist die. Männer wollen andauernd Kekse gebacken bekommen. Ja, das ist ganz normal. Und ich glaube, Frauen müssen verstehen, dass Männer in dieser Hinsicht Prioritäten setzen, bevor sie irgendwelche anderen Prioritäten setzen. Und das ist auch von der Biologie, von der Natur aus auch erst mal so gemacht. Männer sollen sich eine möglichst fruchtbare Frau finden, damit sie Nachwuchs erzeugen können. Das ist das biologische Setting, das erst mal da ist, bevor man alles andere durchgeht. Das ist das Generelle. Und eine Frau sucht sich einen Mann, der möglichst ihren Nachwuchs beschützen kann. Ja, erst mal so trockene Biologie. Aber deswegen ist auch der Kekstrieb im Mann besonders stark. Ja, und das muss eine Frau verstehen. Also muss eine Frau die dem entsprechenden Werkzeuge einsetzen, um den Kekstrieb eines Mannes auch am Leben zu erhalten. Und gleichzeitig muss der Mann verstehen, was eine Frau am Leben erhält. Ja, eine Frau hat auch Spaß am Keksebacken. Auf jedem Fall. Ja, und das tendiert auch von Backstube zu Backstube immer anders. Ja, aber in der Regel Sexualität bestimmt faktisch das ganze Leben. Es ist nicht umsonst der stärkste Trieb im Menschen. Die Frage ist nur, wie wertet man das in einer Beziehung? Und deshalb muss man akzeptieren, dass Männer sehr sexuelle Wesen sind und dass Frauen wissen sollen, wie sie mit dieser Sexualität umgehen. Kein Mann hat so eine Superpower, dass er eine Frau überfordert. Ja, aber trotzdem sollte eine Frau wissen, mit was sie es zu tun hat, wenn sie sich auf eine männliche Beziehung einlässt. Die Tatsache, dass sich kein... Was meinst du mit männlicher Beziehung? Oder meinst du mit einem Mann? Auf einer Beziehung mit einem Mann, Entschuldigung. Wir dürfen eine Sache nie in unserem Leben vergessen. Niemand verliebt sich auf den ersten Blick aufgrund des Intellekts in jemanden. Das ist Bullshit. Ja, also wenn jemand kommt und sagt, wow, diese Frau ist so intellektuell, so klug, so wissend, so weise, ich habe mich in dich verliebt, der redet Bullshit. Den kannst du gleich in die Klinik reinschicken und ihm die besten Medikamente geben, die die Pharmaindustrie gerade produziert hat. Das Bullshit. Ja, Männer verlieben sich bei einer Frau immer zuerst in den Körper einer Frau. Ja, und dann kommt das Beeindruckende erst mit der Zeit. Mit der Zeit entwickeln sich dann andere Beobachtungen. Dann sagt man auch, wow, diese Frau ist aber auch tatsächlich süß und die ist aber auch weitsichtig und die ist aber auch weise und es ist auch noch eine kluge Frau, eine sehr vorsichtige Frau und eine sehr angenehme Frau. Und dann kommen viele andere Attribute mit ins Spiel. Aber lieber auf den ersten Blick gibt es nicht in Bezug auf den Intellektualismus, sondern immer, wie der Mann diese Frau gerade sieht. Ja, das ist, so läuft das. Jetzt versuche ich hier die Brücke auch zu bauen. Okay, can I just translate to Ness what he said? Ness, I hope you are here or unless you can hear me. So in a few words, Kian said that nobody is in the beginning falling in love of with the Intelligency of a woman and no one wants to fuck your college degree. So it's important how you look and then the second and not the first impression counts is what is inside of you. So he was talking about that. I hope you could hear me and Emil, what do you mean what are you talking about to me? I said that in English too. Nessman did you understand what he said? Just a minute. Yes. Genau genau das was du gesagt hast. You can speak German. and there there has to hard kicks. So my I'm sorry. I just I really got a head out from not understanding literally nothing. Okay. But thank you for being here. But I'm going to leave you in a really great company. I'm sure about it. You've got Ježenia and everyone else and Rob and Kian. Okay. Gotta go. Thank you. Okay. Everyone should have a great evening with Anna. Yes. With Anna. Everyone. Okay. I laughed so much. My voice is just yeah. It's broken. good relationship is to laugh with each other. So we did it. Excuse me. There's a there's a there's a religious sect in Japan and in India and part of their religious ceremonies or or what can I call it practice is to laugh. There's Indian sect they go in parks and part of their religious and ceremonial practice is to laugh. So you will see hundreds of people people in the park women and there's a guru and he starts laughing and then everybody is laughing at the same time and it is incredible. I was so much laughing when I saw that on YouTube. I was impressed. Then I'm literally one of them. Exactly. A very positive religion. I love it. I love it. A religion which promotes laughing. Can you imagine this terrible death cult Islam which promotes sadness and moaning and frustration and all these things. And then there's a simple Hinduistic religion which promotes laughing happiness relaxed be cool and it's the same like in Japan. They do this as well. and I love it. I love it when a religion spreads this positivism out to people. That's why I think laughing in a relationship yeah das Lachen in einer Beziehung ist extrem wichtig. Man fühlt sich wohl wenn man nicht mehr miteinander lachen kann. You can't laugh. Stop. Please. Hey Laugh. Come on. Laugh. Come on. I'm the guru. My special recipe is rockets fired on Israel five times a day. You don't have any time to be upset. And then you can laugh. You don't have any time to be upset. You are just excited all the time you are alive. so yeah I got a run and really there is a run for your life and we will laugh. Thank you. Thank you. Okay have a good evening everyone. want to learn more this friendly atmosphere of German language. I just need to learn it. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Okay. So, jetzt können wir alles wieder zu Deutsch. Wir haben ganz viele Zuschauer verloren, aber ich denke, ihr seid die Besten, die getrieben sind. Aber keine schlechte Möglichkeit, um ein bisschen zu trainieren. Wie gesagt, ich habe es noch bitter nötig. Ja, ja. Macht, jetzt kommen wir zurück zum Thema. Kian sagt das alles nochmal, was du gesagt hast. Ich habe alles verloren. Kann ich einen Vorschlag machen? Ja. Jede, der sich jetzt im Chat befindet, und noch nach einer weiblichen oder männlichen Seite sucht, bitte einfach irgendetwas in den Chat schreiben. Du kannst anderen sagen, was die schreiben sollen. Vielleicht wird das der nächste Tinder. Aber nur so. Ach so, wenn jemand einander kennenlernen möchte. Eine Börse, eine Single-Börse. Ja, dann lass uns das ab. Ja, eine Börse ist zu maschinell. Das ist die menschliche Seite von der Börse. Ich habe das nie verstanden, warum das die Leute so anrüchig finden, wenn ein Mann eine Frau sucht oder eine Frau einen Mann. Viele Leute schämen sich und sagen immer, warum ruft ihr denn dazu auf oder so. Weil es normal ist, in dem Moment, wo wir hier sitzen, wir haben jetzt knapp sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ich würde sagen, jetzt gerade in diesem Moment, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht zwischen 2,5 und 3 Milliarden Menschen Kekse backen. Ja. Und lass sie Kekse backen. Und das ist das Schönste, was Menschen machen können. Das Zusammenkommen zwischen Männern und Frauen ist das Schönste, was passieren kann. Ja. Wenn Menschen sich lieben, sind sie in Harmonie mit ihrer Umwelt, mit sich selbst, sind sie zufrieden. Und dann ist doch alles ganz normal. Und ich kann noch was dazu sagen, wenn es jemanden gibt hier, vielleicht, der uns hört, und es gibt einen Menschen, den ihr mögt, oder in den ihr verliebt seid, oder gar jemanden liebt, und ihr verheimlicht das, ihr solltet das heute schreiben oder sagen. Ich bin in meinen Kollegen verliebt, in meinen Chef, was mache ich jetzt? Hoffentlich ist er hier nicht im Chat. Schöner! Ach, einfach keine Angst haben. Gib ihm ein Zeichen. Ja, vor allem raus, geht raus, sagt es. Wenn ihr jemanden mögt, dann sagt es und fertig. Was ist das Risiko dabei? Also kann ich erzählen, ich bin verheiratet und ein anderer Kollege gefällt mir auch. Oh mein Gott. Ja, das ist ja schon fast Polygamie. Also, Genia, guck mal, ich finde da nichts dabei. Also, ich weiß ja nicht, in welchem Kontakt ihr dann mit dem Chef seid. Arbeiten zwölf Stunden pro Tag. Du verbringst mit ihm mehr Zeit als mit deinem Ehemann. Kann man schon behaupten. Vielleicht solltest du damit anfangen. Also, was würde ich machen? Ich würde das natürlich dann nicht jetzt hier ihm schreiben. Das kommt komisch rüber. Aber man kann ja einen Plan schmieden. Wir waren ja mit Genia in einem russischsprachigen Stream. Und da kam ein Mann. Er ist sowas wie zusammen mit einer Frau, die ist verheiratet. Beziehungsweise er hat es vor. Und er hat, weißt du noch, Serge hat gesagt, es wird meins, ganz egal, wem es jetzt gehört. Also, Genia. Ja, deswegen hat er mir auf 100 Grad gebracht. Deswegen war ich so aufgeregt. Weil ich das eigentlich im echten Leben hasse. Ich hasse dieses Verbrauchen und weiter. Aber er meint es nicht als Verbrauchen und weiter. Ja, ja. Der machte es die bessere Variante. Er kann einfach wegnehmen, was ihm nicht gehört. Ja, weil er findet, er hat das ja auch erklärt. Er hat erklärt, wenn ihre Beziehung mit dem Mann in Ordnung wäre, die Frau, die er meint, dann wäre er gar nicht da. Er hat kein schlechtes Gewissen, wenn er jemanden, die Ehefrau ausspannt. Er meint es nicht wie Verbrauchen. Er hat es mir erklärt. Ich weiß nicht. Weißt du alleine die Erzählungen, wie eine Frau riechen muss? Das weiß ich nicht. Da bin ich zu emanzipiert. Okay, kommen wir zurück zu deinem Chef. Kian vielleicht oder Stefan, habt ihr einen Ratschlag, was man macht als verheiratete Frau? Ist dein Chef auch verheiratet? Mein Chef, woher weiß ich das? Der ist neu, keine Ahnung. Weißt du, ich habe auch gedacht, wenn die Männer uns erzählen, es soll doch nichts im Wege stehen. Wieso soll ich mir solche Gedanken im Voraus machen? Ich kann Schritt für Schritt vorankommen. Ich brauche jetzt nicht zehn Schritte, mir reicht ein Schritt im Voraus zu denken. Ja, das stimmt. Ich meine nur, es gibt Informationen, die für dich hilfreich sein müssen oder können bei deinem Plan. Jetzt erfahren alle Menschen darüber, dass Frauen gar nicht so emotional, sondern sehr eingeplant funktionieren. Ich glaube, die fallen alle um. Wer ist hier und was denkt ihr über die Situation? Findet ihr, dass es fremdgehen, wenn Frau Guten Morgen etwas plant, obwohl sie verheiratet ist, noch mit ihrem Noch-Eheber? Ab wann beginnt Fremdgehen? Wie können wir das benennen, Jena? Also, gehen wir fremd, wenn wir alleine nachts darüber träumen? Oder wenn wir als Frau ersten Gedanken hatten? Oder wann gehen wir fremd? Wer kann uns das definieren? Ja, lass uns über die Definition Fremdgehen sprechen. Also, ich würde Folgendes sagen. Wenn jemand, wenn jemand, was ist überhaupt Fremdgehen? Fremdgehen ist wahrscheinlich, wenn sich ein Mann und eine Frau in einem sogenannten Partnerschaftsbündnis befinden. Ja, in einem mündlichen oder in einem schriftlich festgesetzten Partnerschaftsbündnis befinden. Das heißt, sie sind verheiratet oder sie haben sich die Treue geschworen. Deswegen gibt es ja auch diesen Schwur und diese Ehezeremonie, damit man diese Bindung nicht so leicht bricht. Ja, in guten wie in schlechten Zeiten, in der Kirche und so weiter und so fort. Und im Islam heißt es derjenige, deswegen heißt es im Islam, wer fremd geht, also der soll bestraft werden für den Ehebruch und so weiter und so fort. Also, einige Religionen sanktionieren dieses Verhalten. Jetzt ist die Frage, was passiert? Ein Mann und eine Frau sind zusammen. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange sie zusammen sind. Jetzt entwickelt der eine oder der andere eine Neigung außerhalb der Beziehung oder Ehe, nach Männern oder Frauen zu schauen. Und wenn das passiert, dann ist die Beziehung faktisch schon tot. Wenn die Beziehung intakt ist, geht niemand raus und guckt sich draußen um. Es muss also innerhalb der Beziehung etwas passiert sein, was dazu geführt hat, dass einer der beiden, Mann oder Frau, die Augen nach außerhalb der Beziehung richtet. Und wenn das passiert, dann finde ich, dann braucht man auch keinen Eheberater mehr, dann braucht man auch keine Vermittlung mehr, dann braucht man all diese Dinge nicht mehr. Dann sollte man sich hinsetzen und über die Trennung rechnen. Weil innerhalb der Beziehung funktioniert es dann nicht mehr. Verstehe ich nicht ganz. Ich bin relativ klein und mein Mann ist 1,93 Meter. Das heißt, ich sehe nicht, wohin er seine Augen richtet. Wenn wir über die Straße laufen, ich kann nur ahnen, ob er zur Seite guckt oder nicht. Weil ich sehe ja seine Augen nicht. Was kann ich unternehmen in so einem Fall? Wie kann ich meinen Mann prüfen, ob er mir treu ist oder nicht? Oder mache ich ihn einfach mit den Steinen verwerfen, weil ich das so möchte, weil ich etwas Schlechteres vermute? Ja, darüber sprechen wir ja, ab wann beginnt das Fremdgehen? Also das, was ja auch ich gefragt habe. Aber kann ich kurz darauf eingehen, Anna, weil ich das sehr gefährlich finde, dass man seinen Partner auf Treue testen möchte. Entweder hast du Vertrauensvorschuss gegeben deinem Partner oder du hast es nicht. Also wenn ich in eine Beziehung einsteige und ich weiß im Vorfeld schon, ich kann dieser Frau nicht vertrauen, dann rühre ich keinen Finger, um diese Beziehung ins Leben zu rufen. Dieser Frau wäre es mir einfach nicht wert. Wenn ich in eine Beziehung einsteige, möchte ich entspannt sein. Und das heißt, die Frau muss sich so verhalten, dass ich überhaupt erst nicht auf die Gedanken komme, eine Prüfung zu machen oder zu testen, ob mein Mann treu ist oder ob meine Frau treu ist. Und ich finde, das solltest du auch so sehen, Frau Guttenberg. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, du solltest, genau, du solltest das vielleicht auch so sehen. Ich finde, es ist ganz gefährlich. Wenn du dieses Gefühl in dir schon hast, dann stimmt bereits schon etwas nicht mit deiner Beziehung zu deinem Mann. Aber vielleicht, weil Evgenia, also Frau Guten Morgen, selber mit einem anderen Mann im Kopf lebt, ist sie auch eifersüchtig. Kann das sein? Mit welchem Kopf? Anna, vermischen wir nicht die Sachen. Ich bin sehr viele Jahre sehr glücklich verheiratet. Und das, was ich hier mache, das sind nur Ideen generieren, damit wir ein bisschen so entspannend das Thema diskutieren können. Ich habe ein Beispiel einfach gebracht. Übrigens, auf unsere Frage haben im Chat Leute geantwortet, ab wann beginnt Fremdgehen. Herr Stammzieher schreibt im Kopf, Tobias schreibt schon, also Tobias dreimal die Neuen, wenn man heimlich schreibt, dann Eber schreibt mit einem anderen heimlich schreiben, den man nicht kennt. Jetzt habe ich es verloren. Frauen und Männer gucken, also schon beim Angucken. Fremdgehen ist doch in einer intakten Beziehung, jemanden anderes zu wenden. Also alles schon ab dem Moment. Fremdgehen beginnt, wenn die Frau, der Mann unfähig sind, eine Bindung halten zu können. Also für die meisten beginnt das Fremdgehen schon einfach beim Kontakt oder beim Gedanken. Also wie ich das sehe, welcher ist der tatsächliche Grund für das Fremdgehen? Das ist auch ein interessantes Thema. Ich kann niemanden hören. Seid ihr alle noch da? Ja, super. Aber wir besprechen erstmal das. Vielleicht will Stefan was sagen, weil der schweigt die ganze Zeit. Ja, ich bin ehrlich gesagt erstaunt, wie empfindlich die meisten das Thema Fremdgehen schon sehen. Nicht, dass ich das jetzt runterspielen will. Aber Kian hat den Hinweis schon sehr richtig gegeben. Überhaupt, wenn das Fremdgehen überhaupt, egal ob für Mann oder Frau, in die Möglichkeit des Machbaren kommt, wie gesagt im Kopf, dann stimmt generell was mit der aktuellen Beziehung nicht. Nur der Punkt ist, dass wir können nicht in die Köpfe unserer Leute reinschauen. Und dann ist natürlich so, wie gesagt, wenn irgendwas in der aktuellen Beziehung, sei es jetzt ehrlich oder nur partnerschaftlich, etwas nicht funktioniert, dann braucht man nicht warten, bis irgendwann das deutlichste Symptom daherkommt, nämlich in dem, dass die Frau oder der Mann sich woanders das sucht, was er zu Hause nicht bekommt. Und wie gesagt, da können wir uns alle an die eigene Nase fassen. Wenn man das nicht bemerkt, dann ist das oft das deutlichste Anzeichen dafür. Nur das Problem ist, dass bei Fremdgehenaktionen, wenn es dann passiert ist, man immer sofort die Schuld, logisch, bei dem Verursacher sucht. Nur der Punkt ist, dass die wenigsten kommen auf die Idee, dass sie vielleicht daran mitschuld sind. Und das ist ja der ganze Punkt. Weil eine intakte Beziehung, wo beide sich respektieren und beide sich lieben, kommt ein Fremdgehen überhaupt gar nicht erst in Frage. Das ist das, worauf man sich fokussieren sollte. Und wenn eine Beziehung nicht mehr intakt ist, ja dann sollte man erstmal bei sich selbst schauen. Wie gesagt, oft gehen Leute auf Beziehungen ein, die eigentlich nie hätten funktionieren können. Und ja, da gibt es, ich finde auch, dass dieses, ja ab wann geht Fremdgehen los, dass die Leute immer irgendeine Instanz brauchen, wie in der Wissenschaft, um das ermessen zu können. Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich habe Beziehungen gesehen, da kam es zu mehreren Seitensprüngen und trotzdem haben sie sich wieder irgendwie eingerenkt. In dem Fall ist es ja nicht so, dass für jeden Fremdgehen gleich heißt, okay, es ist für immer vorbei. Ich denke, das kann jeder nur für sich selbst entscheiden, ab wann es für ihn zu Ende geht, also mit der Beziehung. Was ist ja ehrlicher? Einfach einmal Fremdgehen und testen, ob man ein Ersatzprodukt findet oder muss man sich vorerst trennen, ehrlich sein und dann alles anderes versuchen? Also meiner Erfahrung nach, was ich auch so von anderen gehört habe, ist, dieses sich erst mal trennen, das bezeichnen viele immer so als eine Art Pause machen. Und ganz ehrlich, ich habe da auch mit sehr vielen Frauen gesprochen, die schon wesentlich mehr Erfahrung haben wie ich und die sagen immer, Beziehungspausen sind nichts anderes als das Ende unweigerlich hinausschieben. Wer eine Pause von seiner Beziehung braucht, hat nur zu viel Angst, sie zu beenden. Und das ist eigentlich der Punkt. Genau. Ich denke, in einer Beziehung grundsätzlich, wenn eine Beziehung gesund und auf moralischen Fundamenten aufgebaut ist, dann funktioniert eine Beziehung immer so, dass man nicht nach draußen schaut. Die Sprüche, ich bin auf Diät gesetzt, aber einen Blick in die Speisekarte kann ich ja werfen, ist elendig, ist falsch. Wenn ich in einer Beziehung bin, will ich mir meinen Appetit auch nicht von draußen holen. Dann ist meine Partnerin das einzige Dessert, was ich vernaschen möchte und nicht da draußen mal gucken möchte, oh, wir sitzen in der Speisekarte da draußen aus. Aber den Appetit hole ich mir zu Hause, völliger Blödsinn. Aber wenn es anfängt, dass man das Bedürfnis verspürt, mit anderen Menschen zu sprechen, wenn man im Kopf schon so etwas wie eine romantische Beziehung zu jemandem abspielt, wenn man seinen Partner nicht mehr anfassen möchte, wenn man sich auseinanderlebt, wenn man sich nicht mehr versteht und deswegen nach draußen sucht. Ich sehe Momente, wo ich das Fremdgehen sehr gut verstehe und ich sehe Momente, wo ich das Fremdgehen nicht verstehe. Und wenn eine Beziehung kaputt ist, aber man nur noch zusammenbleibt, weil die Kinder da sind oder weil die finanziellen Aspekte dort eine große Rolle spielen, dann ist das ein Grund, wo ich sage, hey, wenn diese Leute sich so auseinandergelebt haben, dass sie nur noch eine Wohngemeinschaft aus ihrem Leben gemacht haben, dann bitte, dann setzt euch an den Tisch und sagt, gut, wir müssen noch aus finanziellen und aus anderen rechtlichen Dingen und aus familiären Gründen zusammenbleiben, aber ansonsten, ich habe auch Bedürfnisse, ich muss mir auch mein Leben irgendwie schön gestalten, dann würde ich dieses sogenannte Fremdgehen verstehen. Aber wenn jemand fremdgeht aus niederen Gründen heraus, weil er, weiß ich nicht, die Techniken nicht beherrscht, seine Partnerin an sich zu binden oder die Beziehung am Leben zu erhalten, dann muss ich sagen, das ist schon ziemlich traurig. Kieran, ich finde auch interessant unter anderem, was der Raler 007 geschrieben hat. Er schreibt, wenn der eigene Partner überhaupt nicht mehr interessant ist, dann sollte man darüber reden. Ich finde es vor allem interessant, weil man muss immer auch bedenken, dass Mann- und Fraubeziehungen unterschiedlich werden und auch unterschiedlich beenden. Das habe ich auch durch Gespräche mit vielen Damen, die halt auch schon etwas erfahrener sind, durchgemacht, weil die natürlich entsprechend die Dinge nüchterner betrachten können. Wenn eine Frau, sage ich jetzt mal, aus ihren quirligen Jahren heraus ist, dann kann sie die Dinge, wenn auch sie teilweise schmerzhaft in Erinnerung kommen, viel nüchterner beurteilen, als wie Frauen, die halt noch jünger sind. Die sind dann noch wesentlich emotionaler und lebhafter, was das betrifft. Und oft ist es der Punkt, wo Männer und Frauen sich unheimlich voneinander trennen. Die Frau hat oftmals im Kopf schon die Beziehung eigentlich abgehakt. Aber sagen wir mal so, man gewöhnt sich recht schnell an seinen Partner. Und die Beendigung ist ja immer sehr abrupt. Dass zwei Leute von heute auf morgen unterschiedliche Wege gehen, das ist eine sehr abrupte Trennung. Das mögen eigentlich beide nicht gern. Aber bei den Frauen ist es oft so, die Frauen tolerieren gewisse Fehler von uns bis zu einem gewissen Grad. Und wenn wir daraus nicht lernen oder entsprechend diese zu häufig machen, dann überschreiten wir bei ihnen einen Grad, wo es kein Zurück mehr gibt. Bei den Frauen ist es oftmals das Problem, dass entweder der Mann nicht richtig hinhört, sei es jetzt wirklich mit den Ohren oder auch mit anderen Sinnen, weil irgendwo fühlst du ja, dass was nicht stimmt, wenn du wirklich hinhörst. Und wie gesagt, ich rede nicht nur von den Ohren. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Frauen, die erwarten, dass der Mann jede noch so kleine Veränderung regelrecht spürt. Und da überschätzt die Frau den Mann. Der Mann, liebe Damen, wirklich, der Mann funktioniert sehr simpel und einfach geschreckt. Und Männer brauchen klare Ansagen. Wenn was nicht stimmt, dann müsst ihr es ihm knallhart ins Gesicht sagen und ihm wirklich klar machen, wie ernst es euch ist. Wenn er dann nicht zuhört oder es runterspielt oder ignoriert, dann hat es sowieso keinen Wert mehr. Aber erwartet von euren Männern nicht, dass sie schon die kleinste Wolke am Horizont sofort gegen den Wind riechen. Das funktioniert nicht. Da seid ihr wesentlich empfindsamer. Und bei den Frauen ist oft das Problem, jeder Mann hat bei ihnen so ein Stück Holz, in dem entsprechend viele Kerben reinpassen. Manche größer, manche kleiner, bis das Maß voll ist. Und wenn dieses Holz voll ist mit Kerben, dann haben wir eigentlich bei der Frau versagt. Nur wann sie uns das sagt, das ist einmal abhängig von der Situation. Und je nachdem, ob sie bereit ist, uns das direkt zu sagen oder ob sie erwartet, dass wir das irgendwann einmal merken. Aber wenn eine Frau mal ihre Gefühle verloren hat, dann haben wir eigentlich keine Chance mehr. Stefan, warum glaubst du, kann ich noch ergänzen, eine Frage an dich. Warum glaubst du, verlässt ein Mann eine Frau nicht, obwohl das, was du zum Beispiel erwähnt hast, wenn er sowieso alles runter spielt? Ganz einfach, weil der Mann, die meisten Männer nicht bereit sind, zuzugeben, dass sie in dem Punkt tatsächlich sogar ein bisschen anhänglicher sind wie die Frauen. Frauen können tatsächlich eher alleine sein als Männer. Männer haben mit der Zeit wirklich ein Problem damit, loszulassen in dem Punkt. Und Männer brauchen immer die gewisse Bestätigung. Und die Bestätigung, die beste Bestätigung können ihnen einfach nur Frauen geben. Die Männer wirken nach außen immer so als die Wilden, die Harten, die Kerle, die draußen auch wochenlang ohne alles und jeden auskommen. Aber in uns drin sieht es oftmals ganz anders aus. Und darin liegt die Stärke der Frau. Die Frau ist innerlich wesentlich unabhängiger als der Mann. Und das ist sozusagen dieses, wie sagt man dazu, Paradoxon. Nach außen wirkt es so, als wären wir genau umgekehrt. Aber in Wahrheit ist da tatsächlich die Frau die Stärkere. Der Mann braucht immer irgendwie jemanden, der ihn bestärkt. Und wenn die Person nicht mehr da ist, dann leidet der Mann extrem darunter. Von dem her ist auch der Grund, warum häufiger eher Frauen die Bestätigung wirklich beenden als der Mann, weil der Mann es nicht fertigbringt in dem Moment. Wirklich den Schlussstrich zu ziehen. Das ist, was ich an den deutschen Männern so möge. Die sind strukturiert in den Gedanken, die haben klare Vorstellungen, die tolerieren die Frauen. Aber es gab ja einen Punkt, wir haben schon früher darüber diskutiert, ob die Männer noch mehr Männlichkeit aufbauen sollen und die Frauen sollen zu der Weiblichkeit zurückkehren. Und jetzt frage ich mich, wenn ich als Frau Vollzeit arbeite, Business nebenbei habe, ich habe Kinder, wie kann ich mehr Weiblichkeit aufbauen? Was heißt das? Und wo kann ich diese Weiblichkeit unwann aufbauen? Also meiner Meinung nach hängt da der Fehler schon ganz tief im System selber drin. Ich habe mal eine Frage, ich glaube auf Twitter war es gestellt, das haben einige missverstanden, was ich aber erwartet habe. Die Frauen sehen ja, es als eine ihrer größten Errungenschaften arbeiten gehen zu dürfen. Was ja auch an und für sich nicht falsch ist. Die Frage ist nur, es ist für die Frauen die Errungenschaft, arbeiten gehen zu dürfen. Aber es ist definitiv keine, arbeiten gehen zu müssen. Weil wie gesagt, die Familien aus den 50er und 60er Jahren waren definitiv, was jetzt die Gleichberechtigung angeht, noch ziemlich hinterher, was den heutigen Stand betrifft. Aber in anderen Punkten konnten sich die Frauen familiär und auch, was ihr selbst betrifft, viel besser entfalten. Nämlich die Frau hatte da noch die Zeit. Die Frau hatte noch die Zeit, das zu tun, was sie zumindest in ihrem Bereich, was ihr zur Verfügung stand, machen zu können. Aber jetzt ist es so, jetzt hat die Frau theoretisch zwar alle Möglichkeiten, nur die Zeit reicht nicht mehr. Und es gibt gewisse Dinge, dafür braucht es einfach Zeit. Und vor allem Familie braucht sehr viel Zeit, mit den Kindern zu verbringen. Wirklich, die Frau war immer das Feuer in der Mitte des Hauses. Viele Familien sind nie mehr zusammengekommen, wenn die Frau oder die Oma oder die Mutter, die große Mutter in der Familie, wenn die nicht mehr da war. Das können wir Männer nicht. Die Frauen sind das Feuer in der Familie, die alle zusammenhält. Und dafür brauchst du Zeit, dafür brauchst du Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist euch Frauen mit dieses Arbeiten gehen dürfen, genommen worden, weil man euch jetzt auf dieselbe Stufe zwingt wie uns Männern. Ihr müsst genauso karrieregeil sein wie wir. Ihr müsst genauso erfolgreich sein wie wir. Ihr müsst genauso laut sein wie wir. Was hat das noch mit Frau sein zu tun? Eine Frau ist nicht gleichwertiger wie wir, nur weil sie so laut ist wie wir. Eine Frau kann genauso stark sein wie wir, ohne dass sie laut ist. Eine Frau kennt die Tücken und Schwächen von uns Männern und kann sie ganz anders, sag ich mal, bearbeiten als wir. Und das ist der große Unterschied. Ihr könnt in vielen Punkten nicht genauso sein wie wir, weil sonst werdet ihr wie wir. Aber was hat das noch mit Frau sein zu tun? Wie gesagt, die Dinge kann ich selbst nicht so gut beschreiben, wie wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tante, meine Mutter oder meine Oma, wenn sie noch leben würde, fragen würde. Weil die haben diese Basis noch erlebt, was eine echte Frau ausmacht und was einen echten Mann ausmacht. Der Mann ist nun mal, der Mann sorgt draußen für Sicherheit und Ordnung, die Frau sorgt drinnen für Sicherheit und Ordnung. Das ist schon... Stefan, wenn wir von Floskeln weggehen, wie siehst du, was ist eine... Also ich glaube, jeder Mann ist ein richtiger Mann, der als Mann geboren ist. Und jede Frau ist eine richtige Frau, die als Frau geboren worden ist. Ich weiß aber, was du meinst. Wie würdest du... Ich könnte es auch schreiben oder hochkommen und gerne mitteilen. Ich mache mal jetzt in die Runde die Frage. Wir beginnen mit Stefan, dann Kian, dann Frau, guten Morgen. Du sagst uns, was du für Frau oder für Mann für das Richtige hältst. Was sind das für Sachen oder für Eigenschaften, die ihr als angenehm männlich und angenehm weiblich beim anderen Geschlecht findet? Wer fängt an? Stefan, du. Und dann Kian und dann Frau, guten Morgen. Wie gesagt, solche Dinge lassen sich nicht immer absolut nüchtern beantworten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, was finde ich an Frauen angenehm? Ganz einfach, wenn sie... Erstens einmal, wenn sie Dinge an mir oder an uns Männern einfach hinnehmen kann, ohne sie zwanghaft zu verändern. Wenn sie damit umgehen kann. Zum Beispiel, wir Männer haben die Angewohnheit, wir sind gern laut. Wir sind gern... Wir gehen nach vorne. Wir sind präsent. Und die Frau hilft mir nicht, indem sie versucht, es mir gleich zu tun, sondern die Frau hilft mir in dem Moment, wenn sie sozusagen der starke Pendant zu mir ist. Wenn sie damit umgehen kann. Zum Beispiel auch, wenn ich sauer bin. Ich bin jemand, der ist temperamentvoll. Wenn mich was aufregt, dann brülle ich mal kurz vor fünf Minuten. Wenn eine Frau so was aufregt, dann ist das nicht unbedingt eine Stärke, sondern, und das habe ich bei meinen Großeltern gesehen, eine Stärke von der Frau ist es, wenn sie das in dem Moment hinnehmen kann und erst mal nichts sagt. Nicht, dass jetzt wieder heißt, ja, die Frau muss wieder alles schlucken. Nein, darum geht es nicht, weil wie gesagt, das richtet sie ja nicht gegen sie, sondern in dem Moment ist der Mann einfach nur laut, wie ein wildes Tier. Aber wenn die Frau daneben sitzt und sich denkt, der beruhigt sich schon wieder, das ist die Souveränität der Frau. Die kann man in manchen Themen oder in manchen Situationen kann die Frau sogar cooler sein, lässiger, entspannter als der Mann. Warum? Weil sie weiß, es vergeht wieder. Und eine Frau, wie gesagt, soll das gesunde, im gewissen Teil, das gesunde Gegenstück zu uns sein. Das finde ich als angenehm. Danke dir, Kian. Machst du dein Mikro an? Ja. Nochmal zur Frage. Was war die Frage nochmal? Ich weiß nochmal so als Erinnerung. Ja, Männlichkeit und Weiblichkeit. Was, glaubst du, ist angenehm an Frauen, was man als weiblich bezeichnet? Und was bei Männern als männlich? Ja, da stimme ich. Aber ich meine nicht Floskeln allein, sie sollen Kleid tragen und eher die Hosen, sondern, weißt du, im Alltag oder allgemein auf lange Dauer. Ja, also, ja, ich finde trotzdem, Kleidung ist eine wesentliche Unterstützung, wie ein Mann eine Frau sieht. Ich finde Frauen fürchterlich in männergearteten Klamotten. Ich finde weibliche Kleidung, die Frauen betont, das Frausein herausarbeitet, finde ich sehr gut. Was ich an einer Frau sehr schön finde, ist, wenn sie sich ihrer Weiblichkeit bewusst ist, wenn sie die unterstreichen kann, allerdings für ihren Partner und das nicht nach außen spielt. Ich finde es wichtig, dass eine Frau ihre feminine Seite betont, ja, dass sie ihre Vorzüge kennt. Das finde ich an einer Frau sehr interessant. Das Auftreten von ihr ist sehr interessant. Lachende, laute, grobschlechtige Frauen, absolute Abtörner, wenigstens in meinen Augen. Ich finde es sehr schön, wenn eine Frau sich wie eine Dame verhält draußen, ja, wenn sie elegant ist und sich damenhaft verhält. Das finde ich sehr angenehm. Und wenn sie weiß, wie sie zum Beispiel ihren Partner draußen repräsentieren soll, genauso wie der Mann weiß, wie er seine Frau draußen repräsentieren soll. Und was man zu Hause in seinen eigenen vier Wänden macht, ist eine Sache. Aber nach außen hin, finde ich, sollte eine Frau eine gute Figur hinlegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sollte nicht so in Schlabberhosen rumrennen und sich Mühe geben, auch zu Hause sich nicht vernachlässigen, auch dort zusehen, dass sie nicht mehr wie so ein Müllsack rumrennt. Und das Allerwichtigste, bevor die Leute sagen, ach du Scheiße, was erzählt der denn da alles? Das Wichtigste ist, bevor ein Mann solche Ansprüche stellt an eine Frau, sollte er in den Spiegel schauen und erst mal diese Ansprüche sich selbst gegenüberstellen. Das heißt, ich würde von einer Frau nie etwas erwarten, was ich selbst nicht abliefern kann. Das heißt, wenn ich sage, eine Frau soll nicht dick sein oder eine Frau soll nicht ungeflickt sein und ich sehe aus wie so ein Höhlenmensch, dann wo bleibt da die Logik? Aber wenn ich meine, ich möchte eine elegant angezogene Frau, dann gehe ich davon aus, dass ich auch elegant angezogen bin. Und das tue ich zum Beispiel von meiner Seite auch. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Anzugsmensch. Ich laufe gerne in Vintage-Anzüge rum, 30er, 40er Jahre Mode, ganz groß im Stil bei mir. Und das ist einfach sehr wichtig. Also ein Mann sollte immer nur etwas auf den Verlangen und auf den Tisch legen, was er selber mitbringen kann. Frau, guten Morgen. Danke, Kian, übrigens. Ja, du hast das Mikro an. Ja, Frau, guten Morgen. Überlegt, wie man das alles interpretieren kann. Weil theoretisch, du musst so vorstellen, eine arbeitende Frau kommt in der Regel in so ein Team, wo du vielleicht zwei männliche und drei weibliche Kollegen hast und diese zwei, drei weibliche Kollegen haben keine Partner, keine Kinder. Du bist in der Konkurrenz. Keiner macht dir Erleichterungen, weil du einfach hübsch aus siehst oder weil du bessere Figur hast. Das heißt, von dir wird volle Power gefördert. Du darfst ja auch nicht darüber bringen, dass du eine Familie hast. Das heißt, man erwartet von dir sehr viel. Jetzt angenommen, kennst du deine weibliche Seite, du kommst in so ein Team, machst hübsche Augen und vielleicht hast du Glück und irgendwann ist dein Chef dein Mann und dann läuft wie geschmiert und du kriegst Gehalt umsonst. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir haben so ein Steuersystem in Deutschland, dass man in großen Städten nicht mehr mit einem Gehalt auskommt. Das heißt, so gesehen müssen die Frauen arbeiten. Und wenn eine Frau in ein Kind bereits investiert, Zeit investiert, das heißt, die springt zur Arbeit, irgendwo zwischen muss sie was zu Hause kochen, einkaufen, sich auch gut pflegen. Das System liest es nicht zu. Nicht am Arbeitsplatz und nicht, was steuerliche Sache hier angeht. Entweder oder. Jetzt ist die Frage, will man eine hübsche Frau an der Seite haben? Das bedeutet automatisch, die darf nicht arbeiten oder die darf keine ernste Stelle annehmen. Die soll sich dann vergnügen mit irgendwelchen Nebenjobs oder Teilzeitjobs. Das weiß ich nicht. Für mich ist das irgendwie nicht nachvollziehbar, was ein Mann erwartet. Aber andererseits denke ich, dass, wenn ein deutscher Mann sagt, er erwartet eine gute Figur, das meint er, das muss nicht wie bei einem Model sein, sondern das reicht aus, wenn eine Frau sich einfach im Gewicht hält und nicht übergewichtigt wird. Ich denke mir so, mit sich hübsch kleiden, hoffe ich nicht Armani und Gucci, sondern ich denke, es wird gemeint, saubere Kleidung mit Geschmack. Armani und Gucci. Nein, also Gottes Willen, das überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um Luxusartikel. Es geht einfach darum, dass eine Frau weiß, dass man sich die Haare pflegen soll, dass man sich pflegen soll, dass man sich nicht gehen lassen soll, dass man keine Wampe bekommt, dass man vielleicht auch mal zum Sport geht. Übrigens, was ich dir sagen will, ist, ich gehe auch arbeiten und ich habe wirklich einen knochenharten Job. Aber das hindert mich nicht daran, auf mich aufzupassen. Ich gehe viermal die Woche schwimmen, ich gehe zum Fitnessstudio und ich ernähre mich zum Beispiel durch meine Keto-Diät. Ich esse nur einmal am Tag und faste 24 Stunden, bevor ich die nächste Nahrung zu mir nehme. Ich habe zwar auch nicht so immer gelebt, aber ich habe irgendwann mal gelernt, wenn ich im Rennen bleiben möchte, dann muss ich was tun. Und dazu zählt, den inneren Schweinehund zu überwinden und auch etwas auf den Markt zu werfen. Wenn du dich auf dem Markt verkaufen möchtest und möchtest eine Partnerin bekommen, dann musst du was auf den Tisch legen. Und Männer müssen in der Regel viel mehr auf den Tisch legen als Frauen. Das ist nun mal so. Frauen haben draußen auf dem Markt vielleicht 1000 Mal mehr Chancen, immer einen Partner abzubekommen als ein Mann. Ein Mann muss viel an sich tun, muss viel reden, viel werben, viel ausgetüftelter sein, um eine Partnerin zu bekommen. Eine Frau braucht nur mit dem Hintern zu wackeln und die Männer stehen Schlange. Alleine ihre Physiologie ist schon ein großer evolutionsbiologischer Vorteil, sich jederzeit einen Mann zu angeln. Ob sie ihn halten kann, ist eine völlig andere Geschichte. Aber Männer haben grundsätzlich immer den Nachteil da draußen und müssen viel mehr leisten, um im Spiel zu bleiben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wenn ein Mann auf eine Frau zugeht, dass diese Frau nicht irgendwann in eine Routine übergeht, wo sie dann überhaupt nicht mehr auf sich achtet, wo sie dann keinen Wert mehr auf sich legt. Und es geht nicht um Modeartikel, die teuer sind. Es geht einfach darum, dass eine Frau ein Wohlfühlgefühl entwickelt, was aus der Beziehung herauskommt. Wenn ein Mann und eine Frau sich wohlfühlen, dann ziehen sie sich auch gut an, weil sie sich gegenseitig gefallen wollen. Aber ich kann von einer Frau auch nach zehn Stunden Arbeit nicht verlangen, dass sie jetzt wie ein Topmodell auftaucht. Aber ich kann von ihr verlangen, dass sie sich nicht vernachlässigt. Was immer diese Vernachlässigung auch in einer näheren Betrachtung überhaupt bedeutet. Jan, was mir auch teilweise im Chat auffällt, ist, dass natürlich sobald es immer auf Äußerlichkeiten geht, dass die Leute dann immer fast schon reaktionär ein bisschen allergisch darauf reagieren, weil sie dann immer denken, ihr schaut wieder nur aufs Aussehen. Der Punkt ist nur, dass halt bei äußerlich erkennbaren Merkmalen nun mal auch Bestandteile erkennbar sind, die auch wichtig sind für die Zukunft. Wie jetzt zum Beispiel nicht nur sich pflegen, gehört ja eigentlich zum gewissen Norm in der heutigen Zeit, dass man halt eben sich regelmäßig wäscht, duscht und auf seinen Körper zumindest ansatzweise acht gibt. Das gehört ja mittlerweile zu unserem zivilisatorischen Leben. Dann kommt es natürlich noch hinzu, dass einfach, wenn du dich in bestimmten Punkten zu sehr gehen lässt, dass das unmittelbare Folgen und Nachteile hat. Ich habe selbst auch mal eine Bekannte gehabt, die hatte mit 20 schon massives Übergewicht. Ja, was war die Folge? Mit der konnte man zum Beispiel keine zehn Minuten spazieren gehen. Dann taten ihr die Knie weh. Mit Anfang 20 wohlgemerkt. Und ich meine, das ist Übergewicht, ist eins der häufigsten Gesellschaftsprobleme im modernen zivilisatorischen Leben. Mindestens jeder zweite Mensch hat zu viel auf den Rippen. Das ist ein Fakt. Und da geht die Pflege ja schon los. Genauso wie man sagt, ja, ihr seid so auf Äußerlichkeiten bedacht. Das Schwierige an der Situation ist tatsächlich, das ist meine persönliche Erkenntnis, dass einfach bei den Frauen das Aussehen tatsächlich etwas mehr eine Rolle spielt als bei Männern. Bei Männern sind es andere Attribute, die halt wichtig sind. Aber die Frauen leben das ja auch. Die Frauen schauen auch grundsätzlich viel stärker auf ihr Äußeres. Sie sind viel mehr auf Schönheit und Grazie bedacht. Das ist bei uns Männern eher nebensächlich. Wir müssen die harten Kerle sein. Wir müssen Stand halten. Wir müssen mal anpacken, wenn es darauf ankommt. Das ist ein männliches Attribut, bei den Frauen ein ganz anderes. Und dann kommt natürlich noch hinzu, ich meine, auch die Frauen fragen uns immer wieder, sieht das gut an mir aus? Bin ich hübsch oder so? Sie wollen es ja immer wieder wissen. Also von dem her, diese Äußerlichkeiten, die kommen nicht nur allein von uns. Sie kommen auch von euch, liebe Frauen. Euch selbst ist es wichtig, dass ihr attraktiv angesehen werdet. Es ist euch selbst ja so wichtig. Und dementsprechend auch so hat sich das im Laufe der Jahrhunderte auch eingeschlichen. Eine Sache noch, und zwar, weil ja seit einigen Jahren immer so Begriffe umherschwören, wie Body Shaming und Body Positivity und dieser ganze Unfug. Da hat mal jemand gepostet, schaut euch mal die griechischen Statuen von damals an. Also die Abbildungen meistens der Götter und der Vorbilder. Was für Körper die damals hatten. Diese Körper gelten heute, 2000 Jahre später, immer noch als attraktiv. Und jetzt fragt euch mal, warum. Weil da die Proportionen stimmen. Wir haben einen neuen Gast, aber bevor ich jetzt Sonnenschein das Wort gebe, ich wollte nochmal drauf eingehen, was Frau Guten Morgen gesagt hat, die Eugenia. Ich fand, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Denn Kian sagte zwar, dass an einem Mann viel mehr Ansprüche auf den Markt gestellt werden. Das kann sein, wenn wir vom Kennenlernen ausgehen, weil Männer sind visuell. Und im Prinzip kann eine Frau einfach nur äußerlich kurz gut aussehen, was nicht schwer ist. Man hat heute falsche Haarteile, Perücken, Permanent Make-up, alles mögliche. Also den ersten Eindruck äußerlich zu hinterlassen für eine Frau ist einfach. Aber in einer Ehe oder in einer langfristigen Beziehung haben Männer, ich will diese Konkurrenzgespräche nicht, wer hat es einfacher, wer hat es leichter. Beide haben natürlich ihre Schwierigkeiten. Aber wenn wir von Frauen sprechen, an Frauen wird der Anspruch gebracht, wirklich permanent Geduld mit dem Nachwuchs zu haben. Mit dem eigenen und wenn sie älter ist vielleicht und hat einen Mann, der schon auch Kinder hat, dann auch mit seinem. Geduld mit der ganzen Familie und Verwandtschaft zu haben. Geduld mit dem Ehemann. Lustvoll, verspielt und immer gut aussehend. Du musst zu Hause gut aussehen. Und gut aussehen bedeutet wirklich Arbeit. Wenn du Haare hast, ich habe zum Beispiel viele dicke, lange Haare. Ich muss die immer legen. Aber das war einfach ein Beispiel. Du musst die Maniküre haben, die Pediküre haben. Du musst dies und das und jenes. Und gleichzeitig musst du wirtschaftlich sein und du musst, also das, was die meisten Frauen ja erleben, einen Job haben, in dem du intellektuell gewinnst. Und eine Art Bildung haben und zwar nicht nur die Allgemeinbildung, sondern eine gute Ausbildung und die ständig weiterbilden. Und dabei musst du noch gut gelaunt sein. Du musst die Kinder zur Kita bringen und zur Schule und du musst in dem ganzen Elternschatz drin sein. Und du musst also im Prinzip nur funktionieren. Da bleibt überhaupt gar kein Platz für Weiblichkeit. Denn das, was weiblich aussieht, ist nicht unbedingt weiblich. Für mich ist weiblich ein Zustand. Wenn ich entspannt bin, also ich sage einfach, wenn ich mich weiblich fühle, wenn ich entspannt bin, also nicht angespannt, wenn ich keine Angst habe, nicht zu entsprechen, nicht entsprechen zu müssen, wenn ich einfach nur Zeit und Aufmerksamkeit für mich habe. Das ist weiblich. Und dann kann man sich aus Lust und Laune anziehen. Und das kann eine Hose sein, das kann ein Rock sein. Ich bin dann immer weiblich. Ganz egal, welche Laune und welchen Anlass ich habe, ich mache, was ich will. Aber ein Mann ist männlich, eben überhaupt nicht sein Äußeres. Wir haben als Frau eine Art Typologie. Jede Frau hat einen eigenen Typen. Und es gibt kein richtig oder kein falsch. Es gibt kein zu dick oder zu dünn bei Männern. Es gibt nicht so etwas wie, ich merke bei Männern oft diese falsche Eitelkeit. Und das ist nicht unbedingt Männlichkeit. Bei Männern, finde ich, spielt das Aussehen, es ist wichtig, dass er einfach gepflegt ist und gut riecht. Ansonsten spielt mehr, ich glaube, seine innere Schönheit eine Rolle. Wenn jemand noch etwas ergänzen möchte, sehr gerne. Ja, und zwar, wie gesagt, den Punkten kann man nicht großartig widersprechen. Allerdings muss ich sagen, bei sehr vielen Punkten, gerade in den ersten Sätzen, hast du Dinge genannt, die man jetzt keinem Geschlecht oder irgendeiner Gruppe gezielt vorwerfen oder zuordnen kann, weil ihr dürft nicht vergessen, es gibt einen schönen Spruch, den habe ich mal von einer sehr guten Freundin erfahren. Du bekommst den Menschen aus dem System, aber du bekommst das System nicht aus den Menschen. Und vergesst nicht, womit wir alle aufgewachsen sind. Und wir sind nun mal in eine Welt, in eine Zeit, in ein System hineingeboren, das von uns verlangt, dass wir eine gewisse Schulbildung haben, dann in die Lehre gehen oder in ein Studium und dann arbeiten, 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 damit wir das, was wir uns im Leben wünschen, uns überhaupt leisten können. Und die meisten Menschen haben nun mal nicht das Glück, dass sie gleich ein Batzen Geld bekommen. Die müssen erst mal Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dafür wirklich täglich in die Arbeit schuften. Männer wie Frauen, wie gesagt, inwiefern es jetzt für uns alle erstrebenswert ist, kann sich jetzt jeder selber ausmalen. Wir Männer verlangen von euch Frauen nicht, dass ihr das Gleiche tut. Früher war es so, dass der Mann draußen die Arbeit verrichtet hat, die Frau hat drinnen die Arbeit verrichtet. Dazu gehörte nun mal auch Familie und Kinder. Ich habe vorhin öfters auch nicht nur von dir gehört, sondern auch gelesen, ihr Frauen müsst zu viel ertragen. Ich lese raus, dass euch das bedrückt, dass euch das belastet. Und ihr wünscht wahrscheinlich, dass von dieser Belastung etwas mehr verteilt würde. Kann ich absolut verstehen. Die Sache ist nur die, wo ich persönlich ein Problem sehe und versuche, das rein analytisch zu sehen. So sind wir Männer. Wir Männer sind Analytiker, wir sind Logiker, wir sind auch Praktiker. Der Punkt ist das, wir können nun mal, da wir sehr unterschiedliche Geschlechter nun mal sind, Mann und Frau, können wir nicht die Belastungen eins zu eins auf beide verteilen. Da, wo wir Männer belastet sind, können wir euch Frauen damit nicht belasten. Nun umgekehrt, warum? Weil das zum Teil nicht unseren Rollen entspricht. Weil wenn ihr jetzt versucht, eine eurer typischen Eigenschaften auf uns zu übertragen, damit ihr weniger Belastung habt, ist es dann wirklich leichter für euch, vor allem was passiert, wenn wir Männer das völlig falsch angehen. Sind wir Männer wirklich die geduldigeren in der Familie? Sind wir die besseren Erzieher? Sind wir wirklich pflegsamer in dem Punkt? Es könnte sogar komplett nach hinten losgehen. Und eine Frau, die der Meinung ist, dass sie mit diesen Umständen nicht klarkommt, dann muss sie erst mal was an den Umständen ändern, sofern sie noch dazu in der Lage ist. Wie gesagt, wenn Kinder und Familie, wenn die mal da sind, ja, dann muss man das Beste draus machen. Tut mir leid. Aber das sollte man schon vorher wissen. Wenn man für Familie nicht bereit ist, dann sollte man es nicht zulassen. Ich meine, jeder ist da für sich selbst verantwortlich. Versteht ihr? Also, so einfach, wie ihr euch das manchmal vorstellt, ist das nicht. Und wir Männer verlangen von euch jetzt nicht unbedingt immer das, was ihr alles leisten müsst. Das verlangt die Gesellschaft, das verlangt die heutige Zeit und das System, in dem wir alle hineingeboren sind, dass wir so viel machen müssen inzwischen. Wie gesagt, vor ein paar Jahrzehnten waren Teile davon noch wesentlich leichter, aber es waren noch andere Umstände. Das müsst ihr immer mit berücksichtigen. Ich meinte damit auf keinen Fall, dass man irgendwas auf Männer umlegen sollte. Was ich meinte ist, Männlichkeit bei einem Mann ist die Reife, die Frau zu verstehen. Und die Reife bei einem Mann liegt unter seiner Haut. Die sieht man nicht. So meinte ich das eher. Und bei einer Frau ist die Reife eben darin, ihr Leben so zu managen, dass sie einen reifen Mann sich aussucht, mit dem sie das Leben gemeinsam so meistert, dass sie nichts aushalten muss, sondern dass man, ja, dass man als Frau eine Lösung findet, wie man delegiert. Manche Aufgaben kann man wirklich delegieren. So meine ich das. Und viele Männer, wenn man sie fragt, eben, was findest du weiblich, dann sprechen sie Dinge an. Und das hat Frau Guten Morgen eben angesprochen. Das klingt für mich oft wie eine Aufzählung aus der Fantasie. Aber im echten Leben eine Frau kann das kaum erreichen, sobald sie ein Baby bekommen hat, zum Beispiel, ja, oft. Ich meine so im Durchschnitt. Und eben diese zu hohen Erwartungen können, müssen nicht, aber können oft, ja, zu Missverständnissen führen. Hier schreiben manche Menschen im Chat, eine Ehe wird euch töten, kommt mir bloß nicht mit Beziehungen, etc. Also das sind verbitterte, ja, Personen, das tut mir sehr leid. Eine Beziehung ist etwas Wundervolles. Und wer Angst vor Beziehungen hat, ist einfach unreif. Und, ja, das Unreife zerstört sehr, sehr viele Dinge. Ich will endlich auch Sonnenschein sein Wort geben. Sonnenschein, mach bitte dein Mikro an und sag, was du zum Thema gerne sagen möchtest. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ich habe euch ganz interessant an Interessiert zugehört. Grüß dich, Kian, mein Lieber. Ich habe euch mal ein bisschen zugehört. Sehr interessantes Gespräch. Ich wollte mal ganz kurz fragen, weil du hattest eben von den Erwartungen gesprochen die an die Frauen gestellt werden. Welche Erwartungen sind das denn? Ganz konkret. Meinst du eher die Erwartungen von dem System, dass die Frau funktionieren soll, am besten noch arbeiten soll und auch gleichzeitig eine Hausfrau sein soll? Oder welche Erwartungen, die jetzt direkt von einem Mann ausgehen? Was meinst du? Ich habe eben einfach in die Runde gefragt, was findet ihr männlich an einem Mann und weiblich an einer Frau? Also nicht ich oder du in der Beziehung selbst, sondern allgemein, was jeder für sich herauskristallisieren könnte. Wir sind ja alle unterschiedlich. Und viele haben im Chat zum Beispiel geschrieben, wenn sie sich um die Kinder kümmert. und wenn sie sich weiblich anzieht, wenn sie sich diplomatisch verhält, also solche Sachen. Und dann habe ich meinen Standpunkt gesagt und dann hat Stefan nochmal korrigiert und gefragt, findest du, dass Frauen zu viel aushalten müssen? Wäre das besser, wenn Aufgaben der Frau auf den Mann übergewälzt wären? Und wären sie Männer dann tatsächlich eine große Hilfe? Und dann habe ich darauf geantwortet. Also es geht einfach darum, was findest du weiblich an Frauen? Aber nicht in der Fantasie, sondern wenn du eine, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, aber wenn du nicht verheiratet wärst oder du bist Single oder wärst Single, was wäre für dich, wenn du heute dich auf den Weg machen würdest, um eine Ehe einzugehen? Was wären deine Wunscheigenschaften? Was wäre für dich weiblich? Eine Disney-Prinzessin. Süß, feminin, zart, sanft, lieblich. Das wäre mein Wunsch. Das ist mein Bild von Weiblichkeit, von einer femininen Frau. Nicht burschikos, nicht vorlaut, nicht zickig und so weiter. Das wäre das Ideal. Vielleicht möchte jemand noch was sagen, außer mir. Also im Endeffekt, im Endeffekt gehe ich damit so schon absolut konform. Also tatsächlich, wenn man es mal ganz nüchtern runterbricht, das sind tatsächlich typisch weibliche Attribute. Und es gibt noch einen Punkt, den man auf gar keinen Fall vergessen darf. Jetzt kommt wieder der Analytiker. Und zwar hat es aber, diese Aussage habe ich nicht, die ist nicht, die habe ich mir nicht selbst aus dem Finger gesagt. Die habe ich tatsächlich von meiner Tante, die sich in dem Bereich sehr gut auskennt. Wie gesagt, ich rede mit Frauen und höre zu, was sie mir sagen. Weil es gibt Dinge, die können wir Männer einfach nicht wissen. Da muss man eine Frau fragen. Und sie sagt zum Beispiel, einer der größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen ist, dass Frauen nun mal einem natürlichen Zyklus unterliegen. Ihr Frauen seid zyklusabhängig und dieser Zyklus beeinflusst euer komplettes hormonelles Konstrukt. Das hat Einfluss auf euer gesamtes Werden. Ob ihr euch gut fühlt oder schlecht, ob ihr gerade gut drauf seid oder weniger. Diesen Zyklus haben wir Männer nicht. Wir sind diesem Zyklus nicht unterworfen. Und es gibt, wie gesagt, Leute, die sagen, dass es nun mal Frauen gibt, die darauf neidisch sind. Dass wir Männer diesen Zyklus nicht haben und frei von diesen biologischen Unterwerfungen sind. Das ist ein Fakt, dass ihr einen Zyklus habt. Und dieser Zyklus beeinflusst euch. Manche mehr, manche weniger. Und auch das hat Einfluss auf euer gesamtes Leben und auch auf die Beziehung. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sind hier alle nur Theoretiker oder gibt es auch Praktiker, die schon länger in einer Beziehung drin sind? Na ja, also ich denke, das waren jetzt tatsächlich erst einmal theoretische Gedanken, Beobachtungen, die jetzt hier die Leute getroffen haben. Jeder Mann träumt davon, keinen Holzfäller zu Hause zu haben, sondern eine weibliche Frau, die mit ihrer Weiblichkeit kommunizieren kann. Ich finde, je weiblicher eine Frau sich verhält, desto männlicher wird ein Mann. Ganz klar. Ich habe sehr lange, über 17 Jahre lang eine Ehe geführt und ich weiß, wie eine Ehe aufgebaut ist, wie eine Beziehung aufgebaut ist, woran eine Beziehung kaputt gehen kann und wie eine Beziehung am Leben gehalten werden kann. Aber wichtig ist auch, dass man, dass Männer und Frauen einfach anfangen, sich gegenseitig zu studieren. Dass sie einfach wissen, was mag das andere Geschlecht eigentlich? Wie ist das andere Geschlecht gepolt? Da ist es nicht mal das Beste, wenn man irgendwelche Ratgeberbücher liest, wo dann irgendwelche Frauen und Männer im Schwachsinn sich zusammen philosophieren, was eine Beziehung ausmacht. Ich finde es sowieso traurig, dass wir in einem Zeitalter leben, wo uns Bücher sagen müssen, wie wir eine Beziehung führen sollen. Oder wo es Partnerberatungsstellen gibt und so etwas. Hallo, das haben damals die Großeltern übernommen, solche Dinge. Alles, was ich denke, darüber ist, außer dem femininen Aussehen, den eine Frau haben sollte, wollen Männer auch in Harmonie mit ihrer Frau leben oder mit ihrer Partnerin. Ich habe das gefragt, weil davor kam ja raus, die Frau muss hübsch aussehen, also nicht jeder Mann fährt ein Ferrari, aber jeder wünscht sich ein. Das heißt, von der Natur ist das so gegeben, manche sind sympathischer, manche sind attraktiver, aber Weiblichkeit für meine Verhältnisse ist ja nicht nur Brust und Popo. Das Gesamtkonzept muss ja stimmen. Und wenn ich aber von einem Mann höre, die Frau muss leise sein, hübsch, nicht laut reden, nicht laut Meinung sagen, dann denke ich immer zurück, du kommunizierst oder ihr kommuniziert sehr gern mit Anna, Anna ist aber sehr laut und hat ihre Meinung, aber die ist Weiblichkeit in sich und da gehen bei mir die Muster auseinander. Nein, nein, also ich denke auch, da ist ja auch ein großes Missverständnis. Ich glaube, ich tue das auch, aber ich glaube, dass das auch Sonnenschein und Stefan Robert tun. Wir gucken auf das gegenwärtige Frauenmodell in Deutschland oder in der westlichen Welt, das von einem toxischen Feminismus gelenkt ist. Schauen wir uns die Filme an, da sehen wir Frauen, die dann plötzlich Knarren in der Hand tragen, große Sprüche reißen, tätowiert sind und große Schnauze haben, also einfach, wo das ganze Feminine auf der Strecke bleibt. Keiner will einen Esel in seiner Partnerschaft. Ich würde es schrecklich finden, wenn meine Frau oder Partnerin einfach dasteht und zu allem abnickt, was ich sage. Nein, aber ich finde, dass die Geschicktheit, die eine Frau an sich hat, um einen Mann zu lenken und zu beeinflussen, dass sie das wieder zum Einsatz bringen soll. Und ich finde, gar nicht so falsch, dass ein Mann zum Beispiel erwartet, dass seine Partnerin zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit kokettiert. Ich finde es unerträglich, wenn eine Frau behauptet, zum Beispiel, sie trägt einen weiten Ausschnitt und behauptet, das tue ich nur für mich selbst, während wir alle wissen, dass sie es nicht für sich selbst tut, sondern dass sie gesehen werden möchte, egal von wem. und ein Mann möchte in der Anwesenheit seiner Partnerin einfach entspannt sein und er will keinen Wettbewerb da draußen haben. Er will auch nicht, dass andere Männer in sein Revier eindringen und deswegen muss eine Frau verstehen, wann dringt etwas anderes in sein Revier ein. Männer haben einen Abwehrinstinkt und der kommt zum Vorschein, wenn etwas sein Territorium betritt und wenn eine Frau vulgär auftritt oder sie tritt in einer Form zu übersexuell auf oder zu sexy, dann kann das im Mann diesen Alarmmodus auslösen, wo er einfach sagt, hey, darauf habe ich keinen Bock, ich habe keine Lust, dass andere Männer dich begehren, so wie ich dich begehren möchte. Und auf der anderen Seite, eine kluge Frau ist immer von Wert und ich halte das immer für sehr wichtig, weil, seien wir doch ehrlich, Männer triften sehr schnell von der Oberfläche ab und verlieren sich irgendwo in irgendeiner Tiefe. Und Frauen sind gute Beobachter. Frauen holen Männer sehr oft auf den Boden der Realität zurück und können Männer wieder zur Vernunft bringen. Es sind sehr oft Frauen, die die Vernünftigeren in einer Beziehung sind, weil sie einfach, sie können besser das Geld zusammenhalten, sie haben eine bessere Übersicht über die Finanzen, über das Leben, sie sehen, wenn irgendwas in der Familie schief läuft. Sie sind schon sehr weise und diese Weisheit, die braucht ein Mann. Aber zu der Weisheit gehört auch, dass eine Frau tatsächlich weiß, wie man einen Mann beruhigt und wie man ihn nicht unruhig macht. Mir fällt da noch ein Punkt dazu ein und zwar versuche ich jetzt nochmal auf die Grundfrage von Frau Guten Morgen zurückzukommen. Nämlich darin lese ich auch so ein bisschen eins der heutigen Grundprobleme raus. Nämlich, wenn man eine Sache anspricht, dann wird sehr häufig, gerade wenn es um das geht, wie ihr solltet oder ihr seid, weißt schon, wenn man etwas zuspricht oder Zugeständnisse macht, egal ob jetzt positiv oder negativ, es wird immer irgendwie sofort immer das völlige Extrem verstanden. Weil vorhin Sonnenschein gesagt hat, für ihn bedeutet Weiblichkeit und auch in Bezug dessen eine Partnerin, die er sich wünscht, dass eine Frau leise ist. Vielleicht hat er es auch ein bisschen komisch ausgedrückt, das ist aber auch tatsächlich eher so das Grundattribut einer Frau, eine echte Frau, auch in meinen Augen, ist nicht laut. Das heißt aber nicht, dass sie sich alles gefallen lassen muss. Nur eine Frau, die aus sich rausfährt, im Gegensatz zum Mann, wirkt wirklich auf uns abschreckend. Und vor allem, Frau geht nicht einfach nur auf, sondern Frauen haben leider Gottes dann die Angewohnheit und das habe ich in der Praxis oft erfahren. Wenn Frauen versuchen so laut zu sein wie Männern, dann werden sie schnell emotional und hysterisch. Und das schreckt unheimlich ab. Vor allem, das schreckt auch grundsätzlich alle anderen ab, weil Frauen sich dann in dieser Panik verlieren. Bei Männern äußert sich das anders. Nur Frauen, die sich halt wirklich, Frauen, die sich genug sind, die genau wissen, wo ihre Stärken sind. Ich finde, sehr viele Damen heutzutage wissen gar nicht mehr wirklich, wo ihre wahren Stärken sind. Sie versuchen sich einfach nur blind mit uns zu messen. Und deswegen scheitern auch so viele Zusammenkünfte, egal ob es partnerschaftlich oder in anderen Beziehungen, also auch freundschaftlich oder zusammenarbeiten in dem Punkt, weil die Frauen irgendwie in den letzten Jahren beigebracht bekommen haben, sie sollen genauso sein wie wir. Und das ist Quatsch. Und genau deswegen funktioniert es nicht, weil ihr es nicht könnt. Es ist genau wie übertrieben, wenn ich jetzt mal ein bisschen ein Spagat mache in diese ganze Gender-Geschichte, jetzt kommen auf einmal Männer daher, die sagen, sie wollen wie Frauen sein, sie ziehen sich an wie Frauen, sie gehen auf eure Klos und ich glaube, wir brauchen nicht weiter darüber reden, dass euch Damen, das mehr als unangenehm ist, wenn plötzlich biologische Männer hergehen, eure Klamotten anziehen und sich irgendwie tuckig benehmen, tut mir leid, ich finde gerade keinen anderen Ausdruck und jetzt auf einmal und jetzt auf einmal sagen, sie sind jetzt auch Frauen. Das nimmt keine gesunde Frau, die ich kenne, überhaupt ernst. Das ist zwar jetzt ein Extrembeispiel, aber genau darauf will ich ja hinaus. Jedes Mal, wenn man versucht, eine Richtung anzudeuten, dann geht die immer vom kompletten Extrem aus. Wenn man sagt, Frauen sind leise, das soll heißen, Frauen sind introvertierter als Männer. Das heißt aber nicht, Frauen lassen sich alles gefallen oder fressen alles in sich hinein. Das tun viele, ja, aber das verlangen wir nicht von euch. Ich glaube aber auch, dass das teilweise in eurer Natur liegt und dass ihr manchmal nicht mehr weiter wisst, wenn ihr sagt, ja, was soll ich denn noch alles machen? Ich versuche ja auch in gewisser Hinsicht, ich lese immer wieder mal den Chat und versuche aus bestimmten Aussagen, auch besonders von Frauen, wenn es mir logisch erscheint, deren persönliche Probleme rauszulesen und das irgendwie mit zu analysieren, mit zu berücksichtigen, weil wir die paar Hanseln, die hier drin sitzen, sind ja nicht verantwortlich für all das, was da draußen schief geht zwischen Männern und Frauen. Und wie gesagt, das ist ein gesellschaftliches Problem, den Männern und den Frauen ist in den letzten Jahren viel Blödsinn erzählt worden und mit hauptschuldig sind die ganzen Medien, egal ob Social Media oder Fernsehen oder sonst irgendwas, den nachkommenden Männern und Frauen, die teilweise jetzt noch jugendlich sind oder Kinder, denen wird so viel Schwachsinn beigebracht, dass sie irgendwann gar nicht mehr wissen, was sie sind, wer sie sind oder wohin sie wollen. Und diese Verwirrung wird auch noch in den zukünftigen Jahren unheimlichen Schaden anrichten, da bin ich mir sicher. Also ich bin auch der Überzeugung, beziehungsweise das sehe ich so die letzten 10, 10, 20, ja so die letzten 10 Jahre hat sich das enorm gesteigert. Frauen sind unglaublich maskulin geworden und das finde ich sehr unattraktiv bei Frauen. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Deshalb muss man schon gezielter nach Frauen suchen, die eher ruhiger, fürsorglicher sind. Das sind so eher die Charaktereigenschaften, die ich da bei einer Frau eher suche. Ja, vor allem wobei es immer klar ist, Frauen haben alle Instrumente in der Hand, einen Mann komplett zu manipulieren. Komplett. Ja, wenn eine Frau klug ist, wickelt sie ihren Mann um den Finger. Ja, ganz einfach. Ja, und diese Techniken haben viele Frauen heute verloren und viele Männer haben einfach auch verloren, wie sie eine Frau an sich binden können. Ja, die ganze Männlichkeit. Wenn ein Mann mit 30 noch an der Playstation hockt und da rumspielt und er keinen vernünftigen Beruf zustande bekommt und wenn er einfach nicht zeigen kann, dass er ein Macher ist, dann ist das auf jeden Fall eines der großen Probleme, warum Frauen auch so abgetörnt sind. Und übrigens, das ist einer der Gründe, warum viele Frauen in die Hände von orientalischen Männern rennen. Ja, weil die noch richtige Kerle sind, so nach dem Motto, ja, wo die mit ihrem Geld rumprotzen und dann eine große Fresse haben und die verwechseln diese Art von Männlichkeit dann mit der Männlichkeit, die sie suchen. Ja, und das ist ein riesiger Fehler. Wir müssen endlich wieder begreifen. Und ich hatte das auch, ich hatte das auch mal in einem, ich hatte das, glaube ich, mal vor ein paar Tagen, habe ich das gesagt, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht über Maskulinität. Und für mich war das halt eben wichtig, zu beobachten, dass in den letzten Jahrzehnten die Männlichkeit von sehr vielen negativen Definitionen von Männlichkeit heimgesucht worden sind. Ja, die dazu geneigt haben, Männer in ein negatives Licht zu rücken. Ja, wenn Männer glauben, es ist eine Katastrophe für sie, dass Männlichkeit eine schlechte Sache ist und wer darauf zum Beispiel auch besteht, dass Männlichkeit gesundheitsschädigend oder gar toxisch ist, was diese ganzen ekelhaften, unweiblichen, feministischen Weibermonster dort predigen, sollte sich darüber im Klaren sein, dass, zumindest aus das, was ich herausgebrachte, gefunden habe, dass 40 Jahre Forschung dieser Ansicht nicht zustimmen, dass Maskulinität auf irgendeine Art und Weise toxisch ist. Lest mal die Studien, die es im Internet gibt. Sie sagen alle etwas anderes. Maskulinität kann gut für die psychische Gesundheit von Männern sein. Aber zu denken, dass es schlecht für Männer ist, hängt mit einer schlechten psychischen Gesundheit jener zusammen, die Männer entweder hassen oder eine Anti-Mann-Agenda verfolgen. ja, und deswegen ist es auch so wichtig, ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, worauf heute die Gesellschaft, die Linken, ganz besonders die Feministen, weil bei der dritten Feministenwelle für die Männer vorhaben, ja, die neue propagierte Männlichkeit heute ist ohne Identität, hoffnungslos, orientierungslos. Der Mann von heute soll kraftlos sein, durchsetzungsschwach und selbstverständlich mit einer ordentlichen Prise Regenbogenübersteuerung ausgestattet sein, ja. Der ideale Übernahmekandidat, sage ich immer, der von ascheischen Männern aus dem Orient und klassischen Männergesellschaften bald abgelöst wird, wenn diese Gesellschaft nicht von der, von der, äh, von der Vorstellung abrückt, dass männliche Männer irgendwie zu einem Problem für Frauen werden können. Männliche Männer sind das Beste, was weiblichen Frauen passieren kann. Wenn ein männlicher Mann auf eine männliche Frau stößt, ja, dann kann es nicht gut gehen. Aber eine weibliche Frau fühlt sich sehr wohl aufgehoben in den Armen eines männlichen Mannes. Und das muss man endlich wieder begreifen. Ich sehe, sorry, ich erlaube mir ein Wort. Mir fällt, mir fällt gerade was im Chat auf und da würde ich gerne nochmal auf die Thematik von euch Damen eingehen, als ihr Freund mehrmals angesprochen habt. Ja, die Männer erwarten von euch, dass ihr im Hübsch seid. Erstens mal, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Hübsch und Attraktiv. Hübsch sind viele Frauen, attraktiv nur sehr wenige, weil jeder einen anderen Geschmack hat. Es gibt Frauen, die sehen sehr schön aus, aber wirken auch viele Männer nicht anziehend. Und hier zum Beispiel haben wir ein klassisches Männerbeispiel als Gegenpart. Ich hoffe, Ian Sahne, du bist mir nicht böse, aber das passt gerade sehr gut. Er wurde hier zum Beispiel von einer Mit-Chatterin gefragt, wie groß er ist. Und da sind wir beim klassischen Problem von uns Männern. Frauen haben nun mal gewisse Vorstellungen, wie groß ein Mann sein soll. Und ich bin selbst, ich habe das nur in meiner Vergangenheit wirklich im Punkt gehabt, wenn du grundsätzlich eher etwas kleiner bist als Mann, als der Durchschnitt, hast du bei Frauen schon ein Problem. Witzigerweise, uns Männern wird immer vorgeworfen, wir sehen so sehr aufs Äußerliche. Aber bei uns Männern fängt es bei der Größe schon an. Also ich rede jetzt von der Körpergröße natürlich, für die, die wohl wieder mit dem Kopf woanders sind. Die Körpergröße des Mannes ist für die Frau von heute unheimlich wichtig, weil die Frau verlangt, und ich habe das von vielen Frauen schon gehört, ja, der Mann muss mindestens 10, 15 Zentimeter größer sein wie ich. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, ja, man möchte sich eine starke Schulter anlehnen, das kommt einfach besser, wenn der Mann deutlich größer ist. Also auf jeden Fall sichtbar. Einfach nur eine kleinere Frau. Das war's. Punkt ist trotz, kein Witz, ich habe auch schon von 1,65 Meter Frauen gehört, dass ihr Typ, ihr Typ, den sie haben wollen, mindestens 1,85 Meter groß sein soll. Und das sind sehr viele Männer im Durchschnitt halt eben nicht. Die sind halt eben nur 1, was ich, 1,80 Meter oder noch ein bisschen kleiner. Ja und, wie gesagt, das sollte eigentlich grundsätzlich kein Problem in der Beziehung sein, vor allem, wenn man dich erst mal kennenlernt. Aber ich habe sehr viele Frauen erlebt, die wirklich sagen, wenn der Typ nicht mindestens 10 Zentimeter größer ist als ich, dann hat er keine Chance. Und wie gesagt, nicht nur Männer können in dem Punkt sehr äußerlich veranlagt sein, das können auch Frauen. Aber wie gesagt, das hat mehrere Hintergründe. Und ich kann einen Teil, wie gesagt, verstehen, weil diese Anhänglichkeit der Männer ist, der Mann ist der stärkere Part, körperlich gesehen, an den wollen sich die Frauen anlehnen, an dem wollen sie sich ein bisschen, dass der, wenn der größer ist, das macht einfach irgendwo mehr Sinn. Und die wenigsten Männer wollen einfach auch eine Frau, die deutlich größer ist wie er. Also das genaue Gegenteil. Nur wie gesagt, das mal als Beispiel zu bringen. Frau, guten Morgen, du wolltest was sagen. Vielen Dank. Sehr interessante Einsichten, Meinungen. Ich merke, dass meine Fragen waren sehr interessant und spannend für unsere Speaker. Aber ich merke die Reaktionen von den Zuschauern nicht oder von den Zuhörenden. Es gibt keine Herzchen, es gibt keine Röschen. Da zeige ich meine Weiblichkeit. Ich freue mich, wenn man mir die Röschen schenkt. Ja, das stimmt. Und ich bitte euch wirklich mehr zu liken, mehr zu teilen und vielleicht das Ziel von unserem Stream ein bisschen zu unterstützen. Dann bekommen wir auch mehr Zuschauer. Wir haben jetzt wieder weniger Zuschauer als zu Anfang, weil eben dann plötzlich viel mehr gekommen sind danach und dann wieder viele gegangen sind wegen der Politik. Deswegen bitte, bitte um Unterstützung. und um auf das Thema zurückzukommen, wir brauchen, ich glaube, bald ein neues Thema. Was Stefan gesagt hat, Stefan, wenn wir davon sprechen, was Frauen und Männer männlich finden und du gerade auf die Größe ansprichst, du brauchst ja zum Beispiel nur eine Frau und wenn du nicht 1,80 bist, dann brauchst du einfach auch eine Frau, die nicht 1,70 ist und das war's. Ich bin relativ klein, für mich ist jeder Mann groß, der über 1,70 ist. Ich nehme alles, was größer ist. Ja, und ich glaube, alles, was über 15 Jahre alt ist, ist größer als ich. Mein eigener Sohn wird jetzt 14 und wird bald größer sein als ich. Also, Stefan, das ist einfach zu lösen. Ich kenne Paare, es gibt auch Frauen, die sind lang und die mögen eben auch kleinere Männer. Also, sowas gibt es auch. Du brauchst nur eine einzige Person, der du gefällst. Bitte, bitte, eins nicht durcheinander bringen. Vieles davon, von dem ich spreche, ist nicht auf mich persönlich gerichtet. Ich habe kein Problem mit der Körpergröße. Meine letzte Partnerin waren nur 8 Zentimeter kleiner als ich. das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Nur, das ist viel. Das ist nicht wenig 8 Zentimeter. Aber was allgemein Frau Guten Morgen eben angesprochen hat, ist ein Aspekt, sie meinte damit nicht, dass Männer sich nicht eine Art Weiblichkeit oder schönes Äußeres von einer Frau wünschen sollen. Männer sind nun mal übrigens, wie auch die Frauen, visuell orientiert. Zuerst, Kian hat richtig gesagt, wir sehen zuerst einen Menschen. Und entweder er ist anziehend oder sie oder eben abstoßend oder neutral. Aber an Frauen werden diese, weißt du, diese Ansprüche über das Äußere sind oft mit einem inneren Zustand verbunden. Und was Frau Guten Morgen angesprochen hat, wenn die Frau um 6 Uhr morgens anfängt, Kinder vorzubereiten und dann einen 8- bis 10-stündigen Arbeitstag hat und sie verdient nicht gerade 10.000 Euro und sie muss dann aber auf dem Zuhauseweg noch zu Aldi und dann muss sie noch das alles nach Hause schleppen und dort kochen, backen, putzen und Hausaufgaben nachschauen und dann kommt der Mann noch und sagt, ihm geht es schlecht und sie muss auch für ihn Geduld haben und ihn unterstützen und es ist übrigens sehr, sehr wichtig in einer Beziehung, dass sie ihn unterstützt und dass sie auch ein Ohr für ihn hat, nicht für, weißt du, für ein Häckchen einfach ihm zuhört, sondern wirklich sich ihm widmet und ihn wirklich unterstützt, auch einfach indem sie da ist, aber indem sie energetisch aufgeladen ist und ihm das geben kann, all das, wie soll das funktionieren, also in der Beziehung, wir sprechen ja nicht einfach, wen möchtet ihr kennenlernen und dann kann man ja natürlich sagen, lange Haare, lange Beine, große Brüste, dünne Taille, aber ich spreche eben von dieser Weiblichkeit, die im Leben zu sehen ist, so meinte ich das und du hast eben auch Äußerlichkeiten nicht verstehen. Also lass mich mal, lass mich mal, oder wollte ich, Stefan, wolltest du jetzt was sagen? Also ich bin ja... Kurz, war ich die Meinung, dass wir beide in dem Punkt die gleiche Ansicht haben, weil es ist interessant, was die Damen hier für ein Bild von uns Männern haben, ob sie das jetzt selbst so erlebt haben oder sehr viel gehört haben. dass wir beide überhaupt nicht in dieses Bild reinpassen. Ich wette, sowohl du als auch ich, wir wissen genauso gut, dass wir die Dinge selbst machen können und dass wir den Frauen auch die nötigen Belastungen abnehmen können, insofern es die Zeit so lässt. Ich habe auch vorhin mal im Chat gelesen, ja, die Frau muss alles aushalten und der Mann geht nur arbeiten. Ja, gut, verehrte Dame, die das geschrieben hat, wenn der Ausdruck nur Arbeiten vom Mann, wie gesagt, es kommt immer auf die Tätigkeit des Mannes an. Wie gesagt, sagen Sie das an einem Bauarbeiter, der nach einer Zehn-Stunden-Schicht komplett kaputt und müde nach Hause kommt und einen Bärenhunger hat, ich glaube, das kommt nicht so gut. Ja, vor allem muss man sich mal davon trennen, dass klassische Rollenverteilung ist auch nicht immer das Beste. Man kann ruhig überall im Haus mithelfen, man kann bei der Kindererziehung mithelfen, dann ist es nichts problematisch. Wenn einer mehr Zeit hat als der andere, dann ist das auch okay. Ich finde, dass eine Frau, zum Beispiel, die zu Hause bleibt und sich um die Kinder und den Haushalt kümmert, auch einen harten Job macht. Ja, deswegen ist es immer wichtig, dass beide irgendwie was zusammen machen und nicht einfach nur die klassische Rollenverteilung, der Mann kommt nach Hause, kriegt da seine Fußmassage, sein Bierchen hingestellt, guckt dann Sport und sie muss ihm da was kochen. Sondern wir können ruhig belastbarer sein. Männer können belastbarer sein, Frauen können auch belastbarer sein. Aber um eine Frau zu schonen, sollte ein Mann sich schon was einfallen lassen, damit seine Frau eben genau diese Dinge ihm abliefern kann, die er sich wünscht. Ja, und eine Frau, die stark im Berufsleben verankert ist und mitarbeiten muss, um die Familie mit über Wasser zu halten, ja, die kann halt eben nicht flanieren gehen jeden Tag und sich dann das Schönste kaufen und nur an sich denken, weil sie hat ihre Verpflichtungen zu Hause. Das ist ja gar keine Frage. Ich will mal kurz mal über einen ganz anderen Punkt sprechen. Vielleicht mögt ihr dieses Thema. Ihr kennt doch sicherlich die Aussage, ich kann ihn nicht riechen. Jetzt, ich will euch mal so ein bisschen was darüber sagen. Ich habe hier ursprünglich, habe ich ja Biologie studiert und zwei meiner Prüfungsfächer waren Zoologie und Genetik und deswegen kenne ich ihn von Bitte? Ich glaube, jetzt weiß ich, was kommt. Das wird interessant. Okay, also, also, schaut mal, der, der Duft spielt eine wichtige Rolle in der Partnerwahl, ja. Es gibt mehrere wissenschaftliche Studien, die festgestellt haben, dass Menschen, die sich zum Beispiel frisch verlieben, oft von natürlichen Körperdüften angezogen werden, ja. Und das macht auch übrigens die genetischen Unterschiede zum eigenen Immunsystem aus, zwischen Mann und Frau. Auch wieder so ein Beweis, dass dieses Gender-Gaga völlig daneben liegt, ja. Und ich will mal ein paar, ein paar Gedanken anregen. Wann habt ihr das mal erlebt, dass zum Beispiel jemand gesagt hat, du, ich möchte deinen Schal mitnehmen, du duftest so gut. Und dann nimmt man den Schal seines Partners und dann bindet man den um und riecht da zum Beispiel dran, ja. Und ich will jetzt nicht von der Olfaktophilie sprechen, ja. Das ist dieser Geruchsfetischismus, wenn jemand an den Socken oder an der Unterwäsche von jemandem schnüffelt und dann einen totalen Blackout bekommt, ja. Übrigens, Goethe und Napoleon, die waren so eine Typen, ja. Der Goethe, der hat der hat oft die Unterwäsche seiner Frau geklaut und hat da dran gerochen, ja. Auch Napoleon hat in einem seiner Briefe geschrieben, bevor er von einer Expedition zurückkam, da hat er an seine Gattin geschrieben, bitte wasch dich ab jetzt nicht mehr, ich werde bald zurück sein. Die waren beide solche Geruchsfetischisten, ja, Goethe und Napoleon. Ja, an Josephine hat er das geschrieben, Ja, ganz genau, an Josephine, ganz genau, an seine Frau Josephine, richtig. Also, die richtige chemische Zusammensetzung des Körpers ist eigentlich der eigentliche Grund, warum es so etwas wie Liebe zwischen zwei Menschen gibt. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel einen anderen Menschen attraktiv findet, dann ist es nicht immer nur so, dass er ihn körperlich attraktiv findet, sondern es ist die richtige chemische Zusammensetzung, die zum Beispiel dafür eine Rolle spielt, warum ein Mann sich von einer Frau und eine Frau von einem Mann angezogen fühlt. und unser Riechsystem ist auch dermaßen komplex ausgerichtet. Schau mal, in der Biologie gibt es für den Mann ungefähr 40 Reizpunkte und für die Frau gibt es ungefähr 120 Reizpunkte. Das heißt, warum Männer erst mal sich körperlich in eine Frau verlieben, liegt auch daran, dass die Sensoren eines Mannes bei einer Frau faktisch überall anschlagen. Die Kinnpartie, die Ellenbogen, die Hand, die Nase, die Ohren, der Hals, alles kann für einen Mann zu einer Signalwirkung werden. Und beim Mann gibt es ungefähr nur ein Drittel von solchen Reizpunkten, die eine Frau attraktiv findet. Und das ist sehr interessant und jetzt haltet euch mal fest. Im Unterbewusstsein, ja, im Unterbewusstsein, wenn wir jemanden mögen oder jemanden nicht mögen, hat nicht unser Verstand entschieden, wir mögen ihn nicht, sondern es hat unser Wahrnehmungssystem im Kopf und unsere Riechrezeptoren haben entschieden, dass man jemanden nicht mag. Wir können fast 10.000 Gerüche lokalisieren, mit unserer Nase. Und bewusst können wir nur eine Handvoll davon unterscheiden, aber im Unterbewusstsein macht die Hauptarbeit unser Unterbewusstsein bezüglich, ob wir auf einen Mann oder auf eine Frau als Mann reagieren, positiv oder negativ reagieren. und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, dass eine äußerliche Anziehung einer Frau gegenüber als Mann nicht nur eine Rolle spielt, ob sie gut auftritt, ob sie gut angezogen ist oder ob sie wirklich attraktiv oder sexy ist, sondern wie riecht sie überhaupt, wie funktioniert sie überhaupt, wie ist ihr Duftsystem. und deswegen ist es auch so entscheidend, dass wir auch mal ein bisschen die Natur mitsprechen lassen, wenn solche Dinge passieren. Wir haben es sehr oft nicht in der Hand, wenn wir auf jemanden zugehen und wir wollen jemanden erobern oder wir sind von jemandem abgeturnt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, dass die Physiologie, also die Biologie, da uns oft ein Bein stellt und uns das faktisch schon abnimmt, ohne dass wir im Oberbewusstsein kapiert haben, was sich eigentlich da abspielt. Ganz kurz, ganz kurz, ist mir gerade im Chat aufgefallen, Kian, vollste Zustimmung, wie gesagt, ich mag es immer, wenn du wissenschaftlich wirst. Elischa B, Elischa B, genau, ich weiß nicht, ob du ein bisschen provozieren willst oder ein bisschen uns rauskitzeln, herausfordern, sie hat hier vorhin geschrieben, ihr seid widersprüchlich, man soll sich pflegen oder nicht. Also grundsätzlich ist es ja so, dass natürlich unsere natürlichen Düfte am ersten zum Vorteil kommen, wenn wir uns nicht überparfümieren. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt zwei Wochen müssen, nur um rauszufinden, wer uns noch riechen kann. Zwei Wochen? Ich glaube, dann können wir uns selbst nicht riechen. Das ist ein gutes Thema, Kian, was du angesprochen hast. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die ist Genetikerin und sie hat mir erzählt, dass wenn man, also sie hat einen Mann kennengelernt und er ging nach dem Keks direkt in die Dusche und sie hat mir das klingt lustig. Ja, also er ging sofort, es verging keine Minute, er stand einfach auf und ging immer duschen und sie hat darüber gesprochen und einfach gesagt, das ist sehr, sehr schlecht man muss Geruch, das sind ja Moleküle und darin sind Hormone und Menschen sollten nebeneinander liegen oder sich anfassen, also nicht nur nach dem Sex sondern allgemein aber besonders nach dem Keks weil da die Konzentration davon einfach am meisten ist und da soll Menschen sogar näher zusammen bringen also das ist das was du angesprochen hast der Geruch wenn er intensiv ist und was Eli Schäber eben gefragt hat ich kann die Verwirrung verstehen Eli es geht nicht um den Fetisch es gibt Menschen die haben so ein Fetisch nach Sachen die nicht gewaschen sind oder nach Körperteilen die nicht gewaschen sind aber es geht nur nur um den Geruch einfach nur wenn du drei vier Stunden nicht gewaschen hast hast du auch einen Geruch der ist einfach nicht stark ich kann ich kann Goethe und Napoleon komplett verstehen warum sie warum sie das ihren Frauen gesagt haben warum sie das gemacht haben das ist ganz normal ja es ist ein Duftstoff der die der Glückshormone ausschlägt und der vor allem auch deinen Sexualtrieb wieder anspornt das ist ganz normal was glaubst du denn ein Teil beim Sex zwischen Mann und Frau ist tatsächlich auch das Abduften des Körpers und das ist überhaupt nicht falsch was glaubst du warum Männer und Frauen auch füreinander so viel Erregung empfinden weil beim Lustempfinden werden Pheromone ausgestoßen und die riecht man im Unterbewusstsein die riechst du nicht im Oberbewusstsein aber im Unterbewusstsein nimmt dein Gehirn diese Essenz wahr und dadurch wird der Sex ausgelöst und deswegen ist das überhaupt nicht falsch wenn man danach den Duft zum Beispiel nach dem Keks gut findet weil das ist im Grunde genommen das was dich überhaupt zum Sex gebracht hat das einfachste Biologie einfachste Sexualbiologie bei dem Punkt schadet es auch nie wenn man ein bisschen über seine eigenen Kulturgrenzen hinausblickt in vielen asiatischen Ländern ist es zum Beispiel im Gegensatz zu unseren üblich dass man sich halt eben nicht so stark einparfümiert sogar überhaupt nicht sondern man benutzt lediglich nur nur ein gewisses puder oder versucht halt oder wie gesagt man pflegt sich halt regelmäßig aber halt eben bestimmt nur wie gesagt ich weiß zum Beispiel das weiß ich von Leuten die selbst dort gelebt haben die Koreaner die benutzen so gut wie gar kein Deo sondern sie benutzen nur Puder und bei denen dementsprechend ist es auch so dass wie gesagt da müffelt aber niemand nur wie gesagt diese dieses überparfümieren also mich haut jedes Mal von den Socken wenn ich in irgendeiner Drogerie Abteilung bin aber nicht von der Parfüm Abteilung sondern von teilweise ich nenne es jetzt mal einem gewissen Personen Klientel die gehören meistens zu denen die auch gern Kian aufs Korn nimmt wenn die in der Drogerie Abteilung einmal nur an mir vorbeilaufen dann hinterlassen die eine Duftwolke dass ich kurz vorm ersticken bin und ich frage mich jedes Mal baden die in dem Zeug und dann habe ich auch meine gute Freundin gefragt die sich damit auskennt und die sagt Leute die sich über Jahre so einparfümieren in der Hoffnung dass sie immer gut riechen aus Angst dass sie irgendwie müffeln könnten die werden mit der Zeit geruchsblind die merken gar nicht mehr wie stark sie parfümiert sind ja und in japan ist das zum beispiel so dass in japan das auftragen von parfum als eine art von belästigung empfunden wird deswegen wirst du selten in japan einen mann oder eine frau erleben die sich parfümiert es wird als belästigung in der öffentlichkeit wahrgenommen und sich pflegen genügt es es gibt natürlich ganz besonders bei übergewichtigen menschen die können aber nicht sehr viel dafür da kann es passieren dass sie sehr schnell schwitzen und sehr schnell auch riechen aber wir haben es mit unterschiedlichen kulturen zu tun in dem unterschiedlich wahrgenommen wird was frau und was man ist was sexuell und was nicht sexuell ist Tatsache ist aber dass wir diese Angelegenheit nicht herunterspielen dürfen wenn Mann und Frau zusammen kommen und es ist noch einmal wichtig dass wir begreifen dass es hier nicht um ein Katalog von Wünsche gibt zwischen von dem was sich ein Mann für eine Frau wünscht sondern es ist wichtig zu begreifen dass Männer bestimmte visuelle Erwartungen haben weil und da finde ich auch das was Anna gesagt hat ziemlich gut sie hat nämlich gesagt Männer legen sich immer so ein Bild vor das mit der Wirklichkeit von Frauen nicht viel zu tun hat und 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 das stimmt auch ja wie gesagt Männer sind sehr sexuell orientiert und deswegen beschreiben sie in 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 Kopf immer die Frau immer als ein Sex Objekt aber das mäßigt sich sobald der Mann Liebe und Zuneigung zu so einer Frau entwickelt fällt dieser biologische Aspekt das Abscannen des Körpers weg und er entdeckt andere Talente und Fähigkeiten und Charakterzüge und Attribute in einer Frau aber dass ein Mann grundsätzlich erstmal Schürzenjäger ist das muss eine Frau begreifen wenn sie mit einem Mann zusammen kommt wenn sie eine Beziehung mit jemandem anfangen will oder wenn es zu einer Werbung zwischen Mann und Frau kommt muss sie einfach kapieren der Mann ist einfach sexuell von ihr angezogen weil er über ihren Intellekt erstmal überhaupt nichts weiß wenn man eine Frau auf den ersten Blick trifft und man hat eine Begegnung mit ihr und man setzt sich in einen Kaffee da weiß man gar nichts über so eine Frau aber man kann eine Frau sofort so attraktiv finden dass man sagt mit der möchte ich in die Kiste springen und da ist es wichtig dass eine Frau kapiert wie geht sie das weiter vermarktet sie sich teuer oder verkauft sie sich zu billig dann kann beides in die Hose gehen also sie muss die richtige Technik benutzen damit sie diesen Mann halten kann und das ist der Moment wo dann eine echte Beziehung entsteht wo der Mann sich beruhigt wo er sagt okay es geht nicht nur um den sexuellen Aspekt jetzt geht es auch darum die Frau auch von ihrer Persönlichkeit kennen zu lernen Kian das ist unfassbar du beflügelst ein in der Thematik mir fällt ständig was ein sobald du redest ich wollte noch zu der Geruchsthematik noch was sagen weil du vorhin auch wieder was angeschnitten hast nämlich die unangenehmen Gerüche oder gerade Leute aus bestimmten Kulturkreisen oder halt mit einer entsprechenden Äußerlichkeit die natürlich sehr schnell anfangen ihren eigenen Körpergeruch zu bilden der halt eben eher unangenehm ist und dann kommt auch wieder die Gesundheit ins Spiel es leben nun mal sehr viele Menschen die ganz klar sichtlich eine gewisse Disbalance in ihrem Kreislauf haben wie gesagt Übergewicht bei Übergewicht fängt es an und anderen Sachen und das Interessante ist man kann an der Haut des Menschen sehen ob er in irgendeiner Form eine Disbalance hat genauso kann man es auch am Geruch feststellen wenn ihr wenn er anfängt sauer zu riechen oder in irgendeiner Form bitter dann stimmt was mit seiner Körper Chemie nicht und oft ist es auch so dass diese Person in irgendeiner Form nicht ganz gesund ist oder in dem Punkt reicht es einfach schon wenn er was sehr aromatisches gegessen hat unsere Herrschaften die zum Beispiel täglich gerne tonnenweise Zwiebeln verdrücken dass sie bis zu 20% von diesem Zeug über die Haut aussondern und auch über die Schweißdrüsen das ist allgemein bekannt und da geht das ganze schon los wenn man natürlich versucht seinen Zwiebelappetit mit irgendwelchen billigen Odetoilettes zu überdecken dann braucht man sich nicht wundern wenn in der Drogerieabteilung reihenweise Leute umkippen Frau guten Morgen ich möchte etwas an dich anmerken weil du bist mit mir auch in russischsprachigen Streams zu diesen Themen ich muss sagen weil du gesagt hast du magst das deutsche weil sie so wie hast du gesagt sachlich sind ich mag das auch aber nicht bei diesen Themen ich habe glaube ich den Dreh raus warum so wenig deutsche Kinder gibt ihr seid nicht aktiv meine Lieben wir sind hier seit wie vielen Stunden und es gibt kaum Anfragen um nach oben zu kommen die Streams wo Ukrainer Russen Kasachen alles mögliche drin sind wir waren da schon nach fünf sechs Stunden beim ersten Stream wie eine Familie wir wussten mindestens die Hälfte aller Keks Wünsche irgendwelche Familien Geheimnisse ihr seid sehr zurückhaltend und ihr seid auch sehr zurückhaltend beim liken beim teilen seit ein bisschen aktiver und offener dieses thema ist für viele ein tabu und für viele so schwierig in deutschland offen zu sein woran liegt das kann ich dir jetzt spontan sagen das liegt aber auch ein bisschen an dieser ganzen thematik hier also jetzt nicht hier sondern generell auf diesen plattformen wenn du offenherzigkeit willst dann brauchst du bloß ein paar streams weiterscrollen da hängen regelmäßig irgendwelche jungen chicks ihr gemüse oder ihren vorgarten in die kamera und das ist mir dann zu viel offenherzigkeit und sagen wir mal so ich persönlich mag es einfach wenn ich diese dinge wirklich mit meiner angebeteten etwas genauer erläutere und nicht mit leuten die ich nicht kenne die ich nicht sehen kann und sagen wir mal so das ist tatsächlich das problem von uns strammen züchtigen deutschen da ist viel zu wenig je tern dabei zwingst und erotik ich habe mir überlegt zu diesem stream mich zu zeigen aber weil es unser erster ist habe ich erstmal eine vorlage vielleicht wenn das etwas persönlicher wird dann und wir uns kennen lernen dann wird das für viele einfacher sein sich zu öffnen ich spreche natürlich nicht davon dass wir wie du gesagt hast Obst und Gemüse hineingängen ich spreche von mehr Interesse Verspieltheit Offenheit und einfach Neugier die man miteinander teilt kann mir jemand einfach sagen mit spezieller Stimme 1 2 3 Polizei das kenne ich ja doch aus den deutschen filmen du willst hier rollenspiele irgendwie muss man das ganze auflockern weil die Männer waren mehr zu touch zu strukturiert zu lang ja wir brauchen hier mehr Frauen ich glaube Frauen also eine Mischung macht aus Frauen und Männer leider kann die Ness kein Deutsch sie muss es unbedingt lernen weil alle zusammen machen wir dann einen Last See stream zu sachlich war und er hat mir vorgeschrieben dass wir Keks nur immer donnerstags haben weil an anderen zwei Tagen hat er Sport Was sagt ein deutscher Mann dazu Korrekt Bürokratie im Bett Wie dermaßen trocken und langweilig ist denn das bitte ich meine Kriegsgefühle kommen spontan und nicht nach Terminplan das ist ja dermaßen unnatürlich Hast du nicht gesagt ok dann sehen wir uns nur donnerstags Was ich jetzt weiß worauf ich hinaus möchte Kian hat auch erzählt er hat vier mal pro Woche Fitness und wenn du ausrechnest man geht raus dann muss man duschen man trainiert zwei Stunden das heißt drei vier Stunden nach der Arbeit ist man weg dann frage ich mich ob der wenn er erschöpft nach Fitness kommt will er was essen und dann ist Schluss der war bestimmt nicht bei Fitness der hat bestimmt eine andere gefickt das war Spaß ich wollte dir nur einen Schock machen bitte er ist weg einmal einmal wir unterhalten uns jetzt seit zwei Stunden einmal es ist egal hoch und schon eskaliert es nur ein einmal lassen wir ein orientaler hoch und schon kommt diese Fäkalsprache das das merkt man auch was für Neandertaler da unterwegs sind Anna wenn du in der Richtung aber von uns Männern mehr wissen willst dann musst du auch sagen was du wissen willst sag stell einfach konkrete Fragen guten Abend alle guten Abend Ukraina du weißt wir reden heute über Keks und Beziehung nicht über Israel ja ja super ich freue wir bräuchten noch mindestens eine Frau hier besser zwei also wer sich bewirbt obwohl du ein Mann bist du kannst natürlich auch aber wir brauchen auch Frauen sonst werden wir zu sachlich Frau guten Morgen wie hast du das damals gelöst mit deinem ersten E-Mann und dann geben wir auch direkt an Ukraina ab und Stefan ich habe ich überlege mir ein paar Fragen also wie habe ich das gelöst ich habe die Trennung eingereicht weil mir einfach richtig Schuhe immer hinstellen Donnerstag nach Plan Tomaten auf die richtige Teller in die richtige Reihenweise richten das war mir alles zu gut gedacht zu geplant und ich habe mich getrennt und habe mir einfach wie hast du geheiratet wenn er so ist wir waren Freunde viele Jahre und die Freundschaft ist super gelaufen der ist krank du hast einen kranken Mann erwischt wer hier Termine vereinbart und erstmal hier einen Antrag stellt auf Sex eine feste Zeit ausmacht einen festen Tag der hat eine Macke denn das was machen wäre hier einen Arzt anrufen abholen lassen das weiß ich nicht vielleicht manche Frauen würden sie sich auf Donnerstag freuen nein das ist Unsinn es gibt keine Frauen die sich auf Donnerstag freuen wer so ein kranker Mann an sich heran ist es ist es ist wirklich so gegenseit gegenseit man sieht sich an gegenseit also es gibt immer in der Beziehung Streit Themen ja und beim Keks essen ist das gleiche und ich muss auch sagen also ganz am anfang wo ich meine frau kennengelernt habe haben wir überall Kekse gegessen wunderbar jede zeit manchmal fünfmal manchmal zehnmal am tag aber wenn man dann älter und länger dabei ist und wird es immer weniger und das ist auch ganz normal die sexuelle energie lässt ja nicht nach aber es passiert etwas anderes die Beziehung verwandelt sich es verwandelt sich aber das bedeutet doch nicht dass der man schlecht ist die chemie hat nicht gestimmt ja aber bei jetzt bei guten morgen frau guten morgen der man hat eine schraube locker gehabt man macht keine termine aus sex kann man nicht sex kann man nicht auf den tag fest legen vielleicht hast du an einem mittwoch abend lust oder du hast an einem freitag morgen lust du kannst doch unmöglich dass auf den donnerstag du kannst auch nicht donnerstag wirklich nur sehr lust betont sein und am freitag wieder also das klingt total schreck das nicht Männer wollen immer Frauen können immer ja was ich damit sagen will es kommt selbstverständlich auf die sexuelle energie eines mannes an wie es gibt frigide männer und es gibt frigide frauen und es gibt männer die explodieren vor sexueller lust und es gibt Frauen die eine überschwängliche sexuelle lust haben und das ist völlig normal ja aber deswegen muss man ja auch bevor man in so eine beziehung eintaucht muss man auch sich vielleicht fragen was erwartet man eigentlich auch auf dieser ebene ich merke immer dass wenn man eine frau kennenlernt und man fragt sie zu ihren sexuellen neigungen oder vorlieben dann wird das immer als anrühchig angesehen ist es aber nicht du willst die katze nicht im sack kaufen du kannst schon mal raus finden ob du da entweder einen wirbelsturm heiratest oder hier einfach nur hier so einen kleinen ja wie wie war es bei dir also ich habe meine frau bevor ich geheiratet habe schon also zehn jahre gekannt wir waren schon zehn jahre zusammen ja also bevor ich geheiratet habe kannte ich meine ex-frau ich bin jetzt nicht mehr mit ihr zusammen aber ich kannte meine ex-frau und ich aus den erzählungen und aus den gedanken heraus die ich von ihr vernommen habe habe ich gedacht sie ist eine ganz normal funktionierende frau ja und das hatte mir gereicht ja man darf auch nicht vergessen ich war zu der damaligen zeit auch ein praktizierender muslim und da springt man nicht mit einer frau ins bett wenn man sie nicht heiratet und deswegen musste ich die katze im sack kaufen ein grund warum ich man sitzt nicht mit seiner cousine zusammen und unterhält sich über sexuelle dinge das macht man nicht es macht einige machen das aber das wird nicht voraus gelegt erwartet oder vorausgesetzt rüber ich war noch mal kurz rüber weil ich den chat beobachte und finde es erstaunlich dass einige wirklich sich schon so sorgen machen weil sie ein bisschen älter sind dass sie in der thematik beim keksessen dann so deutlich kürzer kommen ich wundere mich immer dass da normalerweise steigt doch allein die reife und erfahrung in diesem zeitraum wirklich enorm das heißt klar dass die power nicht mehr da ist ist ja logisch dafür ist aber die erfahrung da und ganz ehrlich je älter man wird also erfahrener desto genussvoller wird doch das ganze und glaubt ihr wirklich dass man deswegen beim keksessen nur gut ist weil man 20 ist und voller testosteron also ich glaubt da müsst ihr in dem punkt schon noch mal ein bisschen genauer nachschauen wie gesagt ich glaube sogar dass in dem punkt die reife weitaus mehr punkte hat wenn jemand älter wird dann spielt meistens der körper nicht mehr mit das ist der einzige grund warum man dann nicht mehr so viel sex hat aber wenn der körper mit dann können auch männer in einem alter von 60 oder 70 jahren oder auch frauen in einem höheren alter einfach viel spaß dabei haben aber wie gesagt ich rede von 40 jährigen aber kann es sein dass die männer dann auch mehr abwechslung brauchen so einfach mal gesagt ja also dass dann vielleicht eine frau nicht reicht dass es dann langweilig wird vielleicht auch für die frau das gleiche thema also die wissenschaftler haben gesagt also es gibt studien darüber dass nur die ersten drei jahre im leben einer beziehung tatsächlich so etwas wie liebe bedeuten ja wahrscheinlich sind die ersten drei jahre die glücklichsten jahre in einer beziehung und von da ab verändert sich die beziehung dann wird die beziehung zur gewohnheit zur routine zur normalität zum alltag und dann muss man sich viel einfallen lassen die 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 beziehung zu halten dann muss man natürlich auch von sich selbst aus gehen will man eine monogame beziehung oder will man eine oder eine polygame beziehung ja es muss jeder für sich selber ausmachen es gibt eine neigung bei manchen frauen und männern die einfach einer beziehung nicht treu sein können und wollen einen man außerhalb und haben offene beziehung oder haben überhaupt keine beziehung oder pflegen eine beziehung und 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 haben eine andere und machen das auch klar dass sie mehr als nur eine beziehung haben ja und ich glaube ich glaube tatsächlich das muss jeder für sich entscheiden bist du ein beziehungs mensch bist du ein monogamer mensch oder bist du ein polygamer mensch ich bin mir nicht so sicher ich bin mir noch bis heute nicht so sicher ob der man tatsächlich monogam ausgerichtet ist ich bin mir darüber nicht sicher aber ich bin mir sicher dass eine Frau verliebt ist Anna was sagst du dazu zu diesem Thema also von der wissenschaftlichen Seite ist es so wir haben eine Evolution und wir haben einen Kopf und können sehr viel formen aber was heißt eigentlich Polygamie Abwechslung und warum Kian über diese drei Jahre gesprochen hat die Natur hat uns so vorgesehen dass wir einfach nur Keks wollen für die Fortpflanzung richtig und das heißt die Natur hat so vorgesehen dass wenn eine Frau schwanger ist sie ist wenn wir die ganzen Fortschritte die wir haben einfach kurz weg denken sie war früher in der Natur verletzlich wenn sie schwanger war sie konnte sich nicht so schnell bewegen sie konnte nicht weg laufen sie konnte sich nicht schützen vor Tieren das heißt sie brauchte den Mann an ihrer Seite um sie zu beschützen und den Nachwuchs in erster Linie und danach gab es ja noch die Zeit wo die Frau heilen musste und stillen musste und das Baby noch ganz klein war also hat die Natur tatsächlich das so vorgesehen dass der Mann hormonell auf der Höhe einer Frau gegenüber zwischen zwei und drei Jahren bleiben kann Maximum also dieser Beschützerinstinkt sozusagen ja der sexuelle Trieb hält eigentlich den Mann an der Seite der Frau das heißt der Trieb der Fortpflanzung auch wenn du keine Kinder in der Logik ja in deiner Logik haben willst ist das in Wirklichkeit dein Körper der dich dazu Körper und Gehirn ist ein System und deine ganze Natur ist einfach nur darauf eingestellt die Fortpflanzung auf die Fortpflanzung bei einer Frau auch und ich habe mich zum Beispiel ich habe mich nur einmal fortgepflanzt nur mit einer Frau und habe sonst noch nicht eine andere gehabt also ich muss dann sagen ich bin monogam ja und also das was Kian ja gesagt hat nach den drei Jahren ist für die Natur eigentlich der Job erledigt verstehst du der Natur ist scheißegal verheiratet seid oder nicht das haben alles Menschen erfunden die Natur ist eben tierisch die sagt ihr müsst euch einfach auch nur fortpflanzen denen ist egal ob ihr euch treu seid untreu seid aber die Menschheit kann ja auch nicht bestehen aber die Menschheit kann ja auch nicht bestehen wenn der Mann jetzt zum Beispiel eine Frau schwanger macht und die Frau nach drei Jahren alleine ist dann haut er ab beispielsweise deswegen haben wir eine Gesellschaft die geordnet ist deswegen haben wir eben diese Sitten und die Kultur und deswegen gibt es eine Institution Ehe und so weiter aber was eben du gefragt hast ob es Polygamie oder Monogamie ist und wie lange hält die Verliebtheit an und Kian hat darauf über die drei Jahre gesprochen das ist die Natur er spricht über die Biologie es ist tatsächlich maximal um die drei Jahre aber eine Frage wie viele Leute von uns hier im live oder vielleicht auch hier draußen unten im Chat haben wirklich ihren Traumpartner also zum Beispiel es gibt es so bei den Männern oder bei Frauen sicher auch man lebt mit einer Person es hat sich eben so ergeben aber die eine Person die man sich immer gewünscht hat hat man nie gekriegt ich weiß nicht wie viele von euch jetzt ehrlich sind und sagen können habe ich wirklich die Person die ich damals auf den ersten Blick gesehen habe und mich voll in den verknallt habe oder sonst was bekommen oder lebe ich mit jemand anders der mir einfach mal so über den Weg gelaufen ist der um mich gekämpft hat ja deswegen heißt sie auch Traumfrau oder Traummann weil es diese Person eigentlich gar verändert sich im Laufe der Zeit einfach du siehst die Person mit der du frisch zusammen bist mit ganz anderen Augen wie wenn du mit ihr zehn Jahre zusammen bist entweder man rauft sich zusammen gewöhnt sich aneinander oder man lebt mit der Zeit aneinander vorbei vor allem auch im Laufe der Entwicklung wenn du weiter lebst wenn du älter wirst jeder ist unterschiedlich schnell und die Paare mit den besten Beziehungen enthalten eine bestimmte Zeit nicht weil man sich einfach auseinander lebt das ist der lauf der dinge ich glaube es ist einfach die Beziehungen überleben nicht weil die Leute nicht an ihrer Beziehung arbeiten ich gebe ein Löwen jetzt sofort das Wort ich wollte kurz zu Ende sagen ich sag es ganz kurz wenn du eine lange Beziehung anstrebt du bist ja nicht nur das Tier in dir deine Werte für eine Beziehung zusammen rechnen ich habe ja auch am Anfang deswegen eine Frage in die Runde geworfen wieso gründet ihr eine Familie und es ist ja mehr als nur der Nachwuchs und einfach nach diesen Werten leben und eine Beziehung ist wirklich Arbeit und Arbeit bedeutet nicht immer hartes Arbeiten und Schwitzen sondern es soll auch Spaß machen es gibt verschiedene Phasen so wie bei jeder Arbeit es gibt immer wieder Verliebtheit in Wirklichkeit man braucht eben nur eine Harmonie aus Nähe und Distanz weil die Distanz rettet oft auch dieses immer wieder neu Verlieben oder neu Entdecken wenn du dich sofort nach anderen Partnern um schaust oder nach anderen sexuellen Partnern das wird auch auf Dauer langweilig du wirst auch zwei drei Jahre dich großartig fühlen aber das wird auch langweilig ich habe vor paar Tagen in einem russischsprachigen Stream jemanden gehabt er hat erzählt dass er mit ganz vielen frauen schläft und verheiratet und dann kam man nach hause und fand seine ehefrau jedes mal toll aber irgendwann hat sie herausgefunden und dann ist die Ehe auch weg also es ist keine lösung es ist besser reif zu heiraten ich sage auch also dasselbe man muss in der beziehung auch irgendwann mal also man denkt ja nicht nur an keksexen sondern irgendwann mal hat man auch ziele zum beispiel was zu erreichen im leben und man arbeitet gemeinsam an irgendetwas um es zu verwirklichen also entweder man baut ein haus gemeinsam oder man arbeitet zusammen man macht eine firma zusammen oder sonst was und wenn das wort macht bitte den mikro an und warum wollen ich nur männer frauen bitte ich möchte erst mal was dazu sagen zu Traumfrau dass man sie nie gekriegt hat also als ich 15 war war ich in shakira verliebt habe sie nie gekriegt leider der zuges abgefahren piquet der spieler von barcelona war schneller als ich sind dann auf also das war schon mal erste traumfrau verloren dann tatsächlich ist es so dass die ersten jahre so wie kian richtig gesagt hat ist verliebtheit dauert der maximal drei jahre aber nach der verliebtheit ist es ganz ganz wichtig wenn man miteinander redet wenn man seinen seelenpartner gefunden hat kommt liebe verliebtheit und liebe ist ein großer unterschied verliebtheit ist das was man spürt wenn man schmetterlinge im bauch hat jeden tag zusammen bienchen und blümchen macht und liebe ist was selbstloses was einfach dass man den anderen auch versteht ohne also nonverbale kommunikation ohne dass man redet und dieses verbundene und selbstlose das ist liebe und das kennen leider heutzutage ganz ganz wenige menschen nur noch weil sie schon nach ein paar paar monaten ihrer beziehung wegschmeißen für irgendeine andere die da gerade mit dem hinteren wackelt und das finde ich sehr sehr schade die frauen wollen hier gar nicht mit uns reden also ja frauen sind ganz ganz anders ich merke das ist für mich auch so eine art experiment unsere kleine osteuropäische welt der ist zwar kein hübscher mann aber der ist vielleicht auch irgendwie vielleicht passt daher zu euch wer nein der ukrainer ist hübsch kommt hoch leute ukrainer bist du single nein verheiratet ich bin verheiratet und habe ein Kind sehr gut wie alt ist das Kind 16 Jahre und anstrengend oder geht du musst mich nur schon mal vorbereiten weil ich kriege ja auch ich will wissen was auf mich zukommt am besten ist es du machst deine erfahrung selber es ist etwas besonderes und wenn du alles erfährst dann ist es auch langweilig warst du bei der geburt dabei oder bist du geflüchtet ich war bei der geburt dabei ich habe sogar die Nabelschnur durchgeschnitten ja meine Frau will auch ich kann ich dir aber jetzt kann ich dir jetzt nur einen tipp geben was das angeht wenn du wenn dich bluten stört und du deine Frau siehst wenn du nachhinein bereust dass du das gesehen hast könnte es sein deine sexualität wird gestört also bei uns war es eine schwierige geburt wenn du wenn jetzt zum beispiel die geburt schwedisch ist dann könnte es sein also es war sehr viel blut im spiel bei der geburt blut stört mich nicht ich arbeite sehr gut ich habe nur das gesagt weil es gibt viele leute danach hat nichts mehr funktioniert richtig also dann löwenherz ich kann dir ich kann dir einen persönlichen tipp aus der familie geben ich habe eine hebamme in der verwandtschaft und die sagt zum beispiel wenn es geht der mann muss sich das wirklich zutrauen aber wenn du dabei bist dann musst du der frau nur seelischen beistand geben und zwar dort wo ihr kopf ist was sich da unten abspielt das macht die hebamme du nicht du musst nur bei deiner frau bleiben und ihr wirklich beistehen und alles andere hat dich nicht zu interessieren wenn das Kind dann da ist dann müsst ihr es beide an euch nehmen damit das Kind gleich Kontakt mit euch hat das wird die erste finale Bindung sein wenn das Kind da ist das ist ganz wichtig also ich empfehle dir zu stehen ich empfehle die einfach am Kopf Ende von der Frau und keine Ahnung ihre Schulter zu berühren oder Kopf und das war es also nicht viel nicht viel gucken darf ich was sagen ich habe zweimal ein Baby bekommen und Löwenherz es ist nicht so dass du im Kreißsaal einfach rumlaufen kannst und Video drehen kannst oder dir aussuchen kannst wo du sitzt du wirst sowieso an der Schulter deiner Frau sein ganz egal wie die Geburt verlaufen wird ich meine Kaiserschnitt oder eine natürliche Geburt Leute eins im Chat wenn ich euch mitnehmen soll TikTok Livestream aus dem Kreißsaal jalla jalla genau inshallah also was schönes für mich war das der schönste Tag meines Lebens muss ich sagen also die Geburt meines Sohnes war das schönste Tag meines Lebens also besser geht es ich möchte ganz ganz warte mal kurz ich muss sagen also auf jeden fall in der Woche in dieser Geburtswoche in dieser erste Woche da schwebst du im siebten Himmel definitiv bist du selber voller Glückshormone du weißt nicht wohin damit und du explodierst innerlich also ich sag dir eins das ist einfach das schönste also dich wird die ganze Welt Probleme nicht mehr interessieren in dieser Woche ganz ehrlich das stimmt das stimmt aber das kann ich auch bestätigen ich habe zwei erwachsene Söhne ich habe das alles hinter mir ich war bei beiden Geburten dabei und ich muss sagen also das war majestätisch ich war noch nie so abgehoben wie bei der Geburt meiner Söhne muss ich ehrlich sagen und ein Vater der dabei ist und sich nicht in die Hose scheißt und dann draußen wartet bis alles vorbei ist sondern wirklich aktiv dabei ist der wird auch eine enorm enge Beziehung zu seinen Kindern aufbauen weil dieses Erlebnis ist majestätisch also da kommt ganz kurz draußen warten das war ein Spaß ich würde hallo natürlich bin ich dabei man ja 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 Leute Leute ganz ganz nüchtern wie gesagt ich kenne wirklich genügend Geschichten aus der Praxis nur wie gesagt ohne jetzt irgendjemandem was vorzuwerfen aber wie gesagt es gibt nun mal auch Väter die wenn sie dabei sind dass sie das halt eben nicht so verkraften man muss ihnen deswegen jetzt nicht böse sein wie gesagt nur sie sollten wirklich sich einschätzen können weil ganz ehrlich was hilft es der Frau geschweige denn dem Personal wenn der Mann aus irgendwelchen Gründen das doch nicht verkraftet kippt dann darin um weil dann müssen sie ihn auch noch behandeln und das braucht weder die Frau noch der Arzt noch die Hebamme das wollte ich auch sagen du musst du musst nicht in diesem Raum sein es reicht ja schon wenn du im Krankenhaus bist und auf sie wartest bloß nicht in die Kneipe gehen und dort sich voll saufen genau ich meine jeder Mensch kann sich das zutrauen du musst das dir wirklich nicht ansehen für eine Frau ist das echt nicht schön und ich glaube eine Frau will sich auch gar nicht so sehen werden aber ich habe am Kopfende gestanden ich habe das begleitet und als mein Sohn dann tatsächlich den Bauch verlassen hat dann hatte ich ihn sofort in meiner Hand und das ist ein Moment wie in einer anderen Welt und dieses Gefühl darf sich keinem Mann unterschlagen wenn ein Mann diesen Moment verpasst hat eine ganz wichtigen Mechanismus verloren oder beziehungsweise er hat einen sehr wichtigen Moment verloren die Beziehung zu seinem Kind in Beton zu meißeln weil das verbindet dich automatisch also du hast ein Wesen in deiner Hand das vor drei Minuten nicht da war und du liebst es so abgöttisch du willst für das Kind sterben und das ist einfach eben dieser urgewaltige Instinkt der im Menschen eingepflanzt dieses fremde Kind plötzlich zu deinem eigenen Fleisch und Blut macht dass du um jeden Preis bewahren und beschädigst Darf ich noch was kurz ergänzen alles was du gesagt hast ist richtig es kommt ja noch dazu wenn du das Kind erst einmal auf den Arm nimmst dieses Geruch von einem Kind wo du einatmest in dich rein ziehst dieses Geruch wirst du niemals vergessen dieses ist auch einmalig du erkennst sozusagen deine eigene Gene einmal und du wirst dieses Gefühl niemals vergessen das ist auch eine Sache das das ist unbeschreiblich und ich kann dir nur einmal sagen also wenn es dein erstes Kind ist sei dafür da und und du wirst es auch immer gesagt das das ist die Bindung des Lebens das wirst du das kannst du nicht schon vergleichen mit irgendeinem Adrenalinschuss oder sonst was das ist ein dauerhafter Zustand von Adrenalin aber es ist auch es fängt aber auch an im gleichen Moment diese Liebe aber auch die Angst du wirst auch extreme Angst und Sorgen empfinden das heißt es hat nicht nur positive Sachen sondern auch negative Sachen in dem Sinne dass du Verletzlichkeit dass du eine Verletzlichkeit bekommen kannst in dem Sinne dass du dir Sorgen machst was passiert mit dem Kind du wirst von erster Sekunde bis zum Ende von deinem Leben wirst du immer diese 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 Sorge um das Kind haben ja meine Hauptmission für das Kind ist dass das Kind auf jeden Fall schon mal als erster Schritt es darf TikTok niemals kennenlernen absolut nicht diese Haram App niemals also das muss wirklich sein TikTok ist verboten darf ich nicht unsere Klartext sein oder wenn er sagt musst du einfach selber davor sein von dem Kind und das wegschmeißen ich selber mein Sohn der lacht mich aus ich komme was spielt mein Papa mit TikTok ich habe vor neun Monaten oder vor einem Jahr habe ich mit TikTok angefangen ja deswegen ich sage nur wenn dieser Ukraine Krieg nicht gewesen wäre wäre ich auch nie bei TikTok wo ist Löwenherz also wenn ich mal kurz noch was dazu sagen kann aber Löwenherz ist weg vielleicht hört er uns ja doch zu ich glaube nicht dass das Sexualleben eigentlich danach leiden würde denn wie gesagt es ist ein medizinischer Angriff und alles wo ja viel Blut ist man sieht zwar eventuell was aber Ärzte lassen da den Mann nicht am anderen Ende sitzen und die Geburt abwickeln ich habe das mitgemacht ich habe tatsächlich habe ich mehr gesehen als ich sehen sollte muss ich sagen ja wenn das eine schwierige Geburt war wenn da Einschnitte waren klar hast du gesehen aber ich sage meine Frau kann sich nicht mal mehr erinnern an alles also wenn wir über Geburt reden an dem Tag das sind jetzt 16 Jahre her sie erinnert sich praktisch an gar keine Abläufe mehr so richtig ich sage zu ihr immer das und das als erstes passiert das und das und das die kann sich nicht an alles erinnern sie weiß gar nichts im Endeffekt sie hat sie hat nur Schmerzen gehabt und sie hat sie war zwar wach und sie hat auch keine Schmerzmittel bekommen aber die war ganz woanders dann und ich habe halt alles ziemlich viel mitgekriegt das war für mich halt ich sage mal so schwierig ja aber zumindest weißt du wie was für einen hohen Preis eine Frau bezahlt mit ihrer Gesundheit körperlich für ein Baby was ich endlich zu Ende bringen will die Zeit danach nach der Geburt wie Kian schon erwähnt hat und was viele wahrscheinlich schon kennen es ist sehr wichtig dass man körperlich mit dem Baby zusammen ist auch du Ukraine hast das gesagt weil das sorgt für eine innige Beziehung und für die Frau nach der Geburt weil ich glaube viele machen sich Sorgen Männer besonders über die Geburt aber nach der Geburt kommt auch eine sehr wichtige Zeit denn die Frau muss auch mit sehr vielen Dingen wird mit sehr vielen Dingen konfrontiert die schwierig sind und ja sie braucht euch also wenn Löwenherz mich hört oder irgendein anderer Mann der sich auf die Geburt seines Kindes vorbereitet ihre Frau braucht dich oder deine Frau braucht dich mehr denn je gerade nach der Geburt das ist auch wichtig weil wir sprechen nicht von der Zeit nach der Geburt sondern nur von der Geburt selbst aber ich werde was mir Molly sagt wie gesagt der Punkt ist nämlich dass er hat es richtig gemacht wie gesagt der Mann ist wirklich am Kopfende bei der Frau und unterstützt sie was da unten stattfindet das hat den Mann nicht zu interessieren weil er kann nichts tun er kann nichts das bringt nichts wenn er da in irgendeiner Form was sieht wie gesagt wenn es eine reguläre Geburt ist wenn was dazwischen kommt muss man halt immer schauen aber im Grunde genommen deswegen gibt es Fachpersonal und in erster Linie sind es die Hebammen der Arzt schreitet nur ein wenn es Komplikationen gibt ansonsten machen das die Hebammen die sind geschult die wissen ganz genau was zu tun ist man muss denen vertrauen und vor allem in einer vernünftigen Geburtsvorbereitung spricht man sich mit denen längst vorher ab und die sagen dir auch ganz genau was du zu tun hast und dann geht in der Regel auch nicht schief und der Körper einer Frau würde nie etwas tun was die Frau gefährdet wie gesagt vorausgesetzt es gibt keine ernsten Komplikationen also bei meiner Frau war es ja so sie hat ja falsch gepresst falsch geatmet das war erst der Geburt logischerweise da hat sie nicht gewusst wie das stattfindet wo das dann aber Kind auf die Welt gekommen war war alles gut das nächste Problem war halt ja sie hatte nicht gewusst wie man Kinder stillt und dieses Reflex von dem Kind das saugt das hat sie nicht herausgefunden wie sie das aktivieren kann sozusagen man muss halt das Kind an die Brust bringen und man muss es ja wie sollte man das erklären also für jemanden der es noch nie gesehen hat also das Reflex von einem Baby wenn es an den Nippeln also saugt das dauert halt das muss es auch lernen und diesen Reflex zu aktivieren ja das war manchmal schwierig für meine Frau und ich musste am Anfang war ich teilweise dabei und nach paar Tagen ging das dann war das dann automatisch dann hat auch mein Sohn oder mein Sohn sozusagen der hat es dann schon Reflexartig schon herausgefunden wie das funktioniert dann war alles gut aber die gerade so die ersten Tage oder die ersten Stunden das war schlimm weil das Baby muss ja was essen ja und da hat man halt viel Panik man muss halt dabei sein man muss die Frau unterstützen wir haben auch so eine da gibt es auch so eine so eine Pumpe so eine elektrische Pumpe wo wir damals hatten keine Ahnung all diese Sachen haben nicht funktioniert aber am Ende hat er trotzdem gesaugt du warst sehr sehr aufgeregt ja aber wie aber wie also ich war ich war noch zu dieser Zeit ich war ein bisschen sag ich mal zu viel bei der Arbeit ich hätte damals so wie heute die Männer nehmen zu Urlaub Vaterschaftsurlaub das habe ich nicht mal gekannt dass es gibt mein Chef hat mich viel zu viel unter Druck gesetzt die acht Stunden bei der Arbeit ich war nicht richtig dabei ich bin nach Hause gesaust ich bin jeden Tag wenn ich Tür aufgemacht habe wenn ich nach Hause gekommen bin am Anfang das war jeden Tag wie eine neue Person kennenlernen gerade die erste Phase wenn du diese Person man stellt sich ja vor man hat ein neues Haustier dieses Haustier wenn man nach Hause bringt dann will man das erstmal kennenlernen und diese erste Phase von einem Kind ist es auch die Kennenlernphase man kennt sich ja noch nicht das ist wie am Anfang ein fremdes Wesen sozusagen man lernt es genau genauso gut also man lernt es kennen indem man mit dem Zeit verbringt und wenn man das nicht macht dann lernt man das nicht kennen und das war für mich unglaublich Glücksgefühle hatte ich und wie war die Beziehung mit einer Frau nach der Geburt super also wir haben immer wir haben klar wir streiten auch aber aber trotzdem streiten tun wir mehr als wir wollen aber im Endeffekt halten wir immer zusammen das ist das Wichtigste und ich würde dass niemanden also dieses Gefühl wünsche ich dass jeder Mann sich das mal gerade die Männer wo so labern ja viele Frauen abwechseln bla 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 die werden nie glücklich sein die werden nie nie das vollenden ihre Männlichkeit sag ich mal wenn sie nicht mal selber Vater und selber ihre Kinder großziehen bis sie erwachsen sind die werden niemals richtige Männer sein im Endeffekt für mich ist jeder Mann der keine Kinder hat ein Kind noch im Endeffekt ist er auch ein Kind weil er selber kein Vater ist ja gut das ist sehr einfach gesagt weil ganz ehrlich sobald du deinen Sohn erziehst musst du ja ein vollwertiger Mann sein weil du dich der Verantwortung stellen musst und so gesehen klar man kann das so sehen ich respektiere die Ansicht von dir aber es gibt genügend Männer da draußen die haben keine Kinder warum weil sie halt nicht das passende Gegenstück für sich gefunden haben und das macht sie deswegen jetzt nicht zu weniger Männern wie sie sind wie gesagt auf die Beziehung reinzugehen genau wie eine Frau niemals eine Frau ist die keine Kinder geboren bekommen hat die hat nicht diese Gefühle von der Mutter also diese Muttergefühle entwickelt das ist sie bleibt immer in ihrer eigenen Welt in ihrer eigenen Blase sie ist nie vollendet 100% Mutter und nicht Frau genauso wie es Vater heißt und Mann ja aber das gehört dazu das gehört zum Komplettwerden dazu leider also meine Ansicht ist es so alleine alleine diese Gefühle wo eine Frau entwickelt wenn sie Mutter ist ja das ist das ist die Vollendung das ist das ist eine Frau ist dann vollendet können wir noch ein Thema dazu ergänzen ein neues was du auch angesprochen hast mit Kindern wenn ihr Stefan bist du verheiratet? nein nein warst du schon mal? nein nein okay aber ich? nein nicht Stefan du auch? keine Ahnung ich habe zwei zwei ich habe mir das glaube ich gedacht weil ich habe das gesehen auf deine irgendwelche Videos von dir ja ich habe zwei ja ich habe zwei hast du Kunde? nein okay also deswegen das ist jetzt dieses Thema ist ja jetzt fast sinnlos mit dir zu reden weil du selber ja sozusagen in meinen Augen nicht nein er kann wunderbar mitsprechen er hat ja auch Stefan ja sicher er wird sich halt mit Händen und Füßen wehren aber Ukrainer ich respektiere deine Ansicht Ukrainer Ukrainer ich respektiere deine Ansicht glaub mir das ich teile sie nur nicht weil wie gesagt es ist ein bisschen zu einfach gedacht sagen wir mal so ich habe wie gesagt tatsächlich als Vater keine Erfahrung das sage ich auch ganz klar die muss man nicht eins zu eins erfahren haben es gibt einen schönen Spruch der heißt man muss nicht Koch sein um beurteilen zu können ob eine Suppe versaußen ist wie gesagt ich habe einschlägige Erfahrungen mit meinem Neffen zum Beispiel gemacht und mit seinen Brüdern wie gesagt in dem Punkt aber respektiere ich deine Ansicht nur wie gesagt werte deswegen meine Meinung und vor allem auch meine Erfahrung deswegen nicht automatisch ab weil wie gesagt es gibt sehr viel was ein Mann wissen kann und muss abseits des Vaterseins aber eins fehlt dir eins fehlt dir und das ist eben ein Lebewesen das du groß siehst und dieses Lebewesen beschützt das dein Kind ist und das fehlt dir ja aber Ukrainer mit solchen Gesprächen können wir auch Menschen verletzen natürlich es gibt Menschen die können medizinisch keine Kinder haben natürlich das sind andere Gründe lass uns nicht so kategorisch sein das Leben ist nicht nur schwarz-weiß ich weiß was du meinst aber ich sage mal so es gibt auch Menschen die haben keine Kinder obwohl sie welche haben können und die sind aber um einiges reifer als Menschen die Kinder haben nicht alle die Eltern geworden sind sind automatisch reif und männlich oder weiblich da gibst du ja auch vollkommen recht es gibt ja lass uns Menschen ich glaube Kieren ist schon eingeschlafen Kieren bist du da? nö nö ich höre es ist auch okay ich habe einen Vorschlag wir machen ein neues Thema ich glaube Deutschland ist ein ein Scheidungsland wir haben sehr viele Scheidungen vielleicht kommt noch jemand zu uns hoch mit dieser Frage über Kinder wenn man zum zweiten Mal heiratet würdet ihr euch nochmal ein Kind wünschen auch wenn ihr welche schon habt wenn ihr keine habt würdet ihr euch wenn ihr ich sage mal über 45 plus seid nochmal Kinder oder überhaupt mal Kinder wünschen ich beginne mal mit Ukrainer du bist in Theorie zum Beispiel wieder Single würdest du dir nochmal wenn du eine Beziehung beginnen würdest und das würde in eine Ehe übergehen würdest du da noch mal Kinder wünschen? also ganz ehrlich ich habe mir schon immer mehrere Kinder gewünscht im Leben aber ich würde ich würde jetzt zum Beispiel das nicht als Option ich würde das nicht nicht als irgendein wie soll man es einen Wunsch äußern sondern wenn es passiert dann passiert es wenn meine Frau jetzt morgen sterben würde und ich würde jetzt nach meiner Trauer sage ich mal eine neue Frau kennenlernen ja und diese neue Frau würde von mir schwanger werden dann ist es halt so und ich finde wenn ich die neue Frau heirate vollendet das auch die Ehe im Endeffekt mit einem Kind weil ich bin ich sehe mal warum meine Frau ist für mich sozusagen Nummer eins weil sie mein Kind geboren ist die Ehe also dieser Ring an dem Finger bedeutet für mich nicht so viel wie das Kind wo auf die Welt gekommen ist wie das Kind das wir zusammen großgezogen sind also im Endeffekt das Kind hat uns zu einer Familie gemacht nicht dieser Ring oder sonst etwas es ist das Kind das uns zu einer Familie gemacht hat und wenn ich eine neue Beziehung eingehen würde würde ich natürlich wenn die Frau sagt du wünschst du dir ein Kind ja dann hätte ich gesagt nichts dagegen wenn sie auf jeden Fall ein Kind will hätte ich gesagt ich habe damit kein Problem warum sollte ich ein Problem damit haben wenn ich 55 wäre würde ich halt sagen ja gut ich habe dann halt Nachteile als älterer Mann kann ich nicht mehr Fußball spielen gehen oder sonst was mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter keine Ahnung aber ja warum nicht ich habe keine Probleme mit den Kindern ich war jetzt ganz kurz weg ich musste in die Küche also meine Frage war du bist ja über 45 oder nein nein noch nicht okay aber wenn du jetzt okay du hast keine Kinder ich weiß nicht bist du geeignet für diese Frage oder sollen wir überspringen was denkst du wenn du zum zweiten Mal verheiratet wärst oder du heiratest zum ersten Mal aber etwas später über 45 würdest du Kinder haben wollen der Chat kann mitantworten und jemand kann noch hochkommen das so blickt auf jeden Fall nicht allein meine Entscheidung sondern das da ist ganz klar die Frau die zukünftige Mutter ist damit ganz klar mit eingenommen weil es kommt auch darauf an ob sie es möchte auch vom Alter her es ist bei Frauen so sobald sie die 40 überschreiten wird es dann langsam etwas riskant Kinder zu bekommen also da glaube ich liegt die Entscheidung mehr bei ihr als bei mir ich hätte grundsätzlich nie was gegen Kinder also ich hätte nie ein Problem damit mal Kinder zu haben aber da glaube ich entscheidet die Frau mehr Jan auf gar keinen Fall also ich habe mir gesagt nein Quatsch ich nehme es zurück sagt niemals nie sollte eigentlich mein Motto sein aber in der Regel würde ich sagen bin ich nicht daran interessiert dass wenn ich nochmal in eine Partnerschaft nach meiner Ehe einsteige dass ich nochmal Kinder haben will vielen ist doch gar nicht die Dimensionen klar du musst mindestens mindestens 20 Jahre hängst du wieder von deinem Leben ran für jemand anderes und das macht man auch in dem Moment mit voller Liebe wenn man ein Kind hat opfert man sich für dieses Kind aber wenn einmal wenn man so wie ich ein gewisses Alter erreicht hat dann willst du die zweite Phase deines Lebens einfach genießen und wenn du dann schon erwachsene Söhne hast wie in meinem Fall dann will man sich möglichst eine Frau angeln die selbst Kinder hat aber keine mehr möchte so sehe ich das also ich habe selber nichts gegen eine Patchwork-Familie also zum Beispiel wenn die Frau Kinder mitbringt in die Beziehung und ich selber habe auch eigene Kinder schon und wir noch ein eigenes Kind noch machen also da habe ich eigentlich gar keinen Schmerz damit aber da muss halt wie du sagst das muss die Frau am Ende entscheidet ja die Frau ob das Kind auf die Welt kommt oder nicht ich könnte nur den Wunsch äußern oder wenn sie mich fragt hast du was dagegen könnte ich nur sagen ja oder nein also das ist das einzige aber wie alt bist du jetzt oh keine ich bin 45 oh du bist 45 du klingst wie ein kleiner Junge tut mir leid ich bin auch so ich meine du klingst sehr jung du hast eine sehr junge Stimme Gratulation ich trinke nicht ich rauche nicht ja so wie ich ich habe auch noch nie getrunken oder so oder geraucht aber das Spitz ich meine du klingst wirklich jung und ich habe dich für jünger geschätzt aber auch selbst mit 45 würde ich kein Kind mehr haben wollen wenn ich in eine zweite Beziehung einsteige wäre für mich keine Option mehr im Umkehrschluss werde ich sehr alt geschätzt ja du klingst reifer ja so ganz ehrlich so klang ich mit 18 schon er hat die dunkle Stimme und dann kommt noch dieser bayerische Akzent dazu ja ja genau und das macht ihm so ein bisschen männlich ja und der ich kenne ja den Stefan wir haben ja mehrmals zusammen gesessen und gegessen und wir kennen uns also auch live und ja ihr würdet euch wundern der ist ein lieber Kerl und sehr klug ja vielen Dank für die und habt ihr noch weitere Themen die ich ich finde es sehr interessant dass die meisten Männer das so an Frauen was sagst du zu dir also die gleiche Frage an dich nein ich würde keine Kinder mehr wollen du hast zwei Kinder du hast Mädchen und Jünger du hast nur zwei Mädchen ich habe zwei Jungs ich wollte ein zweites Mädchen aber hat nicht geklappt wurde auch ein Junge und damit ist für mich Schluss aber ich habe es hat mich zum zweiten Kind ehrlich gesagt überreden lassen und ich glaube ich werde also ich wollte nie wieder Kinder haben ok klingt so endgültig ja klingt aber auch nicht so klingt jetzt für mich so wie das zweite Kind ist nicht so in einer glücklichen Beziehung entstanden sage ich einfach mal doch damals schon aber ich wollte einfach kein zweites Kind es hatte nichts mit Beziehung zu tun es war kein beziehungsrettendes Kind aber ich wollte keine Kinder ich wollte überhaupt keine Kinder ehrlich gesagt mein Ehemann wollte Kinder und ja deswegen das zweite Kind war für mich wirklich schon Schluss ich zum Beispiel denke ich auch so also nachhinein weiß ich auch nicht ob Leben könnte auch anders verlaufend sein aber was soll ich machen Kinder sind aber nicht dazu da um eine Beziehung zu retten nein ich bin ich bin auch kein Freund von beziehungsrettenden Kindern ich wollte oder irgendwie es gibt so eine Art mit Kindern irgendjemanden an sich binden das funktioniert auch nicht mein Mann wollte Kinder ich wollte keine Kinder aber soll ich dir mal weißt du welche Theorie also Theorie oder welche Erfahrung ich erlebt habe oder habe dass die Frauen wenn sie nicht Kinder kriegen ist es nur weil sie den falschen Mann haben also wenn eine Frau den richtigen Mann an der Seite hat wo sie das Gefühl hat mit diesem Mann kann ich alles schaffen dieser Mann steht hinter mir ich habe ein sicheres Gefühl dann kann die Frau auch ihre Meinung ändern was Kinder bekommen angeht und oft habe ich auch erlebt Frauen die immer gegen Kinderkriegen waren sind von Kinderkriegen angesteckt worden bei der Arbeit als Mitarbeiterinnen oder irgendwelche Kolleginnen auch schwanger geworden sind auf einmal haben sie auch das Kinder zu kriegen bekommen das gibt es ganz oft ich habe sogar das als Beispiel in meinem Freund bei mir war das andersrum ich wollte ein Kind ich wollte ein Kind aber viel viel später als ich als ich das bekommen habe aber mein Ehemann als wir geheiratet haben er wollte eigentlich viele viele Kinder bekommen und ich fühlte mich sehr enttäuscht als ich mein Kind bekommen habe und belogen von allen weil ich wusste ich wusste zwar wie man Kinder macht und wie eine Geburt aussieht aber ich wusste überhaupt nicht drumherum ich wusste nicht was die Heilungsphase bedeutet was es alles für Nebenwirkungen hat wie ein Baby funktioniert wie viele Schmerzen ich habe und wie viele schlaflose Nächte gleichzeitig ich habe also all diese Sachen waren mir nicht klar und alle diese Kolleginnen die schwanger rumlaufen oder deine Eltern und Verwandte die erzählen das ja nicht die erzählen ja alle wie süß Kinder sind aber ich war sehr enttäuscht von dieser Phase Hattest du mit wie vielen Jahren hattest du deine Ansicht Ukrainer ganz kurz Ukrainer in dem Punkt stütze ich jetzt mal deine Ansicht Ukrainer weil witzigerweise klar dass die meisten erstmal von dem Erlebten nur das Positive rauspicken weil es ist ja Schwachsinn wenn man das dann so negativ darstellt damit macht man es ja jedem Madig und vor allem es kommt auch darauf an wie man mit diesen jeweiligen Erlebnissen umgeht überwiegt mehr das Positive oder das Negative wahrscheinlich war es bei deinen Kolleginnen so dass bei ihnen einfach mehr das Positive überwiegt hat aber dieser Prozess die Schmerzen das Durchmachen und so weiter was du alles damit erlebt hast das ist ja auch ein gewisser Reifeprozess und in dem Punkt glaube ich bin ich mit Ukrainer da einer Meinung dass das auch ein bisschen dazu beigetragen hat dass du in die Mutterrolle hineinwächst es ist bestimmt nicht immer leicht auch nicht für uns Väter manche tun sich leichter andere weniger aber es gehört einfach zum Leben dazu dass wir an solchen Aufgaben wachsen das kannst du aber diese Erfahrung kannst halt eben nur nur machen indem du sie erlebst und nicht indem du sie irgendwo aus den Büchern liest im Film guckst oder sonst was die kannst du nur wirklich selber da gebe ich dir voll recht und das war diese und das war diese diese Anspielung wo ich vorhin gesagt habe wo ich wo ich sag ich mal wo ich gesagt habe bist du ein richtiger Mann wirst musst du erstmal alles erlebt haben und das ist ein ganz wichtiger Punkt halt im Leben für mich also gewesen wo ich mich selber verändert habe und das verrückte ist halt nur du kannst du kannst nicht jede Erlebnisse herbeizwingen wie gesagt du brauchst als werdender Vater auch die passende Mutter dafür und nicht jeder findet diese Mutter und ich und ich es gibt ja ich weiß nicht wie bei keine Ahnung ob es bei Anna so war aber auf jeden Fall die Leute die sagen wann kriegst du bitte ein Kind oder meistens hat man Druck von der Mutter von dem Vater oder von Omas ja dann sagt er du bist doch jetzt schon du bist jetzt schon 22 also zum Beispiel meine erste Freundin die war damals 21 sie hatte eine Schwester ne warte mal Entschuldigung sie war 19 war sie ihre Schwester war 21 und ihre jüngere Schwester war 17 und die ältere Schwester die war die war schon verheiratet und die jüngere Schwester die war schon verlobt so und die mittlere wo mit mir dann zusammengekommen war die war so unter Druck weil die jüngere schon verlobt war und die wollte schon die wollte unbedingt schnell heiraten und Kinder kriegen weil sie an der Reihe war sozusagen und in der Familie haben die alle so Druck gemacht ja du musst schnell Kinder kriegen dies und das und das und bei meiner Familie ist aber auch so jeder sagt ja du willst du nicht noch ein Kind willst du nicht noch ein Kind willst du nicht noch bevor ich gar keine Kinder hatte ja wann kommt es wann kommt das erste Kind du bist schon lange zusammen mit dir bla 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 und von allen Seiten von allen Seiten du bist auch Osteuropäer ja meine Frau nein meine Frau ist Deutsche und du ich bin bosnische Abstammung und ukrainische Abstammung Osteuropäer bei uns ist das genauso also meine Mutter ist ja Ukrainerin und mein Vater ist ja Bosnian und das ist sowieso ein bisschen schwierig weil der bei einer Seite Moslems äh moslemische Seite bei mir ist und die andere Seite ist äh christlich und ich selber bin in Deutschland geboren und hab eine deutsche Frau heute also also bei uns äh da wo ich herkomme und meine ganze Familie kommt aus der Ukraine die einzelnen Mitglieder so unter Druck setzt ob sie jetzt Kinder haben sollen oder nicht weil das entscheidet jeder für sich selbst und äh das kann man nicht dazu aber das ist bei Deutschen so gerade mal Anfang mit Anfang 20 das ist schon sehr jung in osteuropäischen Familien ist es leider so dass es oft ähm einem vorgelegt wird äh man soll sich unbedingt fortpflanzen aber ich fühlte mich wie gesagt enttäuscht ich fand äh Mutterwerden ziemlich äh enttäuschend und anstrengend ich hatte auch eine sehr schwere Geburt beziehungsweise ich hatte einen Kaiserschnitt im Endeffekt und äh nach dem Kaiserschnitt ist alles schrecklich nach dem zweiten Kaiserschnitt ist das auch noch schlimmer aber man ich war schon vorbereitet ich war auch älter und ich war vorbereitet aber nach ähm das erste Mal war einfach nur furchtbar und deswegen wenn ich ja ich bin zum Beispiel äh großgeworden in Kroatien also Jugoslawien damals noch und bei uns äh bei uns äh sagt man immer so das erste Kind ist das äh ist das Kind vom Vater und das und das jüngste Kind ist das Kind von der Mutter und äh du kriegst halt wenn du aber ein mittleres Kind bist ne dann bist du richtig Gaga weil äh du fühlst dich immer äh ein bisschen benachteiligt weil äh die sieht keiner im Endeffekt äh ich mach dir mal ein Beispiel wenn ein älteres Kind zum Beispiel äh aufsteht um zwei Uhr nachts ne und sagt ich hab Hunger Mama mach mir Brot die Mama sagt geh schlafen ins Bett wenn aber das Jüngste sagt Mama äh ich hab Hunger um zwei Uhr nachts dann steht Mama und macht die Brote beispielsweise und der Vater der kann halt mit dem größeren was viel mehr Sachen machen und äh bevorzug halt das ältere so Kind ne und die Kleineren gucken vom Abschauen im Endeffekt ja und und wenn du wenn du immer so Rahmenbedingungen das kann auch immer abweichen ja natürlich aber das ist so allgemein so ähm so pauschalisiert einfach mal Klischee weißt du hier im Chat hat jemand geschrieben Kinder so früh wie möglich es gibt noch äh Leute die schreiben äh andere Sachen ich kann äh jedem nur sagen äh nicht so früh wie möglich ich würde eher äh das Heiraten nach hinten verlegen ich glaube wirklich noch an Institution Ehe und an ähm heiraten und an Familie äh aber man sollte wenn man heiratet reif sein und wenn man Kinder bekommt auch und äh sich über äh nicht nur über äh ja diese Plusseiten informieren sondern über alle Nebenwirkungen und äh Side-Effekts äh unbedingt und sich drüber im Klären sein Angst davor haben wenn ich mir im Chat manchmal durchlese was Leute hier über Beziehungen schreiben äh das ist auch nicht gesund ja mit alle Beziehungen auch mit euren Eltern habt ihr Probleme manchmal in Beziehungen auch in mit euren Eltern und Geschwistern habt ihr manchmal Streit und natürlich habt ihr dann auch mit einem Partner mit einem Ehemann oder Ehefrau Streit es gibt so was wie Konflikt äh Konfliktologie das heißt äh ihr müsst auch lernen wie man einen Konflikt auslebt wie man es anfängt führt und beendet und damit weiterlebt also Konflikte an sich sind okay davor muss man nicht Angst haben und Beziehungen äh Familie das ist alles schön aber ähm meiner Meinung nach sollte man äh ein bisschen Leben vorher und sich kennenlernen in erster Linie sich kennenlernen äh unser Thema ist ja Beziehungen und ähm ähm ich glaube wie viel Zeit gibst du für eine Kennenlernphase bei einer Beziehung zwischen so zwei jungen Menschen die so gerade 18 Jahre sind 18 äh also weißt du ich wenn ich 18 wäre heute nochmal äh ich würde definitiv niemandem empfehlen mit 18 Jahren überhaupt an eine Ehe zu denken ähm ich weiß nicht was die anderen zwei sagen und was du sagst das ist einfach meine also ich sag mal so es kann es kann es kann gut gehen und es kann schief gehen aber das passiert bei älteren auch aber was was Kinder angeht äh das passiert wenn die Kinder auf die Welt kommen und die Schwangerschaft da entwickeln sich auch eine jüngere Person entwickelt sich in der Reife extrem schnell und passt sich sehr schnell an vor allem was für ein leidensweg vor allem wenn sie aber verantwortungsbewusstsein haben ja für 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 ihre sachen die sie machen zum beispiel also ich sage es als frau du sagst das ist man ich sage es als frau ich würde mit 18 jahren jedem empfehlen seine ausbildung zu machen definitiv bin ich deiner meinung ähm sein leben zu meistern möglichst viel spaß zu haben zu reisen zu tanzen zu lesen und nicht an heiraten aber kannst du doch auch das alles das kannst du auch so machen also alles all die sachen kannst du auch so machen und du hast zum beispiel wenn du mit 20 kinder kriegst und heiratest bist du schon mit 38 mit allen durch ne und das kind ist schon erwachsen ähm dann kannst du immer noch nicht zu alt dann bist du immer noch nicht äh dann bist du äh kein alter mensch dass du noch nicht mehr Sachen machen kannst ja aber du bist auch mit 48 oder 58 kein alter mensch nein bist du auch nicht und vor allen dingen deine 18 deine 20 bringt dir auch niemand wieder also besonders als als junges mädchen äh ihr müsst euch darüber im klaren sein diese geschichte von wenn du 38 bist oder 40 bist dann bist du mit allem fertig aber was ist mit euren 18 was ist mit euren 20 ihr seid irgendwann eine verbitterte 40-jährige Frau die nicht gelebt hat davon gibt es genug wenn man einfach auf der Straße sich umschaut man sieht davon genug also ich klinge vielleicht für dich Ukrainer eigenartig aber aus meiner persönlichen Erfahrung eigentlich nicht mit 18 mit 20 ich finde es wirklich seltsam ich finde es wirklich seltsam und das spreche ich vor allem bei euch Frauen immer so an dass ihr euch immer so dermaßen auf das jugendliche Alter versteift weil ganz ehrlich mit 18 sind die meisten noch ziemlich grün hinter den Ohren obwohl sie zwar volljährig sind und laut Gesetz in diesem System voll geschäftsfähig aber die allermeisten 18-Jährigen haben noch fast keinerlei Erfahrung sie haben gerade mal eine Grundausbildung im schulischen Allgemeinwissen aber vom Leben noch keine Ahnung mit 18 ist man noch so dermaßen naiv und hat noch keine Ahnung von der Welt und jeder jeder Mensch entwickelt sich anders ich habe ohne Scheiß ich habe 15-jährige Burschen erlebt die reifer und vernünftiger im Kopf waren als manche mit 25 also das Alter per se ist kein es ist ein grober Richtwert dass man sagen kann jemand ist im Schnitt so und so weit aber ich habe wirklich Vollidioten mit über 35 erlebt oder noch älter und richtig clevere junge Burschen und Mädels die teilweise noch nicht mal die 20 auf dem Buckel haben das ist meine Scham mit der Verantwortung dieses Thema ist sehr individuell man muss wirklich schauen wie haben die einzelnen Leute entsprechend ihre Erfahrung gemacht ich kenne auch Leute aus der Verwandtschaft die haben mit Anfang 20 keine Ausbildung gemacht warum weil ihre Lebensumstände es nicht erlaubt haben aber aus ihnen ist trotzdem was Vernünftiges geworden also das ist immer so das Muster was das System einem vorgibt du sollst das machen wenn du so alt bist du sollst das machen wenn du so alt bist das mag schön und gut sein aber es trifft einfach nicht auf jeden Menschen zu jeder muss sich sein eigenes Leben bauen und schauen wann er für was bereit ist und alles andere kommt wenn es soweit ist Stefan aber es gibt Menschen die haben Rainer machen wir hier kurz Stopp weil wir haben einen neuen Gast My Love aber vorher möchte ich noch was von Kian hören weil ich glaube da musst du jetzt eine Stunde schweigen Kian wenn du noch nicht klebst überhaupt nicht ich war da sehr entspannt ich habe einfach zugehört habe ich doch gesagt ich würde heute sagen ich habe meinen Söhnen geraten nicht zu heiraten sondern erst mal Kohle zu machen sich die Hörner abzustoßen ein bisschen Lebenserfahrung bekommen und nicht mit 20 oder 21 in eine Ehe reinspringen und dann das bitter bereuen ein bisschen Erfahrung und dann raus ins Leben und sich eine Frau holen Geld zur Seite legen und dann ab in die Ehe und dann auch wie ein richtiger Mann agieren weil mit 21 sind viele Männer einfach nicht reif besonders in westlichen Gesellschaften nicht wenn ich in die iranischen Gesellschaft reinschaue da ist mit 15 ist so ein junger Mann ist da der Familienmanager weil das Leben ihn zwingt da knallhart durchzugreifen aber die ganzen Softies die hier in Deutschland rumlaufen das sind alles Babys auch mit 24, 25 und so weiter und so fort also die brauchen ihre Zeit und ich habe meinen Söhnen gesagt heiratet spart 5, 6, 7 Jahre lang eure Kohle und seht zu dass ihr dann mit Geld in der Tasche aus dem Haus geht dann habt ihr ein bisschen Erfahrung gesammelt ihr seid reifer ihr versteht das eine Frau auch etwas bieten und ich ich habe mit 20 geheiratet und das war viel zu jung aber ich war auch immer war immer beseelt von der Idee einer Ehe und ich fand die Idee auch gut zu heiraten und eine Familie zu gründen und ich bereue das auch gar nicht ich bin jetzt in einem guten Alter und meine Kinder sind durch die sind erwachsen ich kann jetzt machen was ich will aber aber ich finde es trotzdem gut wenn man wenn man jung wenn man ein Paar ist dass man ein paar Jahre wartet und einfach erst mal sich entwickelt innerhalb der Beziehung und dann herausfinden möchte ob man überhaupt zusammenbleiben will ob man Kinder haben will Kinder in die Welt setzen ist super einfach das geht 10 Minuten und dann hast du die Frau schwanger gemacht also dann hast du sie imprägniert aber Kinder dann groß zu ziehen für die nächsten 20 Jahre und mehr ist keine einfache Geschichte deswegen muss man immer wissen wann man Kinder in die Welt setzen möchte und für sie da sein zu mögen Danke dir wir haben einen neuen Gast My Love du hast sehr interessant gesprochen ich muss nur My Love auch die Möglichkeit geben sich auszusprechen mach bitte dein Mikro an und sag was du wenn du dazu denkst und solange My Love das Mikro anmacht ihr seid bitte auch dran im Chat ein bisschen aktiver zu sein zu liken zu teilen My Love du musst das Mikro anmachen unten ich glaube rechts oder wo ist das Mikro anzumachen ich habe jetzt eine Einladung geschickt dass du das Mikro anmacht ich glaube My Love wollte gar nicht hoch doch sie hat angefragt und dann hat sie noch gesprochen okay sie hat sich entfernt gut dann kommen wir darauf zurück was Kian gesagt hat ich bin mit dir konform dass man du hast jetzt von Männern gesprochen ich habe von Frauen gesprochen ich glaube wirklich dass auch Frauen nicht reif genug sind mit 18, 19, 20 Kinder zur Welt zu bringen hier schreibt jemand ich habe schon das verloren wer das geschrieben hat dass wenn man jung ist ist das für den Körper der Frau angeblich einfacher es auszutragen und zu gebären mittlerweile nicht mittlerweile ist die Medizin ziemlich fortgeschritten und selbst wenn es geht ja nicht nur darüber darum dass man das austrägt und rauspresst es geht auch um das danach deswegen ich bin auch kein Freund von früheren Kinder bekommen Ukraine du würdest deinem Kind das heute nochmal empfehlen wenn du die Möglichkeit hättest so einen Ratschlag zu geben oder würdest du auch sagen da sollen warten also ich sage einfach mal so wenn er etwas anstellt dann soll er auch dahinter stehen wenn er eines Tages sage ich mal ein Kind zeugt beispielsweise mit jemandem dann soll er auch dahinter sein und soll das Kind unterstützen bis es groß geworden ist wie ich ihn unterstützt habe im Endeffekt sage ich ihm das auch nicht sondern ich lasse ihn einfach seine Erfahrungen im Leben selber machen ich werde ihm nie etwas aufzwingen das er lebt wie ich das möchte sondern ich werde ihm immer das akzeptieren was er macht auch wenn er Fehler macht es sind seine Fehler und diese Fehler soll er halt im Leben auf jeden Fall als Mann dahinter stehen und soll auf seine Kinder oder auf seine Frau oder seine Freundin oder so immer gut behandeln und er soll halt dahinter stehen und er muss eigentlich von mir auch keine Lehre bekommen wie er zu leben hat sondern er soll einfach mit seinen Ohren und Augen wenn er klauen kann dann soll er einfach schauen auf seinen Vater und wenn er einfach nur ein bisschen von mir die Hälfte von mir nachmacht ist für mich eigentlich meine Arbeit getan ich muss nicht irgendwie für ihn Entscheidungen treffen was er zu machen hat und wie er zu machen hat er sollte er sollte schlau genug sein um das selber zu machen um zu wissen was er zu machen hat wenn das Leben eben das Schicksal für ihn bestimmt dass er das Kind früh bekommt dann soll er auf jeden Fall für das Kind da sein und soll nicht irgendwie Rückzieher machen und abhauen wenn er sich entscheidet eine Frau zu heiraten früh dann soll er auch mit der Frau bleiben und soll für sie da sein wenn die aber unglücklich sind in der Ehe eines Tages dann sollen die sich auch scheiden lassen bevor das Kind irgendwie darunter leidet dann ist es besser man scheidet sich und man kann trotzdem für das Kind da sein ja was soll ich sagen also das ist das ist so ich möchte einfach nicht meinen Sohn irgendwie etwas bestimmen einfach was er zu machen natürlich ich habe nicht verstanden was du meinst danke dir hier schreibt Karamell Sutra ich lese auch den Chat viele junge Mädchen werden durch die Hormone schnell erwachsen im Kopf Kieren hielt wieder für dich was biologisches ich verstehe nicht ganz was dieser Mensch meint meinst du die Pubertät oder was genau meinst du mit Erwachsenen im Kopf ich meine ist das biologisch betrachtet gibt es unterschiedliche Reifephasen bei Männern und bei Frauen und Menschen besonders Männer sind bis zum 23. und 24. Lebensjahr noch diversen Entwicklungen ausgesetzt und hormonelle Entwicklungen und das Gehirn entwickelt sich komplett erst zu Ende mit 24 25 danach hört das Gehirn auf zu wachsen oder sich zu strukturieren und dann meine ich auch Lebenserfahrung ich rede nicht von der Pubertät die haben ein paar Pickel im Gesicht und ein paar Schamhaare machen noch keinem Jungen zum Mann sondern es ist wichtig dass ein Junge da draußen Lebenserfahrung hat und er braucht auch eine Lebensanweisung das heißt er braucht deswegen ist Familie auch so verdammt wichtig ein Vater der seinen Sohn an der Hand nimmt und sagt pass mal auf das ist der Lebensweg eine Mutter die ihr Tochter nimmt und sagt Töchterchen so funktioniert das und nicht dass sie ihre Tochter dann vor TikTok mit dem Arsch wackeln lässt und und das ist der gegenwärtige Trend und das ist völlig in Ordnung sondern dass man Kindern eine klare Anweisung gibt wie sollen sie sich durchs Leben schlagen und dann finde ich wenn die Kinder reifer sind also wenn der Junge und das Mädchen dann vielleicht 25, 26, 27 sind dann merkt man dann werden sie ihre Einstellung werden vernünftiger die Betrachtung auf das Leben werden anders es ändert sich vieles aber in jungen Jahren sind die Menschen hitzköpfig weil sich Meinungen noch nicht gebildet haben weil die Hormone verrückt spielen die treiben dich zu extremen Entscheidungen oder du bist großen Gefühlsschwankungen ausgesetzt durch deine körperlichen physischen und mentalen Veränderungen und das schließt sich alles erst mit 24, 25 ab von da ab kann man dann reden die Araber nennen ihre Kinder übrigens alle Jahil Jahil heißt Unwissender so sprechen die Araber meistens ihre Kinder an weil sie genau wissen dass da nichts im Kopf ist bei den Kindern kannst Kinder hier in Deutschland sagen sie halbstarke ja halbstarke genau aber die Araber die Araber nennen sie so weil Kinder noch nichts keine Ahnung vom Leben haben ja und was glaubt ihr warum erst mit 18 Verträge abgeschlossen werden dürfen in Deutschland oder der Führerschein erworben werden darf und so weiter und so fort warum man juristisch erst akzeptabel ist da draußen auf dem auf dem auf dem Markt ja ganz einfach weil die Birne da noch nicht richtig mitspielt erst dann wenn sie ein gewisses Alter da ist kann man ihnen etwas zutrauen aber ich würde jedem da draußen raten wer heiraten will und der jung ist wartet mal ab 24, 25, 26 dann sieht die Welt ganz anders aus nach meiner persönlichen Einschätzung sollte man das Alter auf 21 wieder hochstufen weil in vielen Punkten ist 18 einfach zu jung man sieht doch wie dermaßen kindsköpfig und teilweise unreif die 18-Jährigen gerade heute sind und vor 20 Jahren war es auch nicht besser und wie gesagt in dem Punkt klar da würde ich mir jetzt überhaupt keine Freunde machen zumindest unter den Jüngeren aber da wäre ich der Meinung sollte man die Volljährigkeit wieder auf 21 hochstufen das sind zwar nur drei Jahre aber drei Jahre in der Entwicklungsphase können eine Menge ausmachen übrigens finde ich sehr gut was unter anderem hier Lena 21 geschrieben hat nämlich die Wichtigkeit der Väter gerade gegenüber den Töchtern gebe ich also wie gesagt gehe ich absolut konform besonders weil die Väter für die Töchter das Vorbild das Vorbild für den richtigen Mann ist der erste Mann in ihrem Leben überhaupt einer jeden Frau wenn sie heranwächst ist der Vater und wenn der Vater entsprechend sage ich jetzt einmal in dem Weg was er darstellt nicht das tut dann haben sie auch ein sehr gestörtes Verhältnis zu den zukünftigen Männern weil ist der Vater ein sehr vorbildlicher Vater und zum Beispiel auch sehr männlich in seiner Präsenz also sprich beweist Stärke Mut und Zuverlässigkeit also wirklich Attribute die ein Vater zu erfüllen hat dann legen sie diese Attribute auch an ihren späteren zukünftigen Beziehungen fest das heißt sie werden ein bisschen auch an den Männern also an den Vätern gemessen die Väter sind für die zukünftigen Frauen das erste und entscheidende Vorbild wie der Mann zu sein hat der Vater hat eine ausschlaggebende Rolle für ein Mädchen auch was ihr Selbstwertgefühl angeht und ja das was viele hier als Weiblichkeit bezeichnen einfach das Wohlbefinden als Frau das hängt auch sehr stark mit dem Vater eines Mädchens zusammen aber wir haben leider eine Gesellschaft die durch Scheidungen geprägt ist und viele Männer sind wie Kieren sagen würde nicht männlich und verlassen ihre Familien und wenn sie ihre Partnerschaft beenden mit einer Frau dann vergessen sie einfach oft dass sie aber die Beziehung mit Kindern nicht verlassen dürfen und das Treffen für ein Häckchen oder Geldüberweisungen meistens minimal auch fürs Häckchen nicht genug sind und auch für Männer sind Väter wichtig aber für Mädchen tatsächlich noch wichtiger das ist auch ein sehr schweres Thema für viele wir haben leider keine Frauen die zu uns hoch kommen und mit uns sprechen ich verstehe das nicht die meisten schreiben lieber das schreiben sie sogar selber in chat rein dass sie lieber schreiben anstatt zu sprechen also da können wir nichts dafür ich reagiere noch mal auf Delta Empire 28 Moment der oder die schreibt dass manche mit 15 schon weiter sind als andere mit 18 also wäre das schon in Ordnung ja es gibt tatsächlich 14 15 -Jährige die im Kopf schon sehr weit sind aber das ist definitiv die Ausnahme als die Regel und wenn man jetzt ein festes Regelwerk nach der Ausnahme macht dann wäre das ein fataler Fehler nur weil von 100 ungefähr 5 oder 10 etwas weiter im Kopf sind dann haben wir aber Nachteil wenn die meisten dann überproportional vertreten sind die definitiv noch sehr weich in der Birne sind und ich finde ein 15 16 jähriger Bursch oder Mädel ist besonders dann reif genug wenn er selber einschätzen kann dass er mit 16 noch nichts weiß und noch keine Ahnung von Leben hat wieso weil 16 Jahre viel zu kurz dafür sind und noch gar nicht die Möglichkeit war das nötige zu erfahren weil allein für vieles brauchst du das Verständnis brauchst du die Reife und die hast du erst in den ersten Jahren wenn du in der Pubertät bist kannst du das entwickeln und diese Jahre musst du erst mal auf dem Buckel haben damit du die nötige Lebenserfahrung für bestimmte Dinge überhaupt entwickeln kannst außerdem darf man eine Sache nicht vergessen es gibt eine Verschiebung in unserer Gesellschaft die das Gehirn von Männer ist für Aufgaben optimiert die jetzt vom Staat die jetzt an den Staat ausgelagert sind zum Beispiel wenn ein Mann seine Familie nicht mehr versorgen kann dann springt der Staat ein und versorgt die Familie zum Beispiel wie ich gesagt habe die Versorgung der Familie mit Nahrung der Schutz der Familie Aufbau von Dingen für die eigene Familie und Schutz des eigenen Stammes also der Tribalismus im Kopf die Familie zu schützen das alles wird jetzt ausgelagert das wird alles vom Staat übernommen der Mann wird gar nicht mehr sein Geist wird gar nicht mehr belastet das sind keine richtigen Männer wenn die 18 sind das sind Babys die gelernt haben dass Papa Staat ihnen den Arsch abwischt ja und dann gibt es Sperma aus den Samenbanken ja die machen Männer zum Beispiel biologisch nicht mehr notwendig das hätten wir nie erlauben dürfen dass es Samenbanken gibt das ist so ein gefährlicher ja ich finde das schrecklich ich finde das richtig schrecklich eine Sekunde es macht Männer biologisch nicht mehr notwendig und das ist eine gefährliche Sache also in den Samenbank hat ja auch ein Mann reingemacht das ist richtig aber es braucht kein Mann mehr damit eine Frau schwanger wird in dem Sinne dass er mit ihr eine Beziehung angeht und vielleicht eine Familie gründet sondern eine Frau die schwanger werden will geht einfach zu einer Samenbank und lässt sich den Samen spritzen die kann auch direkt mit jemandem schlafen gehen und schon hat sie den Samenbank garantiert die Anonymität da kommt kein Schwein dahinter die Leute die Samen abgeben die die wollen auch nichts davon wissen die wollen Kohle sammeln und dann gehen die weg aber wenn du mit jemandem sagst hey kannst du mir ein Kind machen und dann kommt der nach einem halben Jahr und sagt ich habe Gefühle für mein Kind entwickelt jetzt fühle ich irgendwie jetzt habe ich dich mal gesehen und jetzt möchte ich doch mit meinem Kind das wollen Frauen nicht ja kurz gesagt um es mal kurz auf den Nenner zu bringen der Gebrauchswert von Männern wurde durch eine Reihe sozialer und politischer Fehlentscheidungen einfach reduziert in Deutschland in der gesamten westlichen Welt ihre Physiologie ist auch das Angriffsziel geworden ja Männer fühlen sich nutzlos und ihre biologische Männlichkeit ist geschwächt auch durch falsche Ernährung zum Beispiel ja guck dir mal die Babygesichter von Männern an schau dir mal an wie Männer aussehen die hellen stimmen du haust jetzt gerade ein bisschen Nägel rein die du wahrscheinlich nicht raus sehen kannst mehr Testosteron als irgendein Europäer im Durchschnitt der Testosteronspiegel ist in den letzten 45 Jahren massiv nach unten gefallen unsere Männer waren mal viel besser ausgestattet mit Testosteron ja wenn man jetzt sich einen afrikanischen Mann ansieht der hat viermal so viel Testosteron in seinem Körper als ein durchschnittlicher europäischer Mann ja und was ist die Konsequenz aus diesen ganzen Sachen männlicher Selbstmord schießt durch die Decke ja zehnmal mehr bringen sich Männer um als Frauen die schaut euch die Studien an die männliche Spermienzahl und Fruchtbarkeit ist noch nie so niedrig gewesen wie jetzt in unserer Zeit ja dann gibt es aber da warte man da würde ich mal kurz einschreiten guck mal ich sag dir mal so es gibt bei vielen Primaten also Affen verschiedene Größen an Eiern und Genitalien ja und es hängt an der Konkurrenz an der Konkurrenz was die haben hat ein Affe viel Konkurrenz hatte große Eier und große Genitalien hatte keine Konkurrenz brauchte die nicht und so ist es nunmal auch in der Biologie bei den Menschen dass die Natur das eben anpasst zweitens das ist das ist politisch das ist politisch und das ist keine revolution ich kann dir bitte nicht gleichzeitig sprechen lass einfach moment lass einfach Kian zu Ende sprechen und dann sprichst du bitte nicht gleichzeitig was ich damit sagen will ist dass du das ist interessant dass du mir Biologie beibringen willst Junge ich habe das studiert okay ich habe verstanden aber du musst mich mal kurz aussprechen laden Kian lass mich mal kurz aussprechen bitte Kian bitte lass mich kurz aussprechen ich war gerade dran nicht du du warst ja fertig du hast ja dann habe ich weiter gemacht so aus meiner Sicht wenn du siehst also ich sage mal so in meiner Familie zum Beispiel meine Mutter hat mich gekriegt mit 30 Jahren die meisten Frauen in ihr also die Schwestern von ihr haben alle mit 18 19 20 Jahren schon geheiratet und Kinder gekriegt durch die Armut was die damals hatte nach dem zweiten Weltkrieg war Jugoslawien ziemlich zerstört gab es wenig Nahrungsmittel Menschen waren arm und die Frauen oder meine Mutter zum Beispiel war unterentwickelt wegen der Armut wegen Mangel an Essen sie hat nicht mal die Chance können von der Natur hat sie nicht ein Kind gebären können so früh sie war mit jemand zusammen und sie hat keine Kinder gebären können erst mit 30 ist sie schwanger geworden und dieser Wohlstand was wir haben in Deutschland das macht uns zu dem was wir haben zu dem was wir sehen die Frauen sind früher entwickelt weil sie genug ernährt sind weil sie genug zu sich nehmen deswegen können die auch mit 15 16 17 18 jahren biologischer mütter werden in armut können die frauen das nicht weil sie eben nicht genug lebensmittel zu sich nehmen um sich zu entwickeln und deswegen gibt es welche leute die nennt man spät aber wir sprechen nicht darüber dass man aber davor haben wir davor gesprochen guck mal ich habe eben gerade gesagt das gehirn von männern ist für aufgaben optimiert und das andere ist mentale entwicklung in dieser gesellschaft keinen druck mehr ich rede von dem druck den männer spüren müssen ihre familien zu versorgen und nicht zu denken wenn ich nicht genug Geld habe dann gibt Papa Staat mir Bürgergeld und dann kann ich meine Familie versorgen es gibt keinen druck mehr geld zu verdienen um die familie selber hochzuhalten und den stamm selber zu beschützen dann werden wir alle heute sagen was macht der staat für uns was hat denn ronald reagan damals gesagt als er gesagt hat fragt nicht was was amerika für euch tun kann sondern fragt was könnt ihr für amerika guck mal was du hast ein problem du hast ein generations problem du denkst du denkst dass die jungen die kinder von heute milch gesichter sind du sagst die sollten schon falten haben die sollten schon am besten ein rau wiesen das ist belegte wissenschaft ukrainer das ist belegte wissenschaft was kieren da sagt das lässt sich messen das lässt sich messen das lässt sich ablesen sicher aber das ist nun mal evolution auch im endeffekt nein es ist nicht evolution es gibt evolutionsbiologische entwicklung und dann gibt es entwicklung die kulturell oder oder so warum gehen warum ist es auf der welt so dass in der armut werden zehnmal mehr kinder geboren wie in einem wohlstandsland so wie deutschland schaut doch mal alle länder an wo der wohlstand groß ist ist die geburtenraten niedrig und überall wo armut ist die geburtenrate hoch das ist ukraine aber dann lass auch gehen antworten weil du unterbricht ihn das ist wichtig dass dann alle diese frage beantwortet bekommen ok es geht hier es geht jetzt nicht die frage was ist los mit dritten weltländer warum bekommen sie mehr kinder die antwort darauf sind es gibt es gibt mannigfaltige antworten auf diese sache eins davon ist kinder sind sehr schnell da um geld zu verdienen oder den unterhalt mit zu fördern man setzt drei vier fünf kinder oder acht kinder in die welt weil man sie mit fünf oder sechs auf die straße schickt damit sie was reinholen man investiert vier fünf jahre etwas in diese kinder und dann schickt man sie raus auf die straße oder in die fabriken wie in pakistan und bangladesh und so weiter und so fort die andere sache ist in armutsländern hofft man auf das große glück dass man zum beispiel mehrere jungs hat in islamischen ländern wie bangladesh und pakistan ist in indien verzeihung in indien ist es so dass ein wenn man einen jungen hat dass man den jackpot geknackt hat weil wenn ein junger heiratet dann muss die aussteuer von der frau gebracht werden und nicht umgekehrt wie im rest der islamischen welt zum beispiel und hier brauchen wir das nicht weil der staat schon die funktionen eines stammes führer übernommen hat das nennt man ja deswegen wir haben uns verabschiedet von tribalistischen strukturen ja wir haben keine großen clans mehr die die zusammenleben deswegen habe ich gesagt der kopf eines mannes ist auf aufgaben optimiert ja und diese aufgaben optimierung findet nicht mehr statt weil für alles können wir zum papastat rennen wenn ich keine wohnung finde ich brauche eine wohnung wenn ich keine arbeit habe ich brauche eine arbeit wir suchen gar nichts mehr selber wir strengen uns gar nicht mehr selber an die ganze innovation des Mannes hat faktisch dem Mann die ganze energie genommen die der mann um da draußen zu überleben wir sind survivors wir sind wir müssen selber es kommt noch etwas hinzu weil auch das Thema arm in wärmeren ländern passiert automatisch das was auch zu unseren Zeiten als wir in der armut waren übrigens nach dem zweiten weltkrieg waren nicht nur ukrainien und Jugoslawien dem Hunger sondern auch Deutschland meine Oma ist in dieser Zeit groß geworden sie musste auch hungern hier mitten in Deutschland und was ist typisch in Ländern die arm dran sind wenn dort Kinder geboren werden haben sie in den ersten zwei bis drei Jahren kaum Überlebenschancen drum werden in armen Ländern viele Kinder geboren damit wenigstens ein Teil des Nachwuchs überleben kann nämlich der 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 stärker ist und das passiert heute noch so Sterberisiko in den ersten zwei Jahren Ich bin einverstanden was du jetzt gesagt hast und ich sage ja auch deswegen uns zwingt ja auch die Natur dazu zu dem also unserer Umgebung unser Umfeld zwingt uns ja auch dazu du hast ja kritisiert dass die Männlichkeit von Männern zurück geht in der Ding also bei uns in Deutschland zum Beispiel weil uns aber der Grund ist ja auch dafür dass unser Wohlstand groß ist ja dass wir diese Gefahren nicht mehr haben das heißt wenn du jetzt von Afrikanern geredet dass ihre Männlichkeit stärker ist wie von uns ja ist ja auch wahrscheinlich weil bei denen die sind gezwungen um zu überleben sich zu paaren und das sage ich einfach mal übertrieben bespitzt gesagt ja sehe ich zwar nicht ich sehe das wirklich ich nicht so wie du das siehst aber schau mal hier in Deutschland sieht man ganz genau das Ergebnis von Wohlstand von den Menschen von Frauen und von Männern diese dieses übergewichtiges wie viel wie viel übergewicht wir alle haben ja sage ich einfach mal das tendiert in einem Wohlstand übergewicht zu haben und dass die Frauen eben auch durch das durch die gute Ernährung auch viel früher reifer sind wie in einem armen Land nein Ukraine darf ich kurz als Frau sagen ich gebe absolut recht weil es geht nicht um dritte Länder oder um allgemein das Problem wer wann wie schnell oder gut oder in welchem Alter ein Baby bekommt es geht hier und jetzt um uns und als ich ich bin jetzt 39 ich habe mit 23 geheiratet mit 22 also sagen wir 27 sind meistens ganz egal welche nationalität wenn sie hier in deutschland geboren sind aufgewachsen sind das ist ein sehr trauriger anblick viele sind beziehungsunfähig die die haben überhaupt keine reife keine verantwortung keinen sinn dafür familienwert und das war schon vor 20 jahren so haben gehinkt Frauen sind nun mal reifer auch heute sind mädchen reifer oft als männer und ja das ist ein problem was wir nicht mit afrika oder mit ärmeren ländern in osteuropa vergleichen können und wir sollten wenn wir von westeuropa sprechen von deutschland wirklich das kinder beim namen nennen wir männer angst haben vor verantwortung und kian benennt das wie eben das finanzielle dass der staat etwas übernehmen kann aber es ist eigentlich viel viel mehr es ist so dass schon in der schule es beginnt dass man männer entwertet und dass man männern oft aufdringt dass sie mit mädchen gleich sind aber die sind nicht gleich das ist gegen die natur der jungen und weil sie das alles unterdrücken müssen und man denen dann auch erklärt das sei normal dass die frau alles für sich bezahlt und er für sich bekommt man halt so ein salat so meine ich das also es ist tatsächlich ein problem was man hat ja ich sehe das jetzt nicht direkt als problem dass das wir haben sondern das ist allgemeiner wir sind nicht mehr das ist ein generations konflikt was er da anspricht und da unsere generation nun mal von der ältere generation auch gelernt hat und unsere ältere generation hat es nicht vermittelt ihre werte uns weiter zu geben und wir und es ist keine rückentwicklung bei der menschheit was du sagst das ist einfach nur einfach nur ein prozess wo sich die menschen weiter entwickeln so nennt man das du willst mir also sagen dass soziokulturelle einflüsse genauso normal sind wie ganz normale historische entwicklung unter unter völkern es wenn ich in einer kultur permanent sage dass männer toxisch sind wenn sie sich wie männer fühlen wenn ich in einer kultur permanent sage dass frauen den job von männern übernehmen können wenn frauen richtige kerle sein können wenn ich die geschlechter die identität von mann und frage stelle zum beispiel durch durch diese gender ideologie dass das geschlecht fließend ist und dass jeder sich sein geschlecht aus kann dass das keine auswirkungen hat auf die auf die bei meiner männlichkeit und bei meinem leben erzählen dass das nicht der fall ist junge in england hatte man einen monat lang in einer schule in yorkshire hat man einen monat lang in der schule diese diesen diese gender ideologie gepredigt nach einem monat waren 76 schüler verwirrt und haben gesagt dass sie nicht mehr wussten ob sie männlich oder weiblich sind das ist ein direkter soziokultureller also ich weiß nicht wo du das her hast da bin ich nicht so ganz sicher was du da redest was erzählst du da für ein unsinn du willst mir sagen dass also dass wenn ich meinem Sohn erzähle jeden Tag er ist ein Mädchen Papa ich bin jetzt ein Mädchen ich will ein kleid haben oder was glaubst du wie viele studenten auf dem campus mittlerweile diese sachen glauben zum beispiel kann ein mann eine frau sein eine frau ein mann ja klar wie jeder wie er sich fühlt stört es dass jemand ein mann sagt ich bin eine frau oder mich nicht warum stört es dich mehr wie mich weil du konservativer erzogen bist völliger bullshit es geht hier um fakten es geht hier was dich daran stört also kann ein mann eine frau sein wenn einer sich schminken will und sagt er ist ein esel oder sonst so sein hund warum stört es dich kann ich dir ganz klar sagen das leugnen von etablierter offensichtlicher wissen hey ukraine wer hat jetzt hier hingeschissen wer bist du das du urteilt was ist richtig und die natur hat so gemacht dass der mann mann ist und die frau ist und die frau in der weiblichen energie ist und der mann in der männliche energie ist warum muss das jemand kommen und dann bestimmen was sie wollen nein nein das ist das ist das ist das ist gegen die menschlichkeit es gab schon immer schwulen und es gab auch schon immer lesbische warum geht es gar nicht es geht gar nicht darum ich erkenne an mich zu beleidigen du brauchst eine heilung ich weiß nicht wie deine leute hier warum die mich jetzt hier so beleidigen was sollt das jetzt okay gut ich will was stört dich daran du stört uns mit dem was du bist doch ein homophob also folgendes folgendes die leugnung etablierter und offensichtlicher wissenschaft insbesondere im hinblick auf die wirklichen unterschiede zwischen männer und frauen was man unter anderem humanbiologie nennt ja ich komme aus dem fach wird meines erachtens nach hinten ich komme auch von dem fach ja also du bist naturwissenschaftler du bist du hast biologie studiert oder alles studiert okay alles klar okay gut ja okay also also erstens die wissenschaftliche realität anzuerkennen dass die norm da draußen mann und frau sind wenn du stirbst ukraine du wirst in 100 jahren ausgegraben da kannst du dich so viele röcke angezogen haben so viel geschminkt haben und dich so viel wie möglich als frau gefühlt haben wie du willst wenn ich dich in 100 jahren ausgrabe und ich nehme eine knochenprobe von dir dann wird dein ganze DNA dein ganzes genom wird mir eine geschichte über 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 einen man erzählen und nichts über eine frau was ist was ist mit menschen die zum beispielsweise mit irgendwelche sozusagen twitter oder sonst wie geboren sind ausnahme wie viel sind das ist dann ist das ausnahme und ist das die natur hat ausnahme in indien gibt es auch menschen die mit vier beine und vier hände das ist eine krankheit du hast recht kian das stimmt das ist eine krankheit das ist selten und solche fälle gibt es nur in bestimmten situationen aber im großen ganzen sind die menschen gesund also man und frau und was der hier zählt das sind äh äh das sind ausnahmen der natura und 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 die zählen als als maßstab wenn jemand als zwitter geboren wird er tatsächlich ein weiblich und ein männliches geschlecht da ist das nicht dann ist das nicht dann ist das nicht die dann ist das nicht die 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 regel sondern die ausnahme und daraus lässt sich nicht ableiten dass menschen unterschiedlich geboren sind die tatsache aber Die Tatsache aber, dass zum Beispiel ein anderer Bereich seit einiger Zeit, seit 25 oder 30 Jahren beschäftigt sich übrigens auch die Neurowissenschaft mit einer anderen Disziplin, nämlich die Unterscheidung oder die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirn. Und das sollte man auch nicht ausschließen, wenn man über solche Dinge spricht. Ich will noch mal dazu sagen, aus Gesprächen mit Transgender-Menschen, die unter dieser Geschlechtsdysphorie leiden, habe ich festgestellt, dass diese Menschen sich einfügen wollen und dass sie wirklich unsichtbar werden wollen und einfach mit ihrem Leben fortfahren wollen. Ich habe größte Sympathie mit Menschen, die innerlich zerrissen sind und nicht wissen, wohin sie gehören. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass ein Mann zu einer Frau werden will und eine Frau zu einem Mann. Denn ich will diesem Menschen nicht im Weg stehen. Redet mal, ich habe mit einem Transgender gesprochen und dann habe ich seine Leidensgeschichte gehört. Es ist fürchterlich, wenn man bedenkt, dass ein Mann nicht mehr weiß, ob er ein Mann oder eine Frau ist. Es ist eine fürchterliche Qual für einen Menschen. Und ich habe größte Sympathie für diese Menschen. Nicht für diese Fake-Transgender da draußen, die sich in Frauenkabinen zeigen lassen wollen, weil sie ihre Perversion dort ausleben wollen als Fake-Transgender. Ich rede von den wirklichen Menschen, die unter dieser Geschlechtsdysphorie leiden und wirklich, 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 wirklich einfach nur ein friedliches Leben haben wollen. Oder Kian, es gibt Jugendliche, die auch so kaputt gemacht worden sind, genau was du sagst. Es gibt Kinder, die von solchen Leuten wie Ukrainer befürwortet wurden. Beispiel ein Kind. Was bitte kann ein Kind wissen? Und solche Leute wie Ukrainer unterstützen. Ja, mach doch, was du willst. Du darfst auch alle sein. Und dann später das Kind bereut, was er getan hat. Und er kann es nicht mehr rückgängig machen. Er ist jetzt nur mal das, was er geworden ist. Durch solche Leute wie Ukrainer sind solche Kinder ihre Dinge kaputt gegangen. Ihre Biologie ist kaputt gegangen. Ihr Leben ist kaputt gegangen. Und was macht Ukrainer? Solche Leute wie Ukrainer, die leben hier weiter. Die übernehmen keine Haftung. Und solche Menschen sind gefährlich. Ganz kurz. Ganz kurz. Ich glaube, jetzt sitzen hier mindestens drei Leute, die in dem Punkt wirklich einer Meinung sind. Weil wir ja sehen, was diese Ideologie aus unseren Leuten macht. Und ich finde es jetzt auch witzig, dass Ukrainer mehrmals mündlich und auch schriftlich sich jetzt beim Host beklagt, dass er so beleidigt würde. Ich habe es ihm schon geschrieben. Lieber Ukrainer, wie gesagt, nicht persönlich nehmen. Aber ich kann jetzt mal deine eigene Argumentation gegen dich verwenden. Da du dich ja selbst mehr als echter Mann siehst als mich, sage ich dir als Mann, wenn du wirklich Manns genug bist, dann kannst du diese Beleidigungen aushalten, ohne dich bei der Hostdame auszuheulen. Ich habe das jetzt erst gesehen, ehrlich gesagt. Ich war die paar Minuten weg und ich kann jetzt nicht genau sagen, was davor gefallen ist. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, Ukrainer, ist, dass du Menschen unterbrichst. Wir haben in meinem Stream eine Regel und die bedeutet, Menschen nicht zu unterbrechen. Ich nehme die gleich an. Ich gebe nur das Wort an Löwenherz und sage nur zwei Sachen. Ich finde es, ich konnte die nicht zu Ende sprechen. Ich finde, das ist sehr interessant zu beobachten. Wir haben eine Schein-Emanzipation für Deutschland, so wie ich es verstehe. Ich bin ziemlich laut und ziemlich aktiv. Ich bin die einzige Frau hier oben. Wir haben doch Frauen, die haben auch ein Bedürfnis danach, sich auszusprechen. Wir haben Frauen, die haben auch was zu sagen, zu erzählen. Aber niemand kommt hoch. Ich weiß, es kommt mit der Zeit ein, zwei solche Streams und wir werden Frauen haben. Aber ich bin angetan, dass wir momentan nur Männer haben. Löwenherz, was möchtest du gerne sagen? Nein, ich würde gerne mit der Ukraine was sagen. Ich war ja schon in ganz vielen Leuten. Ja, ich nehme ihn jetzt hoch. Ja, wo er auch drin war. Und meiner Meinung nach, gut, man konnte jetzt mit ihm nochmal reden, aber seine Weltanschauung und seine Weltsicht, also es ist komplett realitätsfern. Und meiner Meinung nach hat der Ukraine halt einen Dachschaden. Aber das ist halt nur meine Meinung. Leute, er beleidigt die Mütter. Überleg mal. Also, Schau, wir nehmen erst mal am Schirm noch den Beleidigt. Du bist hier hochgekommen und hast direkt angefangen, mich zu beleidigen. Es war ein angenehmes, angenehmes Klima hier, wo wir miteinander geredet haben. Ja, ich habe ein bisschen ins Wort gefahren, aber ich habe mich auch zurückgehalten. Meine eigene Mutter, die dich neun Monate getragen hat, sagst du das? Du weißt nicht, was du redest. Schau mal. Also, ich weiß nicht, warum es hier in Ordnung ist. Du hast eine Israel-Flagge, eine Ukraine-Flagge und eine Palästina-Flagge. Du hast einen Dachschaden, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich auch Palästina- und Israel-Flagge habe, aber wenn es in Ordnung ist, hier Leute zu beleidigen, dann bin ich hier falsch bei, Anna. Anna, es tut mir leid, dass dein live... Ich habe nicht gedacht, dass es hier so... Du bist ein erwachsener Mann, du hältst ja gar nichts aus. Ich rede da nicht mit dir, Lübenholtz. Ja, genau. Du bist ein erwachsener Mann, der ganzen Tag eine Maske trägt. Entschuldigung, du brauchst mir gar nichts erzählen. Ukraine, darf ich dir kurz mal zu erzählen? Ich habe meine Fresse schon gezeigt. Du bist ein Feigling, mehr nicht. Okay, Moment, ich mache meine Fresse. Nein, bitte schön. Ich führe diesen Stream und du gibst mir gerade ganz viele Schuldgefühle und... Anna, ich wurde beleidigt, du hast es ignoriert, du bist nicht da. Ich spreche noch. Du unterbrichst anderen Menschen andauernd und so gerade wie mich jetzt auch. Und das ist auch beleidigend. Und dann gibst du mir Schuldgefühle und Verantwortung für all das, was hier passiert. Bitte unterbrich andere Menschen nicht, ja, und halte einfach dein Niveau selber aus. So an der Planke, dass das so weit nicht kommt. Hier sind keine asozialen Menschen. Hier sind einfach keine schweren Personen. Wenn es dir zu viel ist, du kannst gerne eine Pause machen, rausgehen. Und du musst dich doch erinnern, das ist ein Stream. Das ist nichts Persönliches und bitte üb keinen Druck auf mich aus und gib mir bitte keine... Hier, Ukrainer, da ist der Feigling. Anna, oder? Was willst du mir erzählen, Köpfel? Anna, oder? Bitteschön, Ukrainer. Ich bin deutlich hübscher als du. Ich zeig mich. Ich sehe deutlich besser aus als du. Also, was willst du mir erzählen? Ja, erzähl mir keinen Scheiß. Ich würde mich nicht zeigen. Du bist nur ein hübscher junger Mann. Ja, ich bin ein hübscher junger Mann. Das hast du richtig erkannt. Danke. Freut mich auch für dich. Also, Anna Odessa, ich sage nur so, du lässt halt in deinem Live, tust du sogar... Also, okay, das ist ja dein Problem, das ist ja dein Live, aber wenn du Unterbrechungen, wenn jemand ein bisschen reinredet, schlimmer bewertest, als Leute, die hier reinkommen und Leute beleidigen, dann... Wer hat dich denn beleidigt? Ich war kurz nicht da. Du warst nicht da, dann ist es egal. Du hast es nicht gehört, dann bist du nicht schuld. Aber ich wurde beleidigt und es war so in Ordnung. Löwen hat sich ja der Moderator, er wurde... Dann wurde ich die ganze Zeit gestimmt, die ganze Zeit, als ich ihn gefragt habe, warum werde ich beleidigt, dann wurde ich noch dazu gestimmt. Aber mir ist es auch egal. Ich muss ja hier nicht sein. Ich habe dich nicht einmal gestimmt. Und du sagst, ich bin bei einer ukrainischen Frau, bei der gewissen Regeln hier gehalten werden, dass man normal miteinander redet. Es war ein normales Thema. Kannst du mir einfach nur antworten, sei doch nicht leidig. Ich unterbreche mich, ihr unterbrecht mich, das ist unhöflich laut eurer Regel. Ist das eine Beleidigung? Jetzt sei doch nicht so empfindlich, Ukraine. Es ist leider so. Ich sage genau das Gleiche, was ihr jetzt aussagt. Ihr habt mich jetzt gerade unterbrochen. Ich wollte mit Anna reden und ihr sagt, klar, äh, sagt... Ist doch alles okay. Ist doch alles okay. Ertrag das doch. Also, ertrag doch mal... Ukraine. Moment, nein. Genau, Ukraine. Ukraine, bitte. Ukraine. Ich kann mich entscheiden, ob ich ein paar... Ukraine. Ich bin bei ihr... Ukraine, pass auf. Und da war es eigentlich... Wir hatten doch jetzt bestimmt eine halbe Stunde, Stunde miteinander höflich geredet. Höflich geredet. Ja. Ukrainer, pass auf. Meine Sichtweise. Ich versuche es, so wenig Werten wie möglich zu sagen. Die Sache ist die, wie gesagt, es ist Anna Stream. Anna bestimmt hier die Regel. Wenn sie der Meinung ist, wer einen Fehler gemacht hat, dann ist das ihre Meinung, weil es ihr Stream ist, sie entscheidet letztendlich. Ich kann verstehen, wenn du dich jetzt angegriffen fühlst. Ich weiß, der Toni hat, wie gesagt, eine sehr scharfe Zunge, aber es ist nun mal auch seine Meinung. Was hat der Toni denn gesagt? Was hat der Toni denn gesagt? Ja, dass er halt eine sehr kranke Weltanschauung hat. Da ging es halt um die ganze Genderideologie, dass der Ukraine halt es etwas toleranter sieht, etwas... Und wir halt eher weniger. Und da sind halt die Meinungen ein bisschen aufeinandergeprallt. Der Toni hat es sehr drastisch geäußert, in meinen Augen. Aber ich finde, es ist ein bisschen heftig zu behaupten, warte doch mal ab, bis ich fertig bin. Es ist etwas sehr drastisch zu behaupten, dass er ihn beleidigt hat. Du hast auch Aussagen getroffen, die man auch hätte beleidigend verstehen können. Haben wir aber nicht. Warum? Weil wir deine Kritik aushalten können. Und wie gesagt, Ukrainer, ein Punkt noch. Ein Punkt noch. Dann bin ich fertig. Auch wenn du dich noch so sehr im Recht fühlst. Aber wenn du merkst, dass deine Meinung hier kaum jemand teilt und alle anderen eher der anderer Meinung sind, dann bringt es nichts auf seine Meinung oder sein Recht zu beharren, wenn man es nicht bekommt. Recht haben heißt nicht immer Recht bekommen. Genau. Eine Sache noch. Zu deiner komischen Ideologie. Toni, was hast du zu mir gesagt? Oh, keine. Sag mal kurz leise, bitte. Nein, sag mal kurz leise. Nein, sag erst mal, was du gesagt hast. Dann kannst du ja reden. Sag, was du gesagt hast. Toni, ich bitte dich auch, kurz einfach auf meine Frage zu antworten, was du genau zu Ukraine gesagt hast, weil ich möchte einfach diesen Streit nicht. Wir haben absolut über etwas ganz anderes den Stream und ich war zwei Minuten nicht da. Ihr seid erwachsene Männer. Ich habe gesagt, Anna, ich habe gesagt, dass... Anna, ich möchte dich verlassen. Ich habe ihn beleidigt. Ich habe ihn nicht beleidigt. Ich habe gesagt, er hat eine kranke Ideologie. Er beleidigt die Frauen, weil die Frauen haben neun Monate gelitten, dass sie ein Mensch zur Welt bringen. Und dieser Mensch beleidigt die Kreatur der Menschheit, weil du bringst ein Kind auf die Welt und du freust dich. Und dann kommt so ein Mensch wie dieser Ukrainer und du darfst werden, was du möchtest. Wer bist du, dass du dieses Kind, seine Kinder zerstörst? Und wegen solchen Menschen sind diese Kinder kaputt gegangen. Gegen solche Menschen sind die Menschen so geworden. Gegen solche Menschen wie dieser Ukrainer. Und dann, er geht weg und dieser Mensch trägt diese Krankheit, diese Probleme. Okay, ich habe verstanden. Wir brauchen das nicht nochmal halbe Stunde auszudiskutieren. Und er hat das beleidigt gefühlt, verstehst du? Erdlich beleidigt gefühlt. Ich finde, Lena, 21, hat es am besten kommentiert. Sie hat geschrieben, oh Mann, die ersten 50 Kindheitsjahre eines Mannes sind die schwierigsten. Ja, genau das beschreibt diese ganze Situation am besten. Ja, wie gesagt, Toni, du warst ja vorhin nicht dabei, aber der Ukrainer hat uns vorhin ja entsprechend mit seiner eigenen Sichtweise verlauten lassen, was er, was seiner Meinung nach wirklich ein echter Mann ist. Und unter anderem ist er halt der Meid der Überzeugung, dass nur Männer, die bereits Kinder großgezogen haben, echte Männer sind. Wie gesagt, diese Meinung habe ich ihm gern gelassen, aber wie gesagt, dass er dann empfindlich reagiert, weil du ein bisschen schärfer kritisiert hast und dass er dann so beleidigt reagiert, das ist in meinen Augen, hat das wenig mit Männlichkeit zu tun, wenn er das nicht aushalten kann. Stefan, er ist doch ein stolzer Mann. Er hat hier die Palästina, die Ukraine-Flagge, warum? Jammert der bei TikTok hier rum als 50-jähriger Mann wie ein Mädchen, wenn man nur zu ihm Buh sagt, der hat sowieso ein Identitätsproblem. Der weiß nicht, was er toll finden soll. Entweder Palästina, entweder Ukraine, entweder Israel und sein Problem ist, warum, wenn er doch so ein toller, starker Mann ist, dann soll er doch an die Front gehen. Er ist doch Ukrainer, warum lässt er denn seine tollen Brüder im Stich? Er ist hier auf TikTok und labert irgendwas für seine Brüder im Stich. Löwenherz, du weißt doch, das sind alles Dekorierungen von Gratismut. Können wir zurück zum Keks gehen? Ja, das war ja meine Frage. Wo seid ihr stehen geblieben? Kierne hat ein Thema über... Ach, gute Nacht, Löwenherz. Ach, gute Nacht, Löwenherz. Danke, dass du da warst. Kierne hatte dieses Thema über... Eigentlich sind wir stehen geblieben bei den Entwicklungsphasen. Also genau, zuletzt war das Thema sozusagen, ob die heutigen Jungs, also Männer, ob das die viel weniger Testosteron haben und entsprechend sieht man es ihnen auch an, weil die heutigen erwachsenen Männer so mit 20, 25, dass die teilweise in ihren Gesichtern noch sehr bubenhaft aussehen und auch in der Stimme hört man, wie viel weniger Männlichkeit oder halt eine ausgewachsene Männerstimme als noch vor 30, 40 Jahren. Okay, Mandarinchen will zum Thema Keks übergehen, wenn wir schon beim Testosteron sind. Wer will es noch? Welches Thema sollen wir hineinbringen über Keks? Damit wir doch eine halbe Stunde zum Abschluss... Ja, warum kommt sie denn nicht hoch? Ja, Mandarinchen, komm zu uns hoch und sag uns was. Keks, Elisheba ist auch dabei. Sie hat zu wenig Follower. Hm? Vielleicht kann es sein, sie hat zu wenig Follower. Ich versuche, ob ich sie einladen kann. Memoleka nicht hat sie geschrieben, obwohl sie will. Sie hat ein Kind, was schläft. Ja, ich kann Lena 21 nicht einladen und Mandarinchen auch nicht. Momentan. Dann könnt ihr im Chat ja was schreiben. Welches Thema würdet ihr zum Einstieg nehmen? Hm? Oder vielleicht Toni, Kian, Stefan, habt ihr auch eine Idee? Ich weiß nicht, mir ist egal, könnt ihr irgendwas finden, ein Thema. Kian kann irgendwas mitteilen, was er so erlebt hat, was er noch gemacht hat. Also die Mädels wollen nicht sagen, dass es um das eine geht. Kian schlägt. Kian ist vielleicht eingeschlafen. Ja, ist wahrscheinlich eingeschlafen. Vielleicht ist er beschäftigt. Entschuldigung, ich habe gehört, aber ich war, Entschuldigung, ich war mal für kleine Ex-Muslime. Guck mal, wie Toni hier ablacht. Das kam so random. Ja, war doch wahr. Ja, wenn man den Scheiß hier hört, muss man auch mal auf Toilette rennen. Ja, das geht mir mal nicht anders. Lass mich jetzt angesteckt mit deiner Lacherei hier. Also, ich kann dir mal einen Vorschlag geben. Ich habe mal eine Studie gelesen. Und zwar eine Studie von 2021. Und da wurden britische Frauen über ihre Sexualfantasien befragt. Und da gaben 62 Prozent aller britischen Frauen an, dass sie Vergewaltigungsfantasien haben. Wie viel Prozent? 62 Prozent. Das ist viel. Stockholm-Syndrom ist das auch, gell? Nein, nein. Ich weiß nicht, ob Vergewaltigung eine angemessene Beschreibung dieser Art von Fantasie ist. Denn ich würde sagen, Vergewaltigung ist per Definition nicht einvernehmlich. Während eine sexuelle Fantasie, egal wie gewalttätig sie auch sein mag, immer unter der Leitung und Kontrolle der Person steht, die es möchte. Das macht eine Vergewaltigung anders als eine sexuelle Fantasie, die wie eine Vergewaltigung aussehen soll. Das ist eher Rollenspiel als Vergewaltigung. Genau. Aber ich habe da eine Theorie. Wie gesagt, das ist jetzt nur rein spekulativ. Das natürlich aufgrund dessen, dass vielleicht auch vielen Männern mit der Zeit vorgeworfen wird, dass die Frau einfach nicht mehr wirklich... Wirklich, ja, wie gesagt, es gibt viele Frauen, die wünschen sich tatsächlich, dass sie, wenn es dazu kommt, dass sie vom Mann wirklich genommen werden. Dass der Mann wirklich auch mal seine Stärke, seine Überlegenheit körperlichen Ausmaßes ausspielt. Natürlich klar, nur soweit die Frau das auch gestattet, wenn es nicht so brutal wird. Und dass das in diesem Ausmaß natürlich, weil sie so wenig wirklich männlich genommen werden, diese Auswüchse in die Richtung gehen, dass sie sagen, ja, okay, dass das in eine Vergewaltigungsszenerie übergegangen ist. Also das ist nur eine Theorie von mir. Naja, ich denke auch, ich denke auch, ich habe mich mal ein bisschen weiter damit beschäftigt, weil ich das ziemlich interessant fand. Ich glaube eher, ich glaube eher, ja, weil wir wissen alle, dass eine Vergewaltigung für eine Frau traumatisch ist. Also es gab mal eine Vergewaltigung eines Mannes im New Yorker Central Park vor einigen Jahren. Und der New Yorker Central Park ist nie leer. Und deswegen haben das Leute gesehen und es waren drei Frauen, die diesen Mann vergewaltigt haben. Es kam zu einem Gerichtsprozess und der Richter fragte den Mann, wie er diese Vergewaltigung empfunden hat. Und wisst ihr, was seine Antwort war? Er hat gesagt, das war das Schönste, was ihm je passiert ist. Ja, das war das Schönste, was ihm je passiert ist. Also die Leute haben genau den falschen erwischt. Ich habe es dir abgekauft. Also er hat gesagt, das war das Schönste, was ihm passiert ist. Dagegen ist eine Vergewaltigung gegenüber einer Frau eine zutiefst traumatische und sehr, also wirklich oft auch eine lebensbedrohliche und tiefgreifende Verletzung. Aber für normale Menschen auch, für normale Männer auch. Aber okay, dieser Typ war eine Ausnahme. Ich weiß es nicht, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber da Männer sehr sexuell sind und sich in der Regel auch mit Paaren können, mit fremden Frauen, mit denen sie keine Liebesbeziehung haben, weil das einfach ein Teil ihrer Natur ist, glaube ich, dass viele Männer da grundsätzlich kein Problem hätten. Also ich spekuliere da. Ja gut, von drei Frauen würde ich mich auch vergewaltigen lassen. Hier bitte schon. Also wenn wir von Frauen sprechen, die einen Mann vergewaltigen und es kommt nicht zur brutalen Gewalt, dann vielleicht empfindet er das auch nicht als etwas Grausames. Aber wenn wir, ich habe über Vergewaltigungen an Männern und an Jungs und an Jugendlichen, an männlichen Jugendlichen gelesen, die von Polizisten oder von anderen Männern, von Pädophilen gequält worden sind, mit Gegenständen und ja, wo Knochen gebrochen worden sind, dann ist das genauso wie für eine Frau auch. Und eine Vergewaltigung ist grundsätzlich immer eine Gewalt. Deswegen, ich denke, was du gelesen hast, Kian, ist eher so etwas wie Rollenspiel. Ja, das wollte ich gerade auch so ein bisschen ausführen, weil ich hatte diesen Vorfall im Central Park in New York im Auge. Und deswegen meinte ich ja auch, für eine Frau ist das eine schreckliche Erfahrung und unterscheidet sich auch von diesem Artikel, wo diese Frauen diese Vergewaltigungswünsche ausformuliert haben. Und eine Fantasie, also eine Vergewaltigungsfantasie ist auch immer ein sicherer Ort zwischen zwei Partnern. Immer unter, würde ich sagen, unter der eigenen Kontrolle und immer im Bereich des Einverständnisses. Das heißt, kein Mann, kein Ehemann zum Beispiel oder kein Freund würde seine Freundin in der Regel einfach nur so gegen ihren Willen vergewaltigen. Ja, sondern ich glaube, das wäre dann vorher eine Absprache und dann tut man so, als wenn es da wäre. Und deswegen sage ich ja, es gibt eine klare Unterscheidung zwischen sexueller Fantasie und sexuellen Übergriffen. Ich glaube, was diese Frauen tatsächlich durchmachen, wenn sie von Vergewaltigung sprechen, aber im Grunde genommen nicht Vergewaltigung meinen, ist, dass sie meinen, begehrt zu werden. Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, es scheint so zu sein, als wäre in der Fantasie dieser Frauen der Mann so von Lust an ihr überwältigt, dass er die Frau auf diese Weise sexuell penetrieren muss. Ja, und ich glaube, das könnte eher so ein Grund sein, warum diese, tatsächlich dieser britische Artikel von der Metro und... Also, du meinst Fifty Shades of Grey in der Richtung. Bitte? Wie der Film Fifty Shades of Grey, sowas wollen Frauen eigentlich. Genau, ich vermute, dass die zentrale Idee dabei ist, dass die Vergewaltigungsfantasie die Frau als so attraktiv, so verführerisch und so unwiderstehlich darstellt, dass Männer sich in ihrer Gegenwart nicht beherrschen können. Ja, es könnte aber auch bedeuten, dass diese weibliche Unterwürfigkeit und die männliche Dominanz dieser Scheinvergewaltigung eine starke Erotisierung hinzufügt. Das kann auch sein. Ja, und ich glaube... Ja, und sie sind begeistert von deiner Auslegung. Ich glaube, du hast recht. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Also, so habe ich das mir nach dem Artikel, habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, Vergewaltigung, ernsthaft, glaube ich nicht, da ist die Frau nicht für geschaffen. Aber ich habe versucht, Ersatzerklärungen dafür zu finden. Und ich glaube auch, dass der Wunsch des Mannes nach der Frau genau so eine sexuelle Motivation auch auslöst. Und die Tatsache, wirklich, die Tatsache, dass die Frau diesem begrenzt aggressiven sexuellen Akt zustimmt, hemmt auch, glaube ich, die Anwendung von physischer Gewalt und schafft einen Kontext, in dem er seine Macht und sein Verlangen nach ihr legal zeigen kann, ohne dass er sie dabei verletzen oder unfreiwillig entmachten muss. Ja, sondern sie hat die ganze Macht, aber sie erlaubt die kurze Abgabe dieser Macht, damit sie und er zu ihrem sexuellen Höhepunkt kommen. Und das ist, finde ich nicht falsch. Also solange es halt sich unter sich machen und also nicht, also als Paar kann man sich ja seine Fantasie ausleben. Also ich bin ja weiterhin der Meinung, wie gesagt, das ist ja, und ich habe es in der eigenen Praxis schon selber gemerkt, dass Frauen unheimlich davon angetörnt sind, wenn der Mann wirklich mal den Wilden raushängen lässt, also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch wirklich die Frau nimmt und zwar wirklich so, wie er es kann und nicht einfach nur dieses Unterwürfig und sie so dürfig vielleicht heute, so eine Art Bettvorleger für Arme, sondern auch wirklich einmal Kerl ist und sie wirklich an die Wand drückt oder aufs Bett schmeißt, ihr wirklich das Kleid vom Leib reißt, vorausgesetzt, das war nicht sehr teuer, also einfach mal wirklich eine wilde Szene hinlegt. Genau, und der Allahu Akbar schreie. Ja, möge alle uns alle leichten. Ich kann mich vorstellungen hier reinbringen. Das ist der Keuschheitsgürtel. Nein, aber ich fand diesen Artikel sehr interessant und ich fand es interessant, das war übrigens von einer sehr renommierten amerikanischen Zeitung, das war eine englische Zeitung, eine amerikanische Zeitung, genau, und das war Psychologie to Heute, eine sehr renommierte Online-Zeitung oder Online-Magazine in Amerika, einer der besten, die man bekommen kann, und die haben das auch thematisiert und fand ich super interessant, muss ich ehrlich sagen. Und da kommt natürlich die Frage auf, wie mag man es am liebsten im Bett? Welche, welche, was mögen die meisten Männer und Frauen? Wie, 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 wie will es, wie soll es, wie soll die Gestaltung des Sexuallebens zwischen zwei Menschen am besten aussehen? Mag man es soft, mag man es auf die wilde Art, da gibt es so viele Fetische und so viele unterschiedliche Neigungen, dass man gar nicht weiß, im Grunde genommen gar nicht weiß, was man da zum Standard erheben soll. Also ein richtiger No-Go ist diese ekelhafte Sekret-Sachen, das geht gar nicht, das ist ein richtiger No-Go. Ja, das stimmt. Das ist korrekt, Habibu, Habibu. Ich warte einfach, wie ihr aus diesem Thema gleich auch irgendwas Politisches macht. Nein, 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 bloß. Ich frage mich nur ganz, so viele Mädels sind im Chat drin und äußern sich sehr unterschiedlich, aber ganz ehrlich, meine Frage an euch, wann seid ihr das letzte Mal im Bett so richtig, so richtig vermöbelt worden? Also Kians Theorie hat denen allen gefallen. Es gab um die 20 Nachrichten im Chat, die alle begeistert waren. Miss Matrix schreibt, ha, ha, ha. Ich habe hier nur versucht, eine Erklärung abzunehmen. Guck mal, alle. Mina hast du einen Schaden. So, Chrissy lacht. Miss Matrix lacht schon wieder. Das war ein Versuch, eine Erklärung. Ich denke leider immer zu viel über solche Sachen nach. Das bringt mich manchmal dazu, das eigentlich aus den Augen zu verlieren. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass die Frauen das so gesagt haben und dass sie das mit einer echten Vergewaltigung in Verbindung gebracht haben, wo ich einfach nur glaube, dass sie einfach nur Machtkontrolle und diese Übernahme einfach mal von einem Mann erleben wollten. Und ich, ja, was soll ich sagen? Also wenn eine Frau daran Spaß hat und ein Mann daran Spaß hat, Ich sage immer, es ist nichts verboten, solange beide grünes Licht dafür geben. Genau, genau. Was mir noch aufgefallen ist, Leute, was mir aufgefallen ist, die Frauen, sie stehen mehr auf verheiratete Männer als auf diese Single-Typen. Es gibt Single-Typen, die wollen die Frauen nicht haben, die wollen niemals einen verheirateten Mann haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil der verheiratete Mann schon Erfahrungen mitbringt. Und der muss sich nicht alles beibringen, sondern der hat die Skills schon drauf. Und ich sehe so junge Typen. Nee, Toni, Toni, nicht nur das. Wir wollen keinen. Toni. Wie? Toni, Toni, nicht nur das. Verheiratete Männer zu kriegen ist für die Frau ein besonderer Glücksmoment, also ein besonderes Erfolgserlebnis, weil sie schafft es, den Typen zu überzeugen, dass er seine Frau halt, wie gesagt, hintergeht. Und das ist für man, wie gesagt, nur für manche Frauen ist das ein besonderes Erfolgserlebnis, dass sie so begehrt ist. Ja, viele geben das nicht gerne zu. Also was mir aufgefallen, so aus Erfahrung, sie fragen den Mann nicht mal, ob er eine Frau hat. Sie tun so, als ob sie es nicht wussten, damit der Mann die Schuld am Ende trägt. Aber eigentlich, sie verarschen sich selbst. Weil am Ende sind sie die Leiden, nicht der Mann. Am Ende geht er wieder zurück zu seiner Frau und alles ist vergessen. Aber sie, diese Frauen, die sich darauf einlassen, die fragen nicht mal, ob der Mann Frau hat, Kinder hat. Die lassen sich so, also sie verarschen sich selber. Also ich habe auch echt die Erfahrung gesehen. Ich beobachte das sehr oft, dass sowas passiert. Und ja, ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Aber du redest fast schon so, als wäre der Mann, der seine Frau hintergeht, ein Opfer der Frauen. Nein, Leute, Mädels, Mädels, ohne Schmarrn, Mädels, also ich lese hier echt im... Toni, warte ganz kurz. Mädels, ich lese echt, dass ein paar von euch im Chat unheimlich empfindlich reagieren. Leute, ohne Schmarrn, wir sehen das gerade mit einem gewissen Augenzwinkern. Also es ist nicht so, als ob wir hier wirklich fremdgehen unterstützen würden oder sonst was. Es geht wirklich nur um eine gewisse Vorliebe. Und vor allem, es ist Fakt, sowas passiert nun mal in der Realität. Klar, für die Beteiligten, besonders die hintergangen wären, ist es nicht schön. Aber es geht dabei auch ein bisschen so, man muss nicht jedes Thema mal so bitter ernst nehmen. Und es wurde doch vorhin auch von uns verlangt, dass wir ein bisschen mehr Spaß reinbringen und uns mal ein bisschen über das Thema Gedanken machen. Mädels, seht das doch das Ganze immer von der bitterbösen, ernsten Seite. Ja, wir sind auch keine Kinder mehr, wir sind auch erwachsende Leute. Ich finde auch ein bisschen Spaß muss sein. Auf deine Frage, Steffen, wurde hier geantwortet. Du hast ja gefragt, also wiederhol die Frage. Steffen? Was ich gerade eben gesagt habe? Gefragt. Du hast eben an die Frauen eine Frage gestellt. Ja, was heißt Frage? Ich verstehe halt nicht, warum ein paar Damen, also wie gesagt, vielleicht liegt da einfach was bei Ihnen im Hintergrund, in Ihren Erfahrungen, was einen sehr tiefen Schaden hinterlassen hat. Wie gesagt, das wissen wir alles nicht. Wir versuchen das Thema ein bisschen lockerer anzugehen. Und wie gesagt, wir wollen hier keine negativen Verhalten. Steffen, nein, du hast was anderes gefragt. Du hast gefragt, du bist voll eingestiegen auf diese Ernstigkeit, Ernsthaftigkeit. Du hast gefragt, wann letztens die Frauen guten Sex hatten. Und Chrissy hat mir besonders gefallen. Also hier hatten anscheinend einige lange nicht mehr. Aber Chrissy hat geschrieben, einfach emotionslos, ohne Emoji. Schon lange nicht mehr, Punkt, Punkt, Punkt. Chrissy. Ich habe es gelesen. Nee, ich glaube, die Mina hat ein bisschen ein Problem mit mir, weil die schaut immer... Nee, Mina hat Probleme mit mir. Ach so, oder vielleicht, wie gesagt, ja, sagen wir mal so, wir Männer, wir können es uns manchmal einfach immer wieder erlauben, das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen, wie gesagt, aber wir schnattern jetzt einfach mal ganz locker vor uns hin. Das ist jetzt nicht immer alles so ernst von dem. Und wie gesagt, es ist aber tatsächlich so, weil ihr kennt doch immer den Spruch, wenn jemand dem anderen, das trifft er auf, Männer zu, immer vorwärts, ja, wann habt ihr das letzte Mal wieder so richtig Spaß gehabt in der Kiste? Weißt du schon, weil auch das entspannt uns ja dementsprechend. Und sowohl Damen als auch Männer, die schon längere Zeit... Mina, schreibt, wenn euch nicht leiden bei Gott. Mina, wen meinst du uns hier im Team? Sie meint uns Männer. Sie hat ein bisschen was gegen Männer. Ich kenne die Männer, äh, ich kenne Mina bis jetzt von ihr. Sie ist wohl Vertreterin des aktuellen Feminismus. Die Männer? Du kannst Männer nicht leiden? Okay, ich hasse sie, ja. Mina, möchtest du hochkommen vielleicht und... Oh, wenn die hochkommt, sie wird schießen, Leute. Die schießen alle... Ja, aber das heißt, du hattest schlechte Erfahrungen, vielleicht kannst du das ja erzählen. Ja, ich rieche da wieder ein bisschen den Klassiker raus und zwar ganz ehrlich, was mir schon seit Jahren dermaßen auf den Zeiger geht, ist, wenn Leute, wenn Männer wie mir, die grundsätzlich erstmal nichts falsch gemacht haben, und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, ständig für die Sauereien anderer büßen müssen. Und wir bekommen das sehr häufig zu spüren. Ja, stimmt, da gebe ich ja recht. Aber das hat nichts mit Feminismus zu tun, da ist jemand einfach nur enttäuscht und sauer. Mina, wenn du willst, komm hoch und erzähl uns was darüber. Die Mina wird uns so abschießen. Ja, aber ich kenne selber genügend Typen, allein wenn die sich manchmal, wie die sich aufführen oder wie sie über Frauen reden oder sich gegenüber Frauen verhalten, das ist absolut unterirdisch. Wie gesagt, mit solchen Typen habe ich grundsätzlich auch nichts am Hut oder nichts zu tun, weil die denken wirklich nur mit einem anderen Teil ihres Körpers. Ja, auch die, Stefan, die wurden vielleicht auch frustriert. Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, beispielsweise gemobbt als Jugendlicher. Ich habe auch nicht mehr einfach gehabt als Jugendlicher, ne? Aber trotzdem, ich bin nicht immer so, ich habe auch so meine Schwierigkeiten, weil ich habe auch so Mobbing von Frauen und diese Schubladen erlebt, Bruderschubladen. Und irgendwann, man ist frustriert und so und man ist sauer irgendwann und man wird zu einem Arschloch, man wird zu einem Bösewicht. Kann auch passieren. Toni, aber sie schreibt gerade, Männer herrschen schon viel zu lange. Mina, ganz ehrlich, wenn du eine richtige Frau bist, dann wüsstest du, dass wir nicht herrschen, sondern der Punkt ist, dass, erstens, allein in den letzten zwei Jahrzehnten haben jede Menge Frauen sehr hohe Posten bestiegen. Wie gesagt, wir hatten jetzt 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin, wir haben eine EU-Ratspräsidentin. Es gibt jede Menge weibliche Staatspräsidenten und Staatschefinnen, von dem her, glaube ich, das ist ein bisschen einseitig gedacht. Nur, leider Gottes haben viele eurer Geschlechtsvertreterinnen auch sehr viel Mist gebaut in den letzten Jahren, obwohl sie Frauen sind. Also, so einfach, wie du dir das Thema gerade machst, ist es nicht. Aber Stefan, ich finde, Frauen sollten in jedem Bereich... Ich bitte zurück zum Thema Keks. Ich verstehe das. Mina, wenn du willst, du kannst zu uns gerne hochkommen und dich erklären, weil ansonsten machen deine Nachrichten wirklich Angst, dass du Männer hast, dass deren Untergang naht und... Leute, es gibt gesunde Feminismus und es gibt krankhafte Feminismus. Der gesunde Feminismus ist, dass die Frauen sich für ihre Rechte einsetzen, dass die Frau bleibt, dass sie in ihrer weiblichen Energie bleibt und nicht die Rolle des Mannes übernimmt. Die Frau, die will die Rolle des Mannes übernehmen, das ist schon krankhaft. Was will eine Frau in der Rolle des Mannes, bitte? Sie soll doch bitte in ihrem Bereich bleiben. Es gibt genug Bereiche, die Frauen gut machen und das soll da drin bleiben und nicht bitte den Ufer wechseln. Mina, komm zu uns. Mina, wenn du kannst, mach kurz deine Kamera an. Du musst dich nicht zeigen. Ich mach meine Kamera nicht an, okay? Halt deinen Mund, Toni. Halt deinen Mund. Du beleidigst... Was habe ich denn falsch gesagt? Du bist so ein A-Kriecher, da. Erzähl keinen Stuss. Echt? Aber was habe ich denn falsch gesagt? Du hast letztens über Frauen richtig öffentlich gesagt, einer Christ, ja? Hast letztens gesagt, oh ja, die Frauen, die sind so ausgenutzt. Was habe ich denn falsch gesagt? Ich würde niemals eine Frau nehmen, die ausgenutzt ist. Ausgenutzt, ja? Moment kurz. Eine Frau, die Kinder bekommen, hast du ausgenutzt, ja? Nein, du hast nicht falsch gesagt, Mina, 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 warte mal kurz. Ja, lass mich mal ausreden. Ich habe gesagt... Du machst dich lustig über geistig behinderte Menschen. Ja, machst dich fertig. Machst Frauen runter. Du bist keine Frau, Mann. Sei ruhig. Sei einfach ruhig. Okay? Sag mal leise jetzt, Mina. Oh, Mann. Ich habe gesagt, dass die Mina schießen müssen. Ich bin über dir. Wir sind gleich, wir sind gleich, aber ich bin über dir. Hör auf mit dem Mist. Hört auf damit. Es reicht. Was ist dein Problem? Mein Problem seid früher. Wir Männer seid mein Problem. Was willst du? Nur weil ihr denkt, dass ihr da unten was am hängen habt, denkt ihr auch, die hört was zu sagen. Nein, habt ihr nicht. Ohne eine Frau wäre die ganz auf dieser Welt. Punkt. Okay, Mina, denk was du willst. Ja, im Islam, dies, das hast du auch im Christentum, hast du auch im Judentum, hast du auch übrigens in Bangladesch, ja? Überall, überall werden unterschwellig die Frauen diskriminiert, okay? Und einfach schön verkauft. Okay, erzähl mir also keinen Stoß. Erzählt mir nichts. Und auch die Männer, die atheistisch geprägt sind, die sind nicht besser. Die sind nicht besser, okay? Eine Frau wird nur ausgenutzt. Die Frau wird später ausgenutzt und am Ende des Tages ist sie eine Schlampe. Ja, TikTok sportlich. Okay? Dann ist sie nicht gut genug, oder was? Wenn du Männerfeindseligkeit zu äußern, dann glaube ich, wäre es besser, wenn du wieder gehst. Weil ganz ehrlich, hier nur rumzubrüllen und permanent irgendwelche Feindseligkeiten gegenüber den Geschlechtern zu schüren, das hilft niemandem was. Man muss nicht Frauen und Männer gegeneinander aufhetzen, das bringt gar nichts. Entweder du kannst dich vernünftig, ruhig und sachlich äußern, aber hier rumbrüllen und die Leute einfach nur blind mit Hass erfüllen, das bringt gar nichts, Mädel. Entweder du beruhigst dich jetzt und entspannst mal ein bisschen, Mädel. Entspann mal ein bisschen, nimm mal den Dampf vom Kessel, dann wird wieder alles gut. Aber rumbrüllen bringt gar nichts. Das ist einfach nur giftig, toxisch. Du bist gerade wie eine Furie. Du tigerst hier rum und grantelst gegen jeden an. Das hilft gar nichts. Das hilft überhaupt nichts. Beruhig dich erst mal wieder. Und dein Männerhass brauchst du hier nicht weiter schüren. Das hilft nämlich gar nichts. Das hilft weder dir, noch hilft es uns, noch hilft es ihr. Das hilft niemandem, wenn man hier nur stänkert. Seht ihr Leute, sie kann nur in einer Tour stänkern. Sie kann nur rumbrüllen. Sie kommt rein und greift uns verbal an. Sie kann einfach nicht anders. Das ist wirklich schade, dass man als Frau sich den Männern so dermaßen giftig äußert. Das hilft niemandem. Das hilft keinem, weder dir noch uns. Es bringt einfach nichts, mit Leuten zu reden, die nur wahnsinnigen Hass bekommen haben. Die irgendwelche schlechten Erfahrungen einfach auf alle anderen pauschalisiert. Das bringt gar nichts. Das hilft niemandem. Es bringt einfach nichts. Ja, schön, Mina, dann geh auf eine einsame Insel, wo es keine Männer gibt. Vielleicht bist du dann glücklich. Mina, es bringt einfach nichts. Lass es gut sein. Lass es gut sein, Mina. Du brauchst hier keinen Hass schüren. Du brauchst hier keinen Hass schüren. Lass deinen Hass nicht an unschuldigen Leuten aus. Dein Hass hat hier nichts verloren. Bitte lass es bleiben. Du hast nur Aggressionen in dir, aufgestaute Wut. Und jetzt, jetzt wirst du, jetzt wird... Es ist egal, Mann, du nervst. So, Mina, ich habe jetzt auch dein Mikro kurz ausgemacht und auch das von Stefan. Es ist mein Stream. Hier gilt meine Regeln. Ich finde Mina interessant anzuhören, aber nicht die Feindseligkeiten und die Beleidigungen gegen Männer. Das geht gar nicht. Ich dachte, du erzählst einfach deine Erfahrung aufgrund dessen, weshalb du so eine Wut in dir hast. Ja, weil es ist ein Stream. Nicht, wir beleidigen Männer, sondern wir reden weiter. Und du hast das, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Bist du denn bereit, so zu sprechen? Oder wenn nicht, dann... Du kannst jetzt gerne dein Mikro anmachen und antworten. Sonst musst du... Geht. Weil ich möchte gerne ein Stream haben, wo wir uns nicht streiten. Oder wenn, dann soll das wenigstens keine Beleidigungen sein. Mina? Die Mina... Wer mich geklärt hat, wer ist Moni schon weg? Ja? So, ich bin raus. Ich brauche keine Beziehung. Was für eine Beziehung? Ihr denkt auch, man kann nicht ohne euch. Ja, man kann ohne euch. Alles ist machbar. Alles ist machbar. Männer wollen einfach nur... Okay, ich habe jetzt die Mina entfernt, weil die Mina sich nicht kontrolliert, so wie ich verstehe, ist Mina sehr verbittert. Wir haben jetzt übrigens ein sehr gutes Beispiel dafür gesehen, was passiert, wenn eine Frau enttäuscht ist von einem schwachen Mann oder von vielen schwachen Männern. Ja, und schon, du hast sie, wie gesagt, aus gutem Grund entfernt, weil sie einfach in dem Punkt zu überladen ist, emotional, und schon greift sie dich an. Und mit solchen Personen, egal wie berechtigt ihr Schmerz und ihre schlechten Erfahrungen sind, das muss nicht sein. Da hat sie ihre Emotionen, ihre Gefühle nicht im Griff. Und das ist leider Gottes sehr oft der Fall. Das ist leider so. Das ist Fakt. Und wenn man die Fakten einfach nicht hören will, dann reagiert man mit Wut, mit Frustration und ist absolut nicht bereit, irgendwelche Fakten, Argumente oder einfach sich auszutauschen. Und genau das befürchte ich halt sehr häufig bei solchen Personen. Und wie gesagt, ich habe dann auch dagegen gehalten, weil ich habe ab einem gewissen Punkt diese giftige Art, sei mir nicht böse, liebe Anna, aber das erträgt kein normaler Mensch. Das müssen weder wir Männer noch ihr Frauen euch anhören, dass eine Person reinkommt und in einer Tour nur Gift versprüht. Das ist so. Aber ich weiß nicht, was sie gegen mich hat. Ich kenne sie nicht mal. Ich kenne sie noch nicht mal persönlich. Sie redet so in Hass. Ich weiß nicht, was sie... Ich triggere sie. Ich wohne in ihrem Kopf von dieser Frau. Jedes Mal, wenn ich im engen Stream bin, sie kommt und greift mich an, ohne dass ich respektlos zu ihr werde. Ich sage einfach auch meine Meinung, was ich darüber denke. Ich nehme auch kein Blatt vor den Mund. Und dann fängt sie an zu schießen, wie jetzt eben gerade. Ich habe ihr einer gesagt, wenn sie hochkommt, sie wird schießen. Ja, wie gesagt, sie hat auch davon geredet, dass du in anderen Streams irgendwie halt sehr abwertend gegenüber Frauen dich verhältst. Wie gesagt, vielleicht hast du irgendwann mal irgendwas... Nein, das stimmt. Entschuldigung, Entschuldigung, Stefan. Das stimmt nicht. Entschuldigung. Jetzt lassen wir mal kurz, Mina, aber kurz beiseite. Ich lese ja von Kara Murat. Frauen sind Prinzessin bei uns. Fuck you. Eure Frauen sind überhaupt nicht Prinzessin bei euch. Ihr bringt zwei Prinzessinnen pro Tag in eurer Türkei um. Und viele Frauen werden von ihren Männern selbstverständlich geschlagen. Bullshit. Sie werden weggesperrt. Sie werden von der Hälfte ihrer Aktivitäten ausgeschlossen. Wenn ich eines sehen kann, ist dann, dann sind sie überhaupt keine Prinzessinnen. Ihr behandelt sie in den ersten paar Nächten wie eine Prinzessin. Wenn ihr satt seid, behandelt ihr sie wie Hofmägde. Also Kara Murat, ich bitte dich, hör auf mit diesem Unsinn. Hör auf mit diesem Unsinn. Es ist aus entsprechenden Kreisen, dass gerade die Frauen in euren Kulturkreisen, die werden am Fließband geschwängert. Und zwar kaum, dass sie das erste Kind gebärt haben, kommt das zweite, kommt das dritte, kommt das vierte. Was glaubt ihr, Frauen, die aussehen wie übergewichtige Eulen, weil ihre Körper nach den Schwangerschaften kaum Zeit haben, sich zu regenerieren, weil sie so schnell wieder geschwängert werden. Und das macht die Körper der Frauen kaputt. Und das sage ich nicht als Mann, das weiß ich von einer Fachfrau, die darin Ahnung hat. Ja, und ich kenne ja Frauen auch hier, die Musliminnen sind. Da sind keine Prinzessinnen und wenn man auch keine Muslimin ist, ich habe manchmal einfach nur Angst, wenn ich viele Männer auf der Straße sehe. Ja, ehrlich gesagt, ich fühle mich da nicht wie eine Prinzessin und es ist nicht die Art von Vergewaltigung, vor der ich Angst habe, die Kian in der Studie gelesen hat. Man hat wirklich Angst vor gewalttätigen Männern, genau aus diesen Kreisen, nicht einfach so. Dort werden Frauen nicht wie Prinzessinnen behandelt und sie sehen auch nicht aus wie Prinzessinnen. Die haben Angst, einen Freund zu haben, die haben Angst, ihre eigene Wahl zu treffen, die haben über alles Angst. Es gibt Ehrenmorde bei Prinzessinnen, wenn Prinzessinnen... Die haben Privilegien, Anna. Ja, und das haben diese Frauen nicht. Deswegen sind sie keine Prinzessinnen. Ein Mann, der seine Frau wie eine Prinzessin sieht oder eine Gesellschaft, die ihre weiblichen Mitglieder wie Prinzessinnen betrachtet, die geben denen auch Privilegien wie eine Prinzessin. Und das ist totaler Bullshit. Das ist dieser sozial-orientalisch-romantische Bullshit, den sie hier einschleppen und den deutsche junge Frauen dann ihnen abkaufen und sagen, oh, bei den orientalischen Männern bin ich eine richtige Queen, eine richtige Königin. Und was ist es dann? Ich habe es selber miterlebt, ein Libanese und eine deutsche Frau, eine hübsche deutsche Frau, Anja. Sie ist mit einem Libanesen, sie ist mit einem Libanesen zusammengekommen. Sie war so gut aussehen. Der Typ hat sie innerhalb von zwei, drei Jahren, hat er sie ruiniert. Wann immer ich nach Hause gekommen bin und habe die beiden besucht, die wurde von Tag zu Tag immer hässlicher, weil er dann diese tolle Prinzessin dann wirklich mental und körperlich komplett ruiniert hat. Und das ist Gang und Gebe. Schaut ihr mal die Fressen von Hijabi-Frauen auf der Straße an. Habt ihr mal irgendeine Kopftuchfrau gesehen, die mal richtig mit einem glücklichen Gesicht durchs Leben läuft? Schaut euch mal in die Gesichter. Die sind alle frustriert. Wie Scheuklappen sehen die aus? Ich sehe diese Frauen auch nicht so glücklich an. Ausländer als Mann oder als Frau nehmen ganz ehrlich, darüber gibt es keine klaren Zahlen. Und vor allem der Grund, warum das so ist, ist einfach, weil hier viele deutsche Männer einfach entsprechend lasch erzogen wurden. Und mit laschen Männern wollen Frauen einfach nichts zu tun haben. Und die brauchen echte Kerle, die brauchen etwas, woran sie sich halten können. Und witzigerweise, das ist schon über 25 Jahre her, aber ich habe mich selbst damals gewundert und mir ist aufgefallen, warum gerade die Mädels so zwischen 12 und 16 quasi in der Hochphase ihrer Pubertät, warum sie immer sich die toxischsten aller Jungs rausgesucht haben, die, von denen jeder klar wusste, dass sie extrem macho sind, dass sie unheimlich überzeugt von sich selbst sind und dermaßen mit ihren Attributen prahlen. Und dann komischerweise fast alle erst mal auf die Schnauze fallen müssen, als sie merkten, oh, der ist ja so aggressiv, der schlägt mich sogar, der beachtet mich gar nicht, der braucht mich nur als Aushängeschild. Ja, Gratulation, wie gesagt, das haben wir Jungs damals, also die paar Anstrengungen, die haben das damals schon geahnt. Diese Mädchen denken, sie können diese Männer verändern. Sie denken wirklich, sie können diese Männer verändern. Und das funktioniert nicht. Keine Frau kann einen Mann so verändern, wie sie das erwarten. Du kannst einen Erwachsenen mal nicht verändern. Ja, Murat, wenn du glaubst, die Frauen lieben dich, dann besuch doch mal die Mina. Mal schauen, ob sie der gleichen Meinung ist. Ja, danke. Um Kinder zu zeugen oder eine Haushaltshilfe abzustellen. Und wie gesagt, das funktioniert nicht ständig. Ja, und das muss man auch aussprechen. Wenn ihr auf Muslime oder Orientalen trefft und die schwärmen immer von unseren Familien, halten alle zusammen. Bullshit. Da ist die Hölle los bei denen. Ja, jedes zweite Mädchen sicherlich leidet unter der Präsenz, wenn sie nicht gerade eine durchgeknallte Hijabi ist und alles duldet, was der Mann ihr sagt. Da leiden viele Mädchen unter den Beschränkungen ihrer orientalischen, islamischen Familien. Und das ist einfach nur eine billige Propaganda, die dieser Karamurat jetzt hier an uns hier verkaufen will. Und ich mache da nicht mit bei diesem Unsinn. Ich habe zu viel Dreck gesehen in meinem Leben, als dass ich das hier für bare Münze nehmen könnte. Und deswegen muss dieser Bullshit aufhören. Ja, dieser Bullshit muss aufhören. Ich sage nicht, dass alles in westlichen Familien perfekt läuft. Aber da hat das Mädchen die Wahl. Aber welche Wahl hat sie, wenn Vater, Onkel und dann schlussendlich der Bruder die volle Kontrolle über das Mädchen ausübt? Und dann auch die Cousinen, die Schwestern, die Tanten auch noch durchdrucken. Ja, dann der Überwachungsstaat noch, die Mutter, die dann mit ihrem Fernglas am Fenster sitzt und Air-Tags in der Hose versteckt, damit sie mal weiß, wo ihre Tochter ist. Unsinn. Es ist alles Bullshit. Es ist eine desaströse Kultur, die sie angehören. Und da ist nichts. Ich komme aus dem orientalischen Raum. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Ich bin 2000, ich erinnere mich an diesen Vorfall, 2010, saß ich mit meiner Cousine, also ich bin mit meiner Cousine in Teheran, sind wir zum Zug gegangen. Und wir wollten von Teheran nach Mashhad fahren. Mashhad ist eine heilige Stadt. Dort ist der achte Imam der Schiiten begraben, ein großer Imam. Und wir wollten zum Pilgern dorthin fahren. Und wir steigen in den Zug und machen uns da zurecht. Und auf einmal kommen sogenannte Sepaha Pastoran, das sind Revolutionswächter, ja, und holen mich, also meine Cousine und mich aus dem Zug. Und dann fangen sie an hier. Warum sitzt ihr zusammen, Junge und Mädchen, also junge Mann und junge Frau, also ich war schon alt genug, ich hatte Kinder zu der Zeit. Und, ja, warum seid ihr zusammen, wo sind eure Eltern, wo ist hier bla 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 bla. Drei Stunden lang haben sie den gesamten Zug aufgehalten und haben sie uns zu einer Polizeiwache am Bahnhof gebracht und haben sie mich interviewt. Obwohl ich zu der Zeit noch ein religiöser Muslim war. Ja, drei Stunden lang, drei Stunden lang. Dann haben wir endlich Familie angerufen und das erklärt und das erklärt. Dann durfte ich mit meiner eigenen Cousine nach Maschad fahren. Das sind abgefuckte Gesellschaften, ja, die Tulkaner, abgefuckte Gesellschaften. Was haben die denn überprüft, Kian? Bitte? Was haben die denn überprüft, ob ihr verheiratet seid oder wie leutet? Ja, ganz genau. Warum sitzen wir in, ich habe, weil ich mit meiner Cousine nach Maschad fahren wollte und weil das ein sehr langer Weg ist. Man fährt 19 Stunden mit dem Zug. Es ist eine sehr lange Strecke. Man fährt faktisch durch die ganze Wüste. Ich habe ein Viererabteil gemietet, also mit einer Tür, die man zumachen kann und da waren Betten, damit wir auch schlafen können. Und mehr nicht, damit sie einfach da komfortabel schlafen kann und ich kann schlafen, weil wir sind am späten Nachmittag los und wir hätten die ganze Nacht da hocken müssen. Also wollten wir schlafen. Und das war dann eine fette Kontrolle, ja, ein riesiger Skandal, weil irgendwelche Wichser im Zug haben sich beschwert, dass sie da einen Mann und eine Frau gesehen haben, von dem sie vermutet haben, dass sie nicht Mann und Ehemann und Ehefrau sind. So einfach. So schnell geht das. So schnell geht das. Und guck mal, während du das erzählst, schreib Kara Murat, das ist ein Schutz für eine Frau. Ja, go fuck yourself. Was soll dein Schutz sein? Du schützt mal deine eigene Frau. Ich verstehe, warum wir eigentlich so jemanden überhaupt noch drin lassen, geschweige denn auf so jemanden reagieren. Der provoziert nur und will sich wichtig machen. Die tun es doch erst recht. Die tun es doch erst recht. Wenn man die Frauen so sehr unter Kontrolle hat, dann tun sie es doch erst recht, sie rebellieren. Das ist so ein Bullshit, das kann ich gar nicht mehr anhören. Wirklich. Guten Abend, Jesus. Oh, Jesus. Meine Güte. Wieder auferstanden. Also, Jesus, Kian, vielleicht haben die ja gedacht, du hast ja Inzucht mit deiner Cousine irgendwas. Das kann sein. Okay. Und weg. Inzucht kann man ja nicht mit seiner Cousine haben. Man kann höchstens... Das ist ja erlaubt bei denen, ne? Ja, das ist ja erlaubt im Islam. Ja, weil im Islam erste, zweite, dritte Grad Cousine ist erlaubt. Er hat eher über sich selbst gesprochen. Jesus möchte zurück. Vielen Dank, Jesus, dass du dich gezeigt hast, weil ich habe dich schnell weggemacht und konnte dich nicht blockieren. Und jetzt blockiere ich dich. Danke dir. Aber warum? War es so falsch gesagt? Mina schreibt, dass die... Mina empfiehlt den Frauen, das zu bezeichnen. Kann ich noch mal was ganz kurz sagen? Ja, Entschuldigung. Deutsche Bewegung schreibt Kian, guck mal auf mein Profil, habe aufgenommen, was... Fashion kann mich am Arsch lecken. Der kann mich mit dem Buckel runterrutschen. Es interessiert mich gar nicht. Wenn ich auch nur eine Minute so viel Zeit verschwenden würde für diesen Ziegenhürden aus Libanon, dann würde ich tatsächlich also meinen Nerven verlieren. Er soll machen, was er will. Alles hat eine Konsequenz. So wie man in den Wald reinruft, schaltet es auch heraus. Ich lebe mein Leben. Ein Fashion, ein Zibum, ein Marokkaner, ein Ziegenhürter aus Nordafrika, ein Türke, ein Araber, ein Iraner, ein Kurde wird mich nie daran hindern, mein Leben so zu leben, wie ich mein Leben leben möchte. Ganz einfach. Es ist völlig egal, was diese Leute machen. In ein paar Wochen ist alles runter vom Tisch und dann nehmen sie sich den Nächsten vor. Aber meine Arbeit geht weiter. Sie werden mich nie, nie, niemals von meiner islamkritischen Arbeit abbringen können. Egal was sie machen. Egal was sie machen. Und deswegen ist alles, was sie tun, komplett sinnlos. Es ist reinste Verschwendung. Und ich bitte euch, Freunde, ich danke euch, dass ihr mich darauf aufmerksam macht. Aber die können mich wirklich am A lecken, weil es mir völlig egal ist, was sie gerade tun. Das ist ihre Freizeit. Das sind primitive Menschen. Die kommen aus einem primitiven Kulturkreis. Das sind Höhlenbewohner. Was glaubt ihr, warum ich sie nicht umsonst homo islamicus idioticus nenne? Es sind eine komplett neue Spezies von Menschen. Es ist völlig egal. Noch etwas. Ich gebe Mine bei ihrem letzten Punkt absolut recht, weil sie sagt, Frauen sollten Kampfsport lernen, Karate, Kickboxen. Ja, da gebe ich Ihnen auch recht. Problemen sind allerdings zwei nicht unwichtige Faktoren. Erstens einmal, dass mit der Problematik, mit der wir es vorrangig zu tun haben, dass Frauen Opfer von mehreren Männern gleichzeitig werden. Selbst eine absolut hoch trainierte Kampfsportlerin hat wirklich ein Problem, alleine gegen drei, vier, fünf Männer zu bestehen. Da ist die Flucht eher noch das Gesündeste. Und zweitens ist es allein schon schwierig. Denn es dauert Jahre, bis man eine Kampfkunst oder einen Kampfsport richtig beherrscht. Und dann kommt noch dazu, bei Frauen, das ist auch der Unterschied zwischen Mann und Frau, Frauen haben eine höhere Hemmschwelle. Generell war es, wenn es darum geht, anderen etwas anzutun. Du musst, und das weiß ich von Leuten, die Frauen auch in Selbstverteidigung trainieren, das Schwierigste bei Frauen ist, den Frauen ihre Scheu zu nehmen, damit sie überhaupt mal jemanden etwas antun. Frauen sind da ganz anders gestrickt wie wir. Jungs oder Männer haben grundsätzlich kein Problem, jemanden eine zu verpassen. Das ist gleichzeitig zwar auch ihr Manko in bestimmten Situationen, aber wenn es um Selbstverteidigung geht, haben Männer oder Jungs eine viel geringere Hemmschwelle als Frauen. Und diese Hemmschwelle bei Frauen ist gleichzeitig aber bei ihrer Wehrhaftigkeit das große Problem. Ja. Ja, aber in allen Bereichen, in allen Bereichen, was Kraft und so eingeht, sind die Männer in dem Fall überlegen. Egal, was du vorhin gesagt hast. Ja, Toni, Entschuldigung. Deutsche Bewegung, Fashion meinte, er hätte Beweise, dass sie... Lass mal, lass mal, bitte, bitte. Wir reden hier über völlig andere Sachen. Ich danke, dass du da bist und mir das mitteilst. Was kümmert mich das Gequatsche von so einem Low-IQ-Typ? Das sind Menschen aus einem primitiven Kulturkreis. Ich verachte sie. Ich verachte sie. Es spielt keine Rolle, was Fashion macht. Es ist alles unwichtig. Nichts davon wird mich abhalten. Die Dinge zu tun, die ich tun muss. Er wird sein blaues Wunder noch erleben. Also, ich werde nichts mehr abhalten. Kian, meinst du Fashion, dieser Moslem oder was? Ach, dieser Wurm da, ja. Ja, ich kenne den. Der macht sich immer wichtig. Er ist auch in unseren Stimmen. In den christlichen Stimmen kommt auch immer rein. Ich habe alle Daten von ihm zusammen. Ich kenne seine Firma, ich kenne seinen Namen, vollen Namen. Ich weiß, wo er wohnt. Ich weiß alles über ihn. Und er wird sein blaues Wunder erleben. Das ist einfach alles. Ja? Ach, Kian. Er hat meine Familie gedroht und er hat jemanden an meine Tür geschickt. Und das reicht. Ja, genau das habe ich mitbekommen. Sie haben dir gedroht. Aber das jetzt ist... Ja, bitte, Toni. Genau das wollte ich dich fragen. Ich habe auch mitbekommen, dass sie dir gedroht haben. Und irgendein Arschloch war bei dir in deiner Tür. Und wir haben gehofft, dass Gott sei Dank alles gut läuft und es dir nicht passiert. Weil das ist krank. Sie schicken dir einfach irgendwelche Leute vor deine Tür, um dich da anzugreifen. Er dachte, er schüchtert mich damit ein. Er dachte, er könnte mich davon vom islamkritischen Markt entfernen. Er dachte, ich würde mir in die Hose scheißen. Aber ich habe mir nicht in die Hose geschissen. Das habe ich nicht gemacht. Ja? Er wollte eine Reaktion. Die hat er nicht von mir bekommen. Er hat einem Barbar, einen primitiven Neandertaler an meine Tür geschickt. Und der Nächste, der kommt, der geht in einem Sarg nach Hause. Ganz einfach. Die nächste Reaktion auf so einen Hausbesuch wird sein, dass der Nächste, der an meine Tür kommt, das nicht überleben wird. Ganz einfach. Ja? Und das reicht einfach komplett aus. Und deswegen, mehr muss man über diese Araber, die, übrigens, der war, in Berlin war der Türsteher im Rotlichtmilieu. Ja? Da könnt ihr euch doch alle mal vorstellen, was für ein toller Muslim das war. Das war klassischer Moslem. Das ist generell die ganze Szenerie, besonders in den Städten wie Berlin und Hamburg. Die ganzen Sicherheitskräfte, die Türsteher, die Security-Typen sind teilweise völlig von diesen Gestalten unterwandert. Teilweise, wenn man bei irgendwelchen Veranstaltungen ist und man schaut sich die Sicherheitskräfte an, die schauen aus, als kämen sie alle aus dem selben Wurf. Natürlich. Das sind alles Kriminelle. Die Religion ist da nur Folklore, wie bei der Mafia. Ja? Die Mafia tut auch so, als wenn sie super religiös ist, aber das sind auch alles, also Dreckschweine. Ja? Ja? Bringen Menschen um, aber singen hier drei Ave Maria. Das ist doch Bullshit. Bullshit. Und so sind auch die meisten arabischen Typen da gestrickt, die dann so Religion als Vorwand benutzen, aber in Wirklichkeit sind sie zutiefst korrupte und asoziale Menschen. Ja? Ja? Und deswegen ist es völlig, warte mal, ich glaube hier, deutsche Bewegung ist ein Idiot. So, und das ist es, was, ich habe ihn mal rausgeschmissen, deutsche Bewegung. Ich glaube, der Account ist fake. Der hat mich hier ausquetschen wollen. Ich habe ihn jetzt für einen kurzen Moment ernst genommen und dann habe ich ihn rausgefunden. Und es muss auch mal Schluss sein damit. Es wurde schon alles gesagt. Wenn Kian Lust hätte, darüber zu sprechen, dann hätten wir heute ein anderes Thema in dem Stream. Ja. Ja. Ich habe noch nie einen Stream danach gemacht, Anna, in TikTok. Noch nie. Seit diesem Vorfall, seit dem einen Tag vor Silvester. Einmal haben wir mit dir bei mir gespielt. Ja, ich meine, den habt ihr initiiert und da habe ich dann natürlich... Ja, das war ich. Ich selbst bin nicht in einen meiner Accounts reingegangen und habe sozusagen das Spiel von diesem Baby aufgenommen und habe das gemacht. Das spielt auch gar keine Rolle, weil ich komme aus einem anderen Kulturkreis. Wir Iraner, wir gucken herabsetzend auf die Araber und Türken herunter. Ja, wir nennen die Türken, wir nennen sie Türkeherr, türkische Esel, weil sie solche Esel sind. Ja. Und die Arab, ja, für die haben wir sowieso keine Sympathie. Ja, weil sie so wilde sind. Ja. Lass uns wieder das Thema wechseln, damit wollte ich nur sagen, wir machen sowieso bald Schluss. Lass uns zum Schluss über etwas Schönes sprechen. Genau, genau. Lass uns über Kekse reden jetzt. Ja. Lass uns lieber über den Keks sprechen, genau. Ich... Das sind drei Männer und eine Frau. Wir müssen eine Frau hochkommen, oder? Ja, wir warten immer noch auf eine Frau. Sie fragen doch schon die ganze Zeit danach. Ja, aber die Frauen sind hier nicht mutig genug. Ich bin allein, das heißt, wir brauchen noch weitere Streams über Keks und wir werden ganz viele Frauen haben und dann kann man sie, die sind in Wirklichkeit hungrig und wollen darüber sprechen, aber sie brauchen ein bisschen Vorlaufzeit. Also sind die Frauen normal, die tasten sich heran und kommen dann später zu uns und werden ganz viel erzählen. Was hast du noch für Studien gelesen, Kian? Also diese Studie war interessant. Ich muss sagen, andere Studien habe ich mir nicht durchgeschaut. Ich bin auch nur zufällig auf diese Studie getroffen, weil ich so ein US-Magazin online abonniert habe, Psychology Today. Und da war dieser Artikel drin und dann habe ich gesagt, wow, da mache ich selber einen Artikel draus und dann habe ich mich so ein bisschen durchgekämpft und habe mir das angesehen. Aber ich weiß es nicht. Also was für andere Studien gibt es? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir mittlerweile durch die Öffnung des Pornomarktes und des Sexmarktes noch nie war es für Männer und Frauen so einfach an sexuelles Material heranzukommen, an pornografisches Material heranzukommen, wie in unserer Zeit, besonders durch das Internet. Damals musste man in eine Videothek gehen und dann hat man sich ein Kassettchen ausgeliehen und so konnte man sein Pornofilmchen gucken. Aber heute ist es tatsächlich so, dass man mit einem Klick irgendwo ist. Und das hat neue Neigungen geschaffen, neue Interessen geschaffen, neue fetische Leute geschaffen. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen da draußen, jeder seiner Art und Weise irgendwie einen Fetisch hat. Kian, ich erinnere dich, der Martin Sellner sagt doch auch immer wieder, dass unter anderem die Pornoindustrie oder die Pornografie an sich ja eins der größten Schwachstellen der heutigen Generation ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Pornografie tatsächlich korrumpiert. Ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Ich weiß immer nur, dass sehr religiöse Kräfte darüber sprechen, konservative, rechtskonservative und so weiter und so fort. Ich weiß immer, dass solche Kräfte die Pornografie verteufeln. Wenn ich ein Problem habe, ja, dann habe ich ein Problem damit mit den Darstellern dieser pornografischen Szene, dass Frauen sich da ruinieren und Männer auch, besonders Frauen, ihre Chancen irgendwann mal wieder vernünftig ins Leben zurückzukommen. Vor allem, was die Darstellung betrifft, habe ich schon sehr häufig gehört, ist es einfach so, dass die Art und Weise, wie sie es praktizieren, zum Teil völlig unnatürlich ist. Das heißt, es ist vollkommen fern der Realität, wie es gemacht wird, wie lange es gemacht wird und so weiter. Aber ich würde diese Frage gerne besonders an die Damen weltweit ergeben. Seid ihr der Meinung, dass die Pornoindustrie insgesamt schädlich oder korrumpierend auf uns wirkt? Also ich hoffe, dass hier Frauen auch schreiben. Ich finde ja, weil ich glaube, dass viele ein falsches, Lena schreibt ja und man schreibt auch schädlich. Ich finde absolut schädlich, weil es zeigt dort auf jeden Fall meistens, es wird dort meistens etwas gezeigt, was im Leben so nicht stattfindet. Und die Hemmschwelle bei Frauen zumindest dadurch eher erhöht wird als andersrum. Und Männer lassen sich auch von sowas beeindrucken. Ich glaube, die verwechseln dann irgendwann Pornofilm und eigenes Schlafzimmer. Ja, das ist ungesund. Das macht einen auch fertig. Und du wirst nicht satt, du willst immer mehr, immer mehr und dann deine... Ich habe jetzt vergessen, was die Männer haben. Also deine Lust wird umgestiegen, nicht mehr auf... Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Du willst immer mehr haben und dann... Ich habe vergessen, wie das heißt, das gibt es einen bestimmten... Ja, weg von der Realität. Das ist weit weg von der Realität. Das ist mehr... Nein, dein Körper produziert was anderes, anstatt, dass du... Ich habe es vergessen, wie das bedeutet. Aber es gibt eine Umstellung in deinem Kopf, wenn du diese ganzen Filme guckst. Also Abdelah schreibt, oder Abdelah, Frauen mögen nicht viel Keks. Vielleicht eben, wenn Männer ihr Schlafzimmer mit einem Porno-Set verwechseln, dann ja. Ja gut, wir haben ein deutlich unterschiedliches Verlangen, das stimmt tatsächlich. Aber wo vor allem auch ich die Gefahr sehe, ist... Das hat eigentlich der Toni schon angesprochen. Ich drücke es jetzt einfach mal ein bisschen anders aus. Gerade wenn man sehr viel von diesen übertriebenen Praktiken konsumiert, dann verändert sich auch die Wahrnehmung dessen, was dir sozusagen Lust verschafft. Früher, wenn man sich noch erinnert, wo man noch wirklich jünger war, ist man... Sagen wir mal so, da ist man schon unruhig geworden, wenn man im Otto-Katalog mal die Unterwäschabteilung durchblättert hat. Und 20 Jahre später braucht es schon wirklich absoluten, unzensierten Hardcore-Keks, damit du, sage ich jetzt einmal, das Gleiche empfindest. Und die Attraktivität der Frauen, es geht ja nicht um den Akt, es geht ja nicht um diese Pornos, es geht eigentlich um die attraktive Frau. Umso attraktiver die Frau, umso mehr reizt es uns. Es geht nicht, Beispiel, wenn es eine... Es ist eine Reizüberflutung eher. Wenn eine hessische Frau ist, wir gucken das nicht. Wir schweipen weiter, wenn wir gucken, die Frau ist unattraktiv, dann reizt uns das nicht. Wir gucken immer nach Latinas oder so kubige Frauen, okay, je nachdem, wie jeder sein Geschmack ist. Und das geht ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wir wollen immer mehr. Oh, das finde ich auch so dermaßen heftig, wie sich allein auch das Frauenbild da so verändert hat. Inzwischen, du siehst überall Frauen mit diesen extremen Proportionen, nicht nur übertrieben große Brüste, jetzt auch noch dieser Brauerei-Gaul-Arsch. Also Frauen, die eigentlich sogar schlank sind, haben einen völlig überproportional trainierten Hintern. Das sieht so abnormal, unnatürlich aus. Und so viele rennen damit rum, alle trainieren sich diesen riesen Arsch. Ja, und es ist eine Reizüberflutung, auch was Stefan angesprochen hat eben. Männer verlieren eher die Potenz durch Pornokonsumierung, weil sie nicht mehr einfach zu reizen sind. Die sind überreizt. Ja, und danach fühlt man sich einfach nur scheiße. Aber guck mal, Beispiel, guck mal, wir verarschen uns selber und wir denken, wenn wir die Filme gucken, tun wir keine größeren Opfer. Beispiel, dass wir jetzt nicht mehr zu Frauen gehen. Wir versuchen quasi, also wir erzählen uns jetzt in unserem Kopf, ich vermeide größere Opfer, dass ich jetzt zu einer Frau hingehe und Geld gebe. So gucke ich im Film und komme billiger davon. Aber auf Dauer ist es auch schädlich. Ja, Mandarinschen schreibt auch Wichtiges. Die Frauen werden für Geld abgenutzt und das ist Ausbeutung, auch wenn die Frauen denken, das ist cool. Ich denke, keine Frau denkt, das ist cool. Da muss man aber ganz ehrlich, da muss man ein klein wenig unterscheiden. Weil sagen wir mal so, die allermeisten Frauen, wenn man jetzt wirklich vom offiziellen Gewerbe ausgeht, ganz wichtig, das offizielle Gewerbe, nicht den ganzen Dreck, der dahinter steckt. Das offizielle Gewerbe ist so, Frauen, die das freiwillig tun, sind sich dessen bewusst. Also ich rede wirklich von denen, die es freiwillig tun. Bei allen anderen bin ich, sage ich auch, dass Frauen da grundsätzlich ausgebeutet werden. Das liegt aber leider Gottes auch in den meisten Dingen auch irgendwo in ihrer Rolle. Das ist saublöd, das zu beschreiben, ohne dass es irgendwie dämlich oder arrogant klingt. Aber es ist halt einfach die blanke Wahrheit. Und vor allem, was halt auch selbst mir in jungen Jahren schon aufgefallen ist, früher hat man sich selbst, wenn man Illustrationen angeschaut hat, früher gab es halt auch noch den erotischen Aspekt. Also man hat noch viel mehr mit Erotik gespielt. Heute ist es nur noch knallhartes Keks. Also es wird über, es ist, sagen wir mal, so früher hat man sogar noch Vorspiel illustriert, dass man ein bisschen drauf, langsam darauf vorbereitet wurde. Heute ist es so brutal geworden, dass man wirklich sagt, also da ist nichts, nichts Normales mehr dabei. Das ist so abartig geworden. Richtig schlimm, richtig schlimm. Ja, vor allem ist es auch noch kostenlos, Stefan. Das Schlimme ist, es ist auch noch kostenlos alles. Also ich meine, die Filme sind auch noch, früher kamst du nicht so direkt, wie gesagt, es gab ja nur diese Zeitschriften beim Kiosk zu unserer Zeit in den 2000ern, also zu meiner Zeit in den 2000ern, wo ich noch jugendlich war. Da gab es noch nicht Internet so stark und alles. Und da gab es nur die Häuser, die Zeitschriften gab es. Also Häuser, Bordels und Zeitschriften gab es. Da gab es kein Internet. Und ich finde es halt richtig heftig, wenn diese ganzen komischen Trends auf die Frauen eins zu eins übertragen werden. Kein Witz, also das ist wirklich nett, einfach nur dahergesagt. Bei meiner letzten Freundin war es tatsächlich so, die hatte eine etwas unterdurchschnittliche Oberweite, was mir völlig wurscht ist. Ganz ehrlich, ich bevorzuge es inzwischen sogar, weil ich einfach dieses Extreme, dieses immer auf Größe und Volumen, ich habe das so dick inzwischen. Ich kann es nur mal sehen. Und kein Witz, sie hat sich sogar am Anfang dafür entschuldigt bei mir, dass sie nicht so viel hat. Ich habe meint, ich spinne. Ich habe gedacht, ich traue meinen Ohren nicht, dass sich die Frau bei mir entschuldigt, weil sie weniger Oberweite hat. Dann habe ich gesagt, was kannst denn du bitte dafür? Und selbst wenn, was spielt denn das für eine Rolle? Ich habe meint, ich höre nicht mehr richtig. Diese ganzen scheiß Medien, die Frauen dazu bringen, so zu denken. Aber das ist das Jahr, dann hat man überhörte Ansprüche. Aber sie war schon über 30. Aber guck mal, die scheiß Medien erzählen nur Blödsinn. Weil ein Mann, wir sind einfach. Entweder gefällt uns eine Frau, wie sie ist, oder nicht. Entweder sie gefällt uns, ganz egal, wie sie ist. Wenn es eine Frau, es ist individuell, wie eine Frau ist. Wenn diese Frau, so wie sie ist, ein Mann gefällt, gefällt es ihm. Wenn nicht, nicht. Und da hat die Medien die ganzen Sachen, da nichts mitzureden. Wieso mischen sich diese Leute ein? Das ist nur einfach nur... Mittlerweile sind es ja auch... Sie können Kontrolle aus dem Raum. Mittlerweile ist ja auch jeder Videoclip, Musikvideoclip, auch pornografisch. Da sind auch diese Körper. Und junge Mädchen bekommen dadurch auch ein sehr schlechtes Körperbild. Vergleichen sich und bekommen Minderwertigkeitskomplexe und gehen in ihre Sexualität dann auch sehr vorbestimmt und voller Charme hinein. Und das hat nur Nachteile. Und Männer kommen dann Frauen nicht nahe. Und wie passend, wie passend, genau zu diesem Zeitpunkt kam diese ganze Geschlechterideologie daher. Genau wie bestellt. Und das Verrückte ist, vor allem wie gesagt, Toni, du hast recht, es gibt bzw. es gäbe so viele unterschiedliche Typen von Frauen. Aber ganz ehrlich, wenn du dich mal in dem, was uns so vorgestellt wird, man muss einfach Social Media und die Medien nehmen. Ganz ehrlich, schaut euch mal die Frauen heute zwischen 20 und 30 an. Seid mir nicht böse. Sie sind alle gleich geschminkt. Sie haben alle die gleichen Haare. Sie haben alle den gleichen Geschmack. Es ist alles gleich. Schau mal, ich habe, aber was noch was anderes ist, ich bin aus der Generation reparieren, nicht austauschen. Heute, wenn die Mädchen jetzt zum Beispiel sich verändern, dann suchen die sich ganz schnell andere oder die verlassen sich. Auch die Mädchen verlassen ihren Jungen oder der Junge verlässt das Mädchen. und sie haben kein Gefühl mehr für Beziehung, weil eine Frau verändert sich mit der Zeit, wenn sie Kinder bekommt. Sie ist nicht mehr wie wenn sie 18 ist. Ist doch verständlich. Und als Mann, man muss ja reif sein und logisch denken, dass man in einer Beziehung lebt, seine Frau, seine Frau lebt und sein Leben mit der Frau lebt. Und ich habe meine Frau seit 2008, bin ich mit meiner Frau. Und sie ist auch nicht mehr wie 16, wie 18. Sie ist auch jetzt 32, hat Kinder und sie hat auch hier und da ihren Bauch und so. Also das, das, aber ich denke nicht an solche Situationen, versteht ihr? Das ist, das kann man nicht erklären, so, ich bin nicht mehr wie die Generation von heute. Die Generation von heute ist Schrott. Die können keine Beziehung führen. Die Generation von heute kann es in die Tonne schmeißen. Ja, das ist ja auch der Grund, warum so viele entsprechend ja auch immer noch oder schon wieder Single sind, weil inzwischen die Beziehungsunfähigkeit gesellschaftlich geworden ist. Also es betrifft Frauen wie Männer. Die Anforderungen sind zu hoch, die Erwartungen sind völlig fehlgeleitet. Und dann diese, in so vielen Punkten, diese ganzen Trends, die teilweise wirklich im Akkordstempo hintereinander kommen und die Leute so brutal beeinflussen. Jetzt auf einmal kommt man her und redet den Mädels ein, dass sie sich fette Lippen aufblasen sollen. Und wenn sie das Geld dafür nicht haben, dann gibt es irgendwelche komischen Tricks, dass die Lippe anschwillt. Und das ist unfassbar, wie die Mädels und jungen Frauen, wie die manipuliert werden, was man auch gemacht hat. Sie wissen nicht mal, warum eine Beziehung... Das ist ja nicht das größte soziale Gift. Sie wissen nicht mal, warum überhaupt eine Beziehung nötig ist, sodass man zusammenlebt, dass die Frau den Mann Energie gibt, dass die Frau den Mann braucht, dass man sich gegenseitig braucht. Und das ist nur so eine gesunde, dass die Kinder auch gesund aufwachsen, wenn die Eltern beieinander sind und ein normaler Ablauf. Und die Kinder nehmen das ja mit später, wenn die zwei sich trennen, die Eltern trennen und die gucken das und die nehmen das mit und die machen dann vielleicht auch so, dass sie sich dann auch wieder trennen, weil die haben die Generationen dann mitbekommen, dass sie denken, ja, ich liebe eine andere. Also Miss Matrix schreibt, wir können den Männern gut Energie geben, aber gerade wenn wir über die Porno-Seiten gehen, da geht es nicht über Energie und nicht über Erotik und nicht über Zweisamkeit und nicht über Keks. Da geht es einfach um irgendwelche Fantasien, die bildlich festgehalten werden. Ich finde es schädlich. Ich glaube, die meisten Frauen finden es schädlich und ich bin sehr dankbar an Stefan, dass er diese Sachen angesprochen hat, dass es auch zu Beziehungsunfähigkeit geführt hat. Was ich sagen wollte, ich würde gerne für heute Schluss machen. Wir machen noch weitere Streams zu diesem Thema. Morgen werde ich auf Russisch wieder streamen und übermorgen auf Deutsch mit euch. Also warte ich übermorgen auf euch alle und hoffentlich habt ihr bis dahin ein bisschen Mut und habt euch an dieses Thema gewöhnt. Und heute gehen wir schon schlafen, ja? Also bis übermorgen dann, ne? Ja, bis übermorgen dann. Ich gebe das letzte Wort nochmal an euch alle. Wir beginnen mit Kian, dann kommt Toni, dann kommst du, Steffen. Und ich sage schon mal gute Nacht. Aber warte, welche Uhrzeit ungefähr, dass man sich ungefähr so einordnen kann? Nochmal deine Frage? Uhrzeit, welche Uhrzeit kommst du dann wieder an? Gegen zwischen 8 und 9 Uhr beginnen wir, also 20, 21 Uhr. Ja, gut, dann sind auch alle Kinder am Schlafen. Ja, genau, es ist unsere Erwachsenenzeit. Ein bisschen später, weil meine schlafen manchmal nicht wegen Schule. Wir haben jetzt auch Ferien und die Schlafen, der Kleine sagt mir, geh du schlafen, ich habe keine Schule. Ja, ich muss morgen auch sehr, sehr früh aufstehen, weil ich muss auch wieder morgen zur Schule bringen. Wann fängt die Schule? Wir haben 15. dachte, ich fängt die Schule wieder an. Warte, okay, je nachdem, Bundesland. Ja, morgen, ich bin in Nordrhein-Westfalen. Okay. Möchtest du noch was sagen? Nein, danke. Ich habe zugehört. Ich habe alles gemacht, was ich sagen wollte. Sehr lieb, danke dir. Dann gute Nacht an alle und wir sehen uns auf Deutsch übermorgen. Genau. Hey, ich wollte auch noch was sagen. Ah ja, super. Entschuldige, Stefan, sag. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass ich manchmal sehr viel, sehr lange reden kann und so weiter. Da bin ich ein bisschen wie Roy. Wie gesagt, seht es mir nach. Das ist halt einfach eine Stärke von uns, die auch manchmal eine Schwäche sein kann oder einfach ein nerviges Manko. Was ich noch sagen wollte, ist mir heute auch wieder zufällig aufgefallen, auch weil Kieran jetzt vorhin einen rausgeworfen hat, von dem er zuerst dachte, dass er es gut mit jemandem meint oder helfen will und sich dann irgendwie dann vielleicht doch als Trottel rausgestellt hat. Leute, solche Gefahr haben wir auf TikTok ständig und man muss so aufpassen, sowohl als Host, als auch als Mitsprecher, als auch nur als im Chat. Es verbergen sich überall Personen mit irgendwelchen zwielichtigen Accounts, die zuerst Netz tun und dann richtig in die Pfanne hauen und hier Stress machen, provozieren, die Leute wirklich zur Weißglut bringen. Ich habe es erst die letzten Tage, Wochen wieder gemerkt, wie viele Provokateure hier unterwegs sind. Seid immer wachsam und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Ansonsten wünsche ich euch erst einmal gute Nacht und eine schöne Woche. Ja, eine schöne Woche und gute Nacht. Bis übermorgen. Ciao. Ciao, ciao.